hallo 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 willkommen ja heute machen wir ihn ganz entsponten und gucken einfach mal so ein bisschen weiter in coral island rein genau game of cones hallo liebe zuschauer willkommen zu game of cones einer einem kampf um das recht könig der kochkunst zu werden wie immer ist unser preisrichter auch gott der sieht aus wie gordon ramsay der fließling mit dem herzen aus gordon ramsay ramsay herzen aus gold chef koch gordon ramsay okay heute haben wir zwei kandidaten die versuchen wollen das herzen vor allem die magen unserer steinharten chef köche chef koch zu gewinnen gordys sag unseren köchen wie das heutige thema lautet das heutige thema ist einfach und das ist etwas das jeder guter koch können sollte suppe es darf jede und okay das ist wirklich ein blödes fernsehprogramm lol das bild ok mark ja guten morgen ich bin mark du bist neu auf dem auf der farm ich weiß ich bin hier um dir ein paar dinge zu sagen die mine im nordwesten hat jetzt geöffnet gleich hinter dem wald wenn du jack ranch sie ist kannst du links abbiegen und dem fad folgen sie war geschlossen ja sie war geschlossen und wir wurden jetzt wieder und wurde jetzt wieder geöffnet hast du das verstanden der bund des lächelns hat die obere ebene der höhle gesäubert gehen nun geht nur nicht zu tief rein deine hake wird dir da nicht helfen monster das ist gefährlich das war's wenn du mehr wissen möchtest sprich mit kira ich bin hier fertig zeitverschwendung so wir können ernten man nie spielt planet crafter so ich glaube wir müssen bald mit planet crafter anfangen das sieht so aus als ob man nie bock drauf hat so und gleich müssen wir dann noch eine vogelscheuche aufbauen crafting kann ich noch nicht ok so 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 man sieht sich dann gehen wir doch jetzt mal in die mine eine mine so 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 Auf den Kalender gucken Am 5. hat keiner Geburtstag Oh Hallo Lala Ich hab vergessen zu testen Sorry Moment Ah jetzt Danke Jetzt ist der Sound angekommen What gate So ich muss eben ein wenig umsortieren Oh Wieso ist dir denn langweilig? Hast du nix zum zocken? So weit ganz gut Mir tun die Oberschenkel weh Ich bin Ein wenig viel Fahrrad gefahren Ich hab ein neues bekommen am Donnerstag Und hab das jetzt mal ausgetestet Und weil ich verpennt hab War ich so spät unterwegs So Wir suchen jetzt gerade die Treppe nach unten Ah Ah Ich hab dich Ich hab dich Ich hab dich Aber war So. So, das ist eine große Ebene. Ah, ging nach. Jetzt suchen wir wieder diese blöde Leiter. Na komm, wo bist du, du blödes Teil? Ah, super. Yay, Stufe 5. Okay. 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 So, ich will das ganze Erz hier noch mitnehmen. Hehe. So. Ja, tschöööö. So. Okay. 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 So. Oh. Oh, Belohnung an Anspruch, Belohnung, Museumserweiterung, ja. Hm. Oh. 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 So, warum... Äh, dann gehe ich einfach mal duschen. Äh, nicht duschen. Schlafen. Warte, woher sage, wie sieht's denn für morgen aus? Nass und regnerisch. Nice. Ah. Vogelscheiche können wir bauen und Dünger. Klar darfst du zuschauen. Was gibt es besseres als einen Besuch von deinem ortsansässigen Schmied? In der Stadt wird gemunkelt, dass du angefangen hast, im Erdschacht zu graben. Eigentlich bin ich aus dem Grund hier. Beim Graben wirst du auf Erze stoßen. Was nützt mir das? Denkst du dir vielleicht. Nun ja, du kannst Erze in Barren verwandeln. Wenn du genug Barren hast, kann unser Laden deine Werkzeuge aufwerten. Arbeite schlauer, nicht härter, wie ich gerne sage. Gegen eine Gebühr natürlich. Hehe. Um Barren herzustellen, brauchst du einen Schmelzofen, den du jetzt dank diesem Planes anfertigen kannst. Du brauchst fünf einheitliche Erze und einen Barren herzustellen. Du brauchst ebenso eine Kohle, um den Schmelzofen einzuheizen. Ja, ich glaub du bist jetzt startklar. Da geht drauf. Holger einem ecclerchen. Zugang ist losers. Es dass jemand in diesem Ding wieder sein könnte. Oh, okay. So, was für ein Umkreis. Beschützt ein Feld. Okay. Was brauchen wir denn für eine Vogelscheuche mal alles? Müll. Und ein bisschen Müll können wir immer gebrauchen. Und wir haben einen Barren-Quest abgeschlossen. So, wir haben Schrott bekommen. Ich habe in den Kalender geguckt. Und heute haben Anthony und Paul Geburtstag. Was haben die denn, was die Universal liked? Also, Coffee könnten wir kaufen für Anthony. Um 9 Uhr könnten wir für beide Kaffee kaufen. Und den dann zum Geburtstag schenken, damit wir ein paar Bonus-Points bekommen. Haben die denn heute offen samstags? Hm, vielleicht wenn es nicht regnet. Warum jetzt der Death? Ich denke, ich denke auch, dass er dich meint. Haha. So. 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 Okay. Das war's für heute. Wie schlecht ist das denn? Neutral. Okay. Feilchen will ich dann doch nicht nehmen. Wäre natürlich geil für Kaffee. Was kann ich denn bei Pufferfisch kaufen? Viel Spaß. Bis gleich. Wie kann ich helfen? Wir dürfen hier keine Geschenke annehmen. Wenn die Kugel für deine Kaffee sind, dann schlage ich vor, dass du direkt nur eine Zentrale steckst. Oh ne, lass mal. Oh, das ist safe, Wolf. War der gespendet tief in den Flüssen. Okay. Okay. Alright. Okay. Hmm. Vielen Dank. So, willkommen zurück. Ich will nochmal gucken, ob wir uns irgendwo Kaffee kaufen können. Ah, der Laden hat auf. Okay, dann gucken wir mal hier. Ja, ähm. Ähm, ich weiß nicht. Also aktuell spiele ich sehr viel mit Mani zusammen. Und ich bin aktuell auch mal ganz, äh, nicht froh. Aber es tut mir gut, auch mal ein bisschen alleine zu zocken. Aber ich freue mich schon auf Planet Crafter mit Mani. Deswegen ist heute auch der Entspannungstag. Okay, Anne. Wof nicht denn jetzt? Nee. Beziehung. Äh. Hä? Ah, im Stadtzentrum genauso wie Anthony. Super. Da muss ich Mama Ni fragen. So, wer bist denn du? Oh, Judge Rose. Wofür kann ich mir danach gute Rahmen bekommen? Äh. Äh. Die Hütte. Alles klar. Okay. Äh. Oh. Das war wohl nicht so nett. Hehe. Das ist... Paul. Wartet ihr nicht heute? Doch. Anthony. Nee. Oh, nee. Die haben morgen... Oh, verdammt. So. Ah, ich wollte noch wegschmeißen. Ah. 巧. Oh. Oh. Okay. So, ich würde sagen, wir laufen in die Mine und buddeln da nochmal ein bisschen. Haha, eine Gottesanbeterin gefangen. Das ist mega. Eine Pomerange. Und ein Wasabi. Fünf. So. Gib's hier wieder. So. Haha, blauer Doktorfisch. Okay, ähm. Oh, ne. Wir wollen hier runter. So. So. Wo ist denn dieser Abgang? Hm. Ah. So. 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 Und er hat. So. 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 j倒ese. so. 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 Das ist Ray. Ah, vielleicht ist er hier unten. Vielleicht ist das hier Antony. Das Sam. Oh. Ja, du bist doch neu hier. Meine Ex hat mir vor irgendeinem Enkelkind eine Farm erzählt, aber es muss also du sein. Wir sehen uns. Äh. Ja, du hast an meinen Geburtstag gedacht. Vielen Dank. Du hast an meinen Geburtstag gedacht. Vielen Dank. So, wir kaufen jetzt noch eben einen Kaffee. Und dann suchen wir noch eben Paul. Ah, die kommt gerade die Straße runter. Paul Kaffee geben. Oh. Das ist etwas besonderes. Vielen Dank für das Geburtstagsgeschenk. Oh. Vielen Dank. Okay. Dann würde ich sagen, geben wir heute mal ein wenig Fischen. Bye. Toru. So. Die Kaffee. Oh. Dann wiedertijmen. So, bisschen Fieschen. 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 Kristalle herstellen, wie diese Platinkristalle, die du zum Bauen brauchst. Kann ich eine neue Truhe? Ich brauch Holz. Die Truhe, die du zum Bauen musst. So, wo könnten denn Glühwürmchen sein? Ähm, es gibt doch diese Iridium-Kristalle, Vanadium-Kristalle, die du brauchst, um die Waffen zu upgraden oder herzustellen. Herzustellen, glaube ich. Und die kann ich jetzt selbst herstellen. Oder war das für Rüstung? Ich bin mir gerade nicht sicher. Eine Grille. So, jetzt ist es fraglich, wie gut meine Erinnerungen sind. Ja, genau. So, also mit Wolfram und Sternstaub kann ich sowas dann selbst herstellen. Oh. Ein Wattgemälde würde sich hier gut machen, okay. Okay. Oh. V. Meese. V. Meese. Oh. 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 Ja, mein Gedächtnis ist mies. Das ist vollgestopft mit komischem Wissen, was man hinten und vorne nicht benötigt. Oh, die habe ich noch nicht gespendet. Werde vorher Sorge. Okay. Oh, sonnig. Verdammt. Geht zu Bett. Paul und Anthony. Nächster Tag. Oh. Oh. Ein Komet ist eingeschlagen. Könner Macher. Du hörst deine Stimme. Verstehst aber nicht, was sie sagt. Der Cock. Versuch dich auf meine Stimme zu konzentrieren. Gut, jetzt hör genau zu. Die heiligen Bäume. Besuche einen von ihnen. Du findest sie auf der ganzen Insel. Flashbang. Und das ist das Ding. Das ist das Ding. Und das ist das Ding. Ich kann nicht sagen. Das ist das Ding. um sie zu beschwören. Sie werden dir die Augen öffnen. Du bist meine Hoffnung, diese Insel zu heilen. Und jetzt wach auf, Dickhawk. Hallo? Und du hast letzte Nacht einen großen Einschlag gespürt. Letzte Nacht hattest du einen merkwürdigen Traum. Äh, hier geht ja alles drunter und drüber heute. Und ich hab Post. Schön. Ankündigung, das Labor sucht nach einem passenden Taucherkandidaten. Alle Bewerber müssen vor Ort einen Test absolvieren, ob sie den Anforderungen gerecht werden. Schau beim Tauchab hier vorbei. Dort gibt es mehr Infos. Link, Leitung Starlet Laboratory. Okay, dann können wir da gleich mal vorbei. So. So. Okay. So. 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 Wir wollten Planet Crafter spielen, wenn wir mit Once Human durch sind. So, eine Krille gespendet. So, haben die denn heute auf Schmiede? Ja, die haben heute auf. Nice. Und dann können wir zu Lingen laufen. Eine Fliege. Nochmal Müll buddeln. Kompost ist immer nett. Na, hallo mein Freund. Ich habe eine Truhe, die ich gerne öffnen würde. Oh, eine Tunstatue. Die können wir direkt in... Ah, ich wollte nochmal eben gucken. So, was kostet mich denn hier Upgrades? Werkzeug aufwerten. Fünf Bronze, fünf Silber, fünf Gold und fünf Osmium. Also fünf. Kleiner Waldsatier-Schmetterling. Halli, hallo, hallülle. Na, schon wieder zurück vom Geburtstag oder noch gar nicht los? Oder wurdest du... Hallo, hallo, hallo! Oh mein Gott. Wurdest du durch die allmächtigen Kräfte des Planet Crafters gerufen? Ach so. Dann hast du ja gerade den passenden Sound dafür abgespielt. Gespendet, gespendet. Okay, das fehlt noch. So. 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 Also hast du dir das hier jetzt gerade gekauft oder was? Neues Micro XLA Mini und Biodynamics Kopfhörer. The fuck. Das ist ein bisschen übel, ne? Aber das hier ist echt cool. Du kannst halt jeden Kanal, äh, selbst definieren. Siehe hier. Und was halt auch cool ist, ist das Routing. Du kannst halt sagen, was du ausgeben möchtest und was nicht. Auf jeder einzelnen Output-Spur, die du, äh, hier drinne hast. Aber das ist mega geil. Ne, 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 äh, sie hat sich das Mini geholt, also irgendwas bei 170 Euro. Aber das ist echt geil. Ähm, kann ich empfehlen. Und das einzige, was ein bisschen blöd ist, finde ich, ähm, wo haben wir es denn hier? Ähm, du hast keinen gesonderten Stromanschluss. Das finde ich ein bisschen komisch, aber sonst funktioniert das absolut genial. Und du kannst halt die, ähm, die Farbe komplett einstellen, wie du willst. Und Titsi Heligon White Podcast. Okay. Das sieht nice aus. Wow. Ähm, würde ich an das hier ein, ähm, USB-C-Kabel setzen, könnte man das farbig beleuchten lassen. Aber das ist mega. Und das ist wieder so Spielkram, den man eigentlich erstmal ja gar nicht brauchen müsste, oder? Sehr wichtig, das Band. Oh, ich hab ne Wespe. Haha, haha, haha. Hello. Du verstehst nix. Danke für die Follow-Tor, Loki. Und herzlich willkommen. Erfolgreich von TikTok rüber gespült worden. Alles für den Stream. Hm, ist klar. Nicht die eigenen Bedürfnisse nach neuen Dingen befriedigen und weil es weiß ist, oder? Haha, haha. Und dann, äh, mega in den Stream mit reinpassen würde. Ah, hab ich dann richtig den Namen erkannt. Oh. Das freut mich. Assam-Seiden-Motte. Oh, ich hab Zuckerbaum-Samen erhalten. Äh, na gut, ein bisschen vorbei. Haha. Aber hauptsächlich für den Stream, ja. Also auf jeden. Ah, ich sag dir eins, das dauert ewig und drei Tage, bis du das richtig konfiguriert hast. Äh, wo wollte ich eigentlich hin? Ah, unten an den Steak. Ok. Ok. Ah, hab ich, haben ja genau da geschrieben, folgt ihr ja auch seit eben. Ah, Hallöchen. Ich habe eben aufs Meer hinaus geschaut. Seit der Ölkatastrophe haben die Leute den Ozean vergessen. Eigentlich stimmt das nicht ganz. Sie denken immer noch daran. Aber es ist jetzt das Problem von jemand anderem. Jemand wird sich schon darum kümmern. Es reicht, wenn sie sich deswegen sorgen. Das ist wirklich schade, weil wir noch immer etwas unternehmen können. Es bleibt noch Zeit. Außerdem verkümmert auch der ganze wertvolle Seeton dort unten. Ah. Tut mir leid, dass ich meine Sorgen bei dir ablade. Bist du wegen des Briefes hier, den ich geschickt habe? Hm. Was mache ich nur, wenn es mir dieser Person auch nicht klappt? Ach übrigens, ich bin Ling. Ich leite das Labor in der Stadt. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Es sieht folgendermaßen aus. Du brauchst einen Taucheranzug fürs Wasser und ich brauche jemanden, der meine Wissenschaft da unten aktiviert. Lass uns für das erste nur einen Tausch machen. Wenn du die fünf Sonnenorps im Ozean aktivieren kannst, darfst du den Taucheranzug behalten. So sieht ein Sonnenorb aus. Du solltest deine Sense mitbringen, um den Müll wegzuräumen. Die Orbs sind ziemlich sicher darunter begraben. Falls du einen aktivieren kannst und gehen wir davon aus, dass etwas passiert? Weil bestimmt irgendetwas passieren wird, wirst du bestimmt Fragen haben. Aber dazu kommen wir, wenn es soweit ist. Was auch immer passiert, du solltest wissen, dass die Sonnenorps in der Schlüssel zur Heilung unseres Ozeans unter der kranken Korallen sind. Da ich nicht selbst mit dir in den Ozeanen hinuntertauchen kann, wird dich Kibbel, der Roboter, begleiten. Das ist Kibbel. Wie genau er funktioniert, erfährst du, sobald du da unten bist. Ja, das hatten wir schon. Lass mich wissen, wie es läuft. Ich muss zurück zu meinem Labor. Viel Glück, Dickhock. So, Wissenschaft da unten. Oh yeah. So, aber erstmal, bevor wir uns in das neue Abenteuer stürzen, sollten wir unsere Truhe leer machen, äh, unseren Rucksack leer machen, da wir völlig überladen sind. Und wir brauchen ziemlich viel Platz. Und wir brauchen das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, wir brauchen das, das nicht, das nicht. Das brauchen wir, und das brauchen wir. So. Und dann gehen wir jetzt mal tauchen. So. So. Hallo. Auf geht's. Okay Viel Spaß beim Saufen Saufen ist nicht gut Sonnenkugeln aktivieren Korallstellen heilen 5 Oh, Truhe Genau, unsere Aufgabe ist es jetzt hier unten Den Müll zu beseitigen Bis wir Sogenannte Sonnenorbs finden Und wir müssen hier unbedingt Die Korallen abbauen Den Seetang abbauen Weil den brauchen wir Ja und man kann halt Einen ganzen Haufen Truhen sammeln Und in denen sind Artefakte Fürs Museum drin Und mit diesen Sonnenkorallen Können wir dann diese Wurzeln entfernen Und wir haben hier ein Riesengroßes Gebiet Was wir freischalten können Und hier gab es einen Haufen Updates Weswegen ich halt so gespannt bin Weil als ich das das letzte Mal gespielt habe Gab es hier nur Die Freischaltung Dass man nach unten weiter Also die gesamte Map ab Fischen kann Das ist einer von diesen Sonnenorbs Die fliegen dann dahin So und jetzt muss man diesen Teilen hier hinterher fahren Weil die hier diese Türme bauen Und dann hier so eine Heilung auslösen Wodurch dann diese ganze Ölverschmutzung Und die Wurzeln verschwinden Und das muss man halt Man sieht hier Sind 10 Stück 20 40 Und 50 Tauchen Ja Und mit X können wir dann wieder an die Meeresoberfläche gelangen Und man kann hier halt auch noch Zutaten und so weiter finden Und Natürlich den Next Level Shit Man kann hier auch noch Sowas wie Insekten haben Also Meerestierchen die man fangen kann Die nur zu bestimmten Jahreszeiten oder Urzeiten vorkommen Also das ist Da Eine Schnecke Die könnten wir fangen Eine Ozeanschnecke Genau und davon gibt es halt Einen ganzen Haufen hier unten So und hier sieht man Jetzt wird es hier blockiert Das heißt wir müssen hier den Müll entfernen Damit dann das ganze Weiter gehen kann Und so kommt man halt hauptsächlich an Müll heran Und kann den nutzen um Sachen herzustellen So Und jetzt können wir mit X Können wir den Anker bewegen und Nach oben So und dann geht man halt in die Mine um seine Ausrüstung zu verbessern Man baut Felder an um Geld zu bekommen Und unten geht man tauchen um da voranzukommen Oh Dann gehen wir mal Dann können wir mal pennen Dann können wir mal pennen Wetter Vorhersage Morgen wird es sonnig Oh Hallo Sorry Einen schönen guten Morgen Dekok Du hast hier einen tollen Platz Und jeden Tag mit diesem Anblick aufzuwachen Muss ein tolles Gefühl sein Ich habe von Ling gehört Ah es fühlt sich seltsam Sie Dr. Jiang Ling zu nennen Tja sie hat darauf bestanden wie dem Aus sei Sie meinte du wärst zum Tauchen gegangen Wie war's Ich liebe es Ja klar Das freut mich sehr zu hören Wenn du taust kannst du Seetang sehen Sie sehen aus wie große tanzende Würmer auf dem Meeresboden Das ist Seetang Nützliches Zeug Es gibt viele Arten von Seetang Jeder hat ihren eigenen Einschaften und Vorteile Der Bronzetang den du jetzt wahrscheinlich kennst Sieht eher bräunlich aus Das Lorboer kann sich verwenden Um dein Saatgut und Futter zu verbessern Dadurch wird die Qualität deiner Ernten Und deiner tierischen Produkte erhöht Höhere Qualität bedeutet auch einen höheren Preis Du musst jedoch die Essenz des Seetangs extrahieren Bevor du sie ins Labor bringst Und ein Extraktor kann die Essenz des Seetangs extrahieren Um eine Essenz herzustellen musst du 10 Seetang und ein Glas in den Extraktor stellen Bringe 10 Seetang Essenz zum Labor Und du kannst aussuchen welches Erzeugnis aufgewertet werden soll Wie hört sich das an? Viel Glück So So Sprössling Farmgilde Nice Ich bin froh dass die Gerüchte die man sich über deine neue Farm in Starletown erzählt wahr sind Du leistest auf dem Feld großartige Arbeit Probier mal diesen Dünger aus Bring sie auf den gepflügten Boden aus Sie verbessern die Chance Frelfrüchte von höherer Qualität zu ernten Dies bringt beim Verkauf mehr Leber der Cock Wir versammeln uns morgen am See um den Frühlingsanfang zu feiern Zum Fest bringt jeder sein eigenes Essen mit und bereitet es im Freien zu Also trag etwas Leckeres dabei Ankunft zwischen 9 und 14 Uhr Hoffentlich sehen wir uns Bürgermeister Connor Menschlein Angst ich hatte als du mich riefst Doch geöffnet den Weg sie hat zu meinem Heim Das heißt Menschlein muss besuchen mich kommen Verstehen du wirst nach Treffen wie die Insel heilen Links von deiner Farm mein Heim Wenn du nicht wirst schau auf Zeichnung von mir Okay So So Äh Ich wollte einmal eben gucken Heute hat nämlich wieder jemand Geburtstag Kenny hat Geburtstag Was kann man denn Kenny schenken? Der mag Pilze Loved Green Teen Das könnte man machen So Mani Achso wann fangen wir mit Planet Crofter an? Dienstag oder Donnerstag? Ich hätte schon fast Dienstag gesagt Ne je nachdem ob du In Once Human weiter reingucken willst Oder nicht Oder ob du jetzt sagst Okay du hast keine Lust mehr Dann würde ich da nämlich noch ein paar Quests und so weiter machen Aber das müsstest du sagen Ähm Da würde ich mich nach dir orientieren So warte mal eben Ich habe eine Nachricht bekommen When Wenn du dich dran umst eresúc so once human ist doch immer geil ja das auf jeden fall also es macht mir macht es nach wie vor noch laune aber ich habe mich da so ein bisschen schon mittlerweile überspielt sonst lassen morgen und gegebenenfalls montags quest zusammen machen in once human und dienstag dann kleine kraft oder ja das hört sich gut an können wir gerne machen ja wäre ich am start du bist ja nicht gezwungen zu streamen also ja können wir gerne machen muss dann einfach nur sagen ab wann du morgen starten würdest dann würde ich dann genau um wieviel uhr wollt wollen wir loslegen dann würde ich mich nämlich genau daran orientieren und dann auch pünktlich wach sein weil ja und ich kann nicht nur bis 18 uhr menschlein ich häuptling dir danken menschlein für kommen hier sieben uhr da sollten wir auf jeden fall alle quests durch bekommen ne in a stunden alter sieben uhr ja wir können gerne zehn uhr machen dann würde ich mir jetzt mal eben schon den wecker dafür stellen man kann ja nie wissen du hast urlaub das heißt du kannst wirklich um sieben aufstehen um halb sieben aufstehen um sieben anfangen zu zocken und dann einfach sagen am montag schlafe ich aus nächste woche noch und ach ok vermutlich bin ich da wach ja super dann klappt das ja um sieben da drehe ich mich noch mal rum zum sonntag ja ich weiß nicht wenn es wirklich beschissen läuft bin ich wirklich um sieben wach und ne ich würde eigentlich doch gerne schlafen gehen und nicht so lange zocken dann weil montag ist wieder arbeit angesagt und ne montag fahr ich nach österreich ok nice und du bist ein riese guckum ich häuptling sein riese lange haben wir habt lange haben gewartet ich auf dich komm hier lang schau da sehen du hast diese schrift aber verstanden du hast nicht macht der schrein du nicht verstehen aber verstehen du musst schlüssel sie sind für helfen göttin helfen göttin dann krankheit weg zeit jetzt für zeremonie schnell wir sein müssen nur kleiner schmerz aber deine augen öffnen wird countdown in fünf vier drei jetzt ey der hat zwei und eins vergessen äh mani dafür bin ich schon zu alt ok ich habe das letzte woche freitag gemacht siehst du zu schnell gemacht erwacht du bist bereit für kraft von natur gum gum welche göttin diese göttin muss antworten nicht ich bereit du bist für treffen mit göttin im seetempel da ihr zu hause sei still ich jetzt ausruhen müssen nach zeremonie ich wieder mit dir sprechen mensch nein nicht jetzt später komm tschüss äh so du kennst du kannst nicht alt sein glaube ich dir nicht das denkst du wie alt bist du was schätzt du denn ich halte mich da raus also da ich im alter schätzen ja lala du und zuschauer sind die ältesten im chat leider also ich würde grob einschätzen dass äh äh srogens so um die 29 bis 31 ist würde ich jetzt so grob sagen aber ich kann nur falsch reden so äh ich weiß aber so ich weiß von lala aber da ich weiß dass du arbeiten arbeitest kommt das nicht hin von money und lala es sei denn wenn er ist älter ich glaube ähm zuschauer ist älter als du und bitte nicht in den chat schreiben dass ihr 13 oder 12 seid das könnte euch ein bann von twitch geben ohne dass ich da was machen kann so so oha echt gut geschätzt der kirk ja ich weiß so und mein alter ich bin 32 29 ja hab ich mir wie gesagt gedacht haha aber es zählt nur das geistige alter und da ist das irgendwo roundabout bei mir zwischen 14 und 15 hängen geblieben ähm wie meine mutter heute morgen wieder live erfahren hat ähm ähm ich hab meiner mutter das tattoo gezeigt und sie hat gesagt ähm jetzt siehts wenigstens beim fahrradfahren gleichmäßig aus ja kommt immer so ein smiley noch umgefahren ja und dann hat sie gesagt dass ich bescheuert bin so eldal ist 29 lala war ich ein bisschen gut und so nein 3 bis 5 wird bei mir nicht hinkommen und ähh ja lala beldai du könntest mein sohn sein So, und Manni, wie kann das sein, dass ihr alle älter seid als ich? Ähm, Biologie, Blümchen und Bienen, you know. Nice. Wehrzeuge aufwerden. Okay. Jungspund. Ja, und wir sind alle früher geboren, so ganz logisch. So. So, Kenny, was sagt der zu Potatoes? Ah, ne, ich brauche, habe ich, ich habe ein Shiitake-Bilds. So. Und wollte, mag der auch Shiitake? Shiitake mag er, okay, super. Dann gehen wir nochmal eben in die... So. Dung, dung, dung. 24 schon gespendet, nice. Äh, nicht Shiitake. Ah, unten. Stinkmörchel. So, und wo ist Kenny? Kenny hat nämlich heute Geburtstag. Und er ist hier unten. Ah, der ist bei den Tieren. Okay. Okay. Es gibt nichts schöneres als Kirschblüten, die mit einem Lone-Lüftchen, mit einem Lone-Lüftchen tanzen. Ich hoffe, du kommst morgen und hast Freude an guter Gesellschaft, die Cock. Oh, ja. Kenny, woher hast du gewusst, dass ich heute Geburtstag habe? Danke, viermal. Und ein Shiitake auch noch. Woher hast du gewusst, dass ich... Blah, blah, blah. So, und dann laufen wir jetzt... Äh, nee, wir können ein wenig verkaufen und Sachen ablegen. Oh Gott. Ein japanischer Pilz. Yo, ich weiß. Deswegen auch Shiitake. Oh. So, anhand deiner Stimme, 15, so. Uff, das höre ich öfters. Manche meinen, dass ich eine Frau bin, von der Tonlage her. Ja, Srogan, das könnte ich nachvollziehen. Ich glaube, ich habe ein Shiitake-Beald-Sinno nicht probiert. Glaube ich. Könnte aber sein, dass ich die schon gegessen habe. Ich kann es nicht sagen. Oh. Endlich, aber ich habe nur wenig Zeit. Teleport. Die Altäre. Sie sind der Schlüssel. Sie erneuern meine Kraft und ich heil... ...und heilen das Land. Beginnen mit einer Opfergabe an diesem Altar. Im Gegenzug erhältst du meinen Segen und darfst die Schreine durchqueren. Ich helfe dir bei deiner Reise. So. Oh, nice. Glückwunsch für die Pilze. So. Tempelopfer. Du kannst den Tempel bestimmte Gegenstände opfern, um bei der Heilung von Korra Island zu helfen. So. Die kann ich nämlich alle sammeln. Sammeln. Und Frühling. Wir brauchen noch Karotten, Steckrüben und Gänseblümchen. Ozeanbeute. Das glaube ich. So. Hat Sam heute denn offen? Auf geht's. Einkaufen. Also, wir brauchen Steckrüben. Gänseblümchen. Hopps. . at demidium. 다시 flogplunkt. Ampe. firing sinnen. Erükkobate. Hör. Hör. Oh, herramient. Hör. 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 Okay. Das war's. Oh Gott. Guten Hunger. Und alle sind wach. Und alle sind wach. Und alle sind wach. Dann ging es fest. Ja, ich habe den Shot teurer gemacht. Sooo. Oh. Okay. So. Das war's. Eine Lacuste. So, ich baue mal einen LKW in Once Human. Okay. Und den musst du dann nochmal präsentieren. Also kannst du dir mal Bescheid sagen, wenn du fertig bist, dann komme ich mal gucken. Dann kannst du eine Roomtour machen. Ich auch. Das einzige Video, was ich gesehen habe, ist, da hat einer ein Haus drauf gebaut. Und leider fährst du gegen jeden Baum gegen. Und da bleibt das Fahrzeug dann hängen. Oh ja. Und ich habe ein anderes Video gesehen. Da hat das auch einer gebaut. Der hat aber nur Geschütze drauf gebaut. Und ist dann durch die Gegend gefahren. Durch Städte und so weiter. Und der LKW mit den Geschützen drauf hat halt die ganzen Mobs in der Umgebung geschrotet. Oh, eine Ganele. Also das fand ich auch sehr lustig. So, auf zum Frühlingsfest. Wir schmeißen noch eben ein paar Gegenstände weg. Ja, ich denke mal die Größe von dem LKW vielleicht noch ein bisschen plus. Aber der hat wirklich so ein mehrstöckiges Einfamilienhaus oben drauf gesetzt. So ein typisches Haus, würde ich sagen. Oh. 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 Ja, Kirschblütenfestbeginn. So. So, Mama hat gemeint, ich soll beim Angeln auf die Bibe acht geben. Hast du welche gesehen, Mr. Dekok? Ich habe ein paar Fische ergattert, also habe ich sie Mr. Frank gegeben. Ich hoffe, er kann sie zubereiten wie das Räucherlachs von Mr. Jim. Die Kinder machen nicht mal eine Pause. Sieht so aus, als hätte ich ihnen das Angeln schmach gemacht. Und was mit dir angelst du auch? Oh ja. Mark, ich habe kein Interesse am Sackhöfen. Ich bin für das Buffet hier. Riecht gut, oder? Heute Morgen habe ich getrocknete Kokosnusschalen für den Grill gesammelt. Wir grillen schon seit Generationen mit getrockneter Kokosnusschalen. Frank ist super begeistert davon. Stellst du dich bei allen vor? Armes Ding, das klingt unglaublich anstrengend. Ja, man muss doch seine Leute hier allo sagen. Hello. Gutes Erdnissen, gutes Wetter, gute Gesellschaft. Ah, das ist so in Ordnung für Mitti. Ich habe gar keine große Lust auf Durian. Solange Frank genügend Äpfel auf den Grill schmeißt, ist alles in Ordnung. Mr. Theo singt so gut. Ich will so sein wie er, wenn ich groß bin. Was willst du machen, wenn du groß bist? Äh, Farmer werden. Hallo, Herr Theo singt endlich ein gutes Lied. Okay. Du siehst aus, als hättest du Spaß. Ist gar nicht so schlecht, an der frischen Luft zu sein, nicht wahr? Bitte warte noch ein wenig. Wir bereiten uns noch auf das Hauptevent vor. Frank nimmt immer noch Anmeldung für das Buffet an. Warum stattest du ihm nicht einen Besuch ab? Es ist immer ein Vergnügen, meinen Frühling hier zu verbringen. Nun ja, zumindest ein Teil des Frühlings. Walter hat mir Fragen über meinen Kaffeebohnenhändler gestellt, aber ich verrate nichts. Ich weiß schon, was er vorhat. Ich hätte den kleinen Stefan mitbringen sollen. Das hätte ihm gefallen. Sing mit, komm schon. Du weißt doch, wie das weitergeht. Nein, weiß ich nicht. Zeit, die gute Atmosphäre aufzusaugen. Energie einatmen, Stress ausatmen. Das Tumpgen ist dort drüben, Schatz. Ich hoffe, es reicht für alle. Heute ist wirklich schön. Ein besseres Wetter für ein Buffet kann man sich nicht wünschen. Eva bekommt viel Lob für ihre Croissants. Einfach nur, weil sie gut ist. Vielleicht sollte ich sie bitten, es auf den Speiseplan zu setzen. So viel Gutes auf dem Tisch. Vielleicht sollte ich das Tumpgen lassen und etwas Platz dafür aufheben. Ich habe heute Morgen gesehen, wie Oliver versucht hat, am See Fische zu fangen. Ich glaube, er möchte etwas zu dem Buffet beitragen. So süß. Okay. Ja. Ich habe dich noch nie gesehen. Bist du neu hier? Ja. Wow, das sieht Buffet, sieht toll aus. Aber ach, vergiss es. Ich habe zwar gesagt, dass es viel zu essen gibt, aber ab und zu ist das ganz okay. Kochen ist so entspannt, aber noch entspannter ist es, sich zurückzunehmen, etwas zu essen und sich die Kirschblüten anzusehen. Mein kleiner Bruder Frank ist der Mann, wenn es ums Grillen geht, so wie Papa auch. Heute habe ich Ruhetag. Was? Das Essen ist hier viel zu schwer für mich. Okay. Es ist schön zu sehen, dass alle das Fest genießen. Oh mein Gott. Äh. Ach. So. So. Ich werde Charles sagen, dass er das mit den aufgeforderten medizinischen Anschlägen lieber sein lässt. Sonst ruiniert er das Fest noch. Oh Mann. Herr Arschi, sei vorsichtig mit den Würmern. Und schon ist er weg. Mehrere Leute haben mir jetzt schon erzählt, dass sie Bibel auf dem See gesehen haben. Gut, dass Paul seine Kamera dabei hat. Wenn wir Glück haben, können wir vielleicht ein oder zwei Bilder machen. Nächstes Jahr bringen wir etwas Lodee. Es schmeckt ganz köstlich mit etwas Kokosmilch. Du wirst es lieben. Hey, komm hier rüber, Dicker. Lass uns tanzen. Äh, nee, du. Lass mal. Die Lieder, die Theo gesungen hat, passen wirklich zur Stimmung. Es sieht nicht schlecht aus. Ich meine, er singt nicht schlecht. Du hast nichts gehört. Okay. Hey, Dicker, wie gefällt dir das Fest? Es steht noch mehr davon an. Keine Sorge. So, dann reden wir noch mit denen hier oben. Paul. Nee, Connor. Wir bereiten uns immer noch auf das Hauptevent vor. Du hast noch etwas Zeit, um etwas fürs Buffet zu bringen. Oder ein paar Spiele zu spielen. Genauso wie unser Weingart, dieses Fest zur Identität von Coral Island. Meinst du nicht, Dicker? Jo, auf jeden. Hör mal, Dicker. Manchmal kann es anstrengend sein. Alle es kennen, aber es ist wert. Du bist ein Teil dieser Gemeinschaft. Oh, yes. So, es ist gemütlich. Sehr angenehm. So, und hier können wir Sachen kaufen. Okay. Ich will hier aber noch einmal das hier spielen. Belohnungen. Zuckerbaum, Baum, Baum, Baum. Okay. Jetzt wird es bescheuert auf jeden Fall. So, wie funktioniert so eine Vorhersage? So. Funktioniert das? So. So funktioniert eine Vorhersage. Okay, nice. Okay, dann machen wir mal hier dieses blöde Spiel. Okay, dann gehen wir mal hier. Zweiter. Okay, dann gehen wir mal hier. 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 Belohnung. Okay. Nice. Tschüss. Oh, ich glaube, ich werde einfach so ein Tump Game für Papa einpacken. Glaubst du, dass es später noch gut ist? Oh ja. Das denke ich schon. Okay. 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 So. Wie sieht die Wettervorlage für morgen aus? Sonnig. Mist. 精 lasst. royable ascendants atoire Kenny und nice. Ponzi So, sei gegrüßt, Dekok. Wir haben eine neue Aktion gestartet, und zwar die Leistungspunkte, ein Belohnungssystem für die Beteiligung an der Gemeinschaft. Ich würde das sehr gerne in einem persönlichen Gespräch genauer kommen. Das kommt heute ins Gemeindezentrum. Ich freue mich schon drauf. Okay, das können wir gerne machen. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon. So... So... Ordentlich gießen und dann laufen wir nochmal zum See-Tempel. So... 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 So. So, wir sollten irgendwo noch einen Borchel finden Ah So, so 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 dann können wir gleich wieder ins Wasser springen wenn wir beim Seetempel vorbeigelaufen sind so 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 ab in das Unterwasserland so 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 Hallöchen, Dickok. Schön, dass du es geschafft hast. Wir haben kürzlich ein System in der Stadt eingeführt, das das Leben hier noch lohnender macht. Lass es mich erklären. Das sind sogenannte Leistungspunkte. Du kannst sie verdienen, indem du Besorgungen erledigst, die auf der Stadt angeschlagen sind. Aber das ist noch nicht alles. Feste besuchen, die Magic-Spiele gewinnen oder Haupt-Events und sogar die Verbesserung der Stadtrenns. Könnt ihr auch Leistungspunkte einbringen. Du zum Beispiel, mein blühender Schmetterling, hast bereits verdient. Mal sehen. Dickok A, da bist du. Du hast 40 Leistungspunkte verdient, weil du zum Kirschblüten festgegangen bist. Nice. Wir haben dieses System eingeführt, um jeden zu ermutigen, sich mehr in die Gemeinschaft einzubringen. Dort drüben, beim Leistungspunkte-Schalter, kannst du die Punkte, die du gesammelt hast, gegen verschiedene Gegenstände eintauschen. Vertraue mir. Es ist dem Einsatz wert. Also, da hast du es, Dickok. Ich freue mich schon drauf, zu sehen, wie diese Leistungspunkte sammelt. Ich habe 160. Pranksteinvogelscheuchte. Ich freue mich schon drauf, zu sehen, wie diese Leistungspunkte. Dauchen. Dauchen. Ich freue mich. Nice. Nisch ist. Ha ha! Mangrovenqualle. 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 Und schön den Schrott wegräumen. Und schön. So, wo ist dieses... Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Haha, Yeti-Krabbe. Nice. Willkommen zurück. Ah, da oben ist noch ein... ...Ein Seefisch. Oh oh. Notausgangsprotokoll. Mhh. 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 Mh. Okay. So. So, wie sieht das Wetter für morgen aus? Sonnenschein? Uh. Verdiente Leistungspunkte? Jo. Taucher Snake Vortex Senator. Na, 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 na ... Sei gegrüßt, Dickhawk. Ich würde Ihnen gerne eine Idee zur lokalen Unterbreitungen kommen. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Museum, Stadt, Ozean, Vermächtnis. Oh, da. Den EKW habe ich jetzt gebaut. Ohne was drauf kann ich ihn aber nicht bewegen. Hab den lilanen Treibstoff nicht. Wie lange machst du heute? Also ich mache heute bis Open End. Und... Throgan, du könntest mal bei mir in die Kisten reingucken. Es kann sein, dass ich einen da habe. Ein oder zwei lila Treibstoff. Und keine Leitze Kisten. Ich nehme meine, dass ich einen da vor Ort chose. So, ich muss eben Muffins kaufen. Liefere drei Narzissen an Eidolien. So. So. Lauf nicht weg, Oliver. Bin schon gefasst, was meine Mutter mir zum Geburtstag schenken wird. Ich hoffe, das neue Boy Detective T-Shirt. Wirst du in den Frühling Blumen anpflanzen? Ich kann nicht sehr viel pflanzen, da bin. Oh. So. Vielen Dank für das Geburtstagsgeschenk. Ja. Oh, vielen Dank für das Geburtstagsgeschenk. Und... Nein. So. Wo ist Scott? Ah, der ist hier unten. Oh. 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 Ja. Oh. Ja. Danke für das Geburtstagsgeschenk. Danke für das Geburtstagsgeschenk. Ah, Bürgermeister neulich. Okay. So. 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 Ja, 16 Geschütztürme oder was? Ah, okay. Und, kannst du mit dem fahren oder musst du erst bauen? Ah, okay. Wo sind diese blöde Narzissen? Ah, okay. Weil ich kein Interesse an dem Öl hatte, sondern eher an der Säure. Und, ähm, das Wasser-Ding halt. Das hat mich ein bisschen mehr gestört als das Benzin, sag ich jetzt mal. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ja, also Säureproduktion dauert echt ewig und drei Tage, obwohl ich da sieben Fässer stehen hab. Also, ja. Oh. Wo ist denn Alia? Oh, okay. Oh. 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 Oh, okay. Hehehe, Quest erledigt. So. Ich hab mir jetzt... Ich hab nur eins. Habs wie schon... Wenn einer Schritt geht, ist es einfach schnell. Und wenn man sich so macht, ist das bestimmt auch lustig. Ja, das glaub ich. Man ist schneller, wenn man das Gebiet nebenan grindet, wo ich nach deiner Anleitung gebaut hab. Okay, ja. Kann ich mir auch vorstellen. Also so ein paar Runs durch das Gebiet durch und dann hat man mehr Säure, als man überhaupt braucht und dann den Rest macht man über... Ja. Ich... Ich kann's mir vorstellen. Also da passt für ein Dampf viel Treibstoff rein. Hehehe, das glaub ich. Verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. ist doch so einmal durchs gebiet dauert fünf minuten bekommt im schnitt er definitiv und vor allem wenn du wirklich einen fokus drauf legt und ich gehe mal stark davon aus dass es auch farmrouten gibt für sowas dass du da echt gut was durchziehen kannst und dann machst du da halt noch eine treibstofffabrik hin so dass wir hier drüben gucken so so Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wo sind diese blöden Sonnenkollektoren? Wo sind diese blöden Sonnenkollektoren? Alter, das muss doch hier irgendwo sein Ich brauche zwei Stück Okay, ne Truhe sag ich jetzt auch nicht, nein Noch ne Truhe sag ich auch nicht, nein Arame Hey Hey Oh Geheimnisvolle Truhen erhalten Nice Nice Okay, damit haben wir 5 freigeschaltet. Oh oh. Man kann ja nur 2... Oh. Wie nervig ist das denn? Ich weiß nicht, ob das der LKW oder der Wagen war. Ich weiß nicht, ob das der LKW oder der LKW. So. Dann gehen wir doch mal eben bei Sroven gucken. Wie der Trailer da aussieht. Oder der LKW. Oder der LKW. hey Oh, ich dachte, das wäre ein Rezept. Hallo. Oh, ich dachte, das wäre ein Rezept. Was zur Hölle hast du denn da gemacht? Ich gucke mir gerade die Bilder an von dem Werkstattangriff. Alter. Oh, ich habe Post. Okay. Okay. ... ... ... ... ... Es ist zu kurz für fast alle. Ja, das würde ich cool finden. So. Ja, Blue Grimes. Ja, Blue Grimes. Then Deckel im Abgrund. ... ... ... ... So, find ich mal ein bisschen was zu mir, äh, das, äh, das, 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 das. Diablo 4, jo, okay. Oh, man sieht von hier aus mein hässliches Haus. Okay, und damit kann man jetzt durch die Gegend fahren. Ich find die Straßenlaternen nice. So, oh, kann ich nicht hoch, okay. Okay. Das sieht irgendwie buggy aus. Boah, du hast schon drei Stück, Schweinerei. Okay. Okay, nice. Alter. Das nenne ich mal Chefsessel, Sondergleichen, so, was macht das hier eigentlich? Ich kann schnell in Form eines Händes hinwechseln und kann sich einstellen und sehe alles, was hier, okay, Chloro-Russe, okay. Okay. Nice. Cooles Display. Die Küche, oh, oh, oh. Warum sind da Blumen drauf? Funktioniert die Uhr? Ich würd sagen nein. Was macht eigentlich die Disco-Kugel? Was macht eigentlich die Disco-Kugel? Okay. So ist die Brüttwisch, vielleicht Aufregung, okay. Cool umgebaut auf jeden Fall. Die hier? Hi. Servus. Oh Gott. Hast du gar nicht gemerkt, dass du hier drinnen bist? Ach so, ja, alles gut. Was für eine Werkstatt hast du denn gemacht? Eine Verteidigung? Eine Verteidigung? Das ist die, wo du früher deine Base hattest. Bei dem Öl-Camp. Mhm. Da kann man so einen Blackfeel Öl-Feld machen. Ah. Das ist so eine Werkstatt, wo du auch dieses liebe Öl bekommst. Mhm. Für die Wellenverteidigung, für die Heimat kriegst du auch diese Kugel, die du da halt umwandeln kannst. Ah. Und dort auch raus. Und dann auch Staub. Diesen Staub, siehst du eh. Ja. Also. Nicht schlecht, was man da rausbekommt. Das geht eigentlich recht fix. Witzig ist immer, wenn ich das gebaut habe, dann hast du ja gesehen auf dem Foto, wie ich das gemacht habe. Ja. Das musst du immer wieder neu machen. Oh mein Gott. Oh. Ja. Das witzige ist nur, ich übersehe dann die Zeit meistens und dann haben die Wellen schon angefangen. Und dann höre ich eigentlich gar nicht mehr auf mitbauen. Also töten tue ich eigentlich kaum Viecher. Ich baue eigentlich durchgehend nur Verteidigung auf. Und was kaputt ist, baue ich es neu. Okay. Und dann, ähm. Weil du musst nur die Zeit überleben. Okay. Okay. Deswegen ist es relativ easy. Weil das alles zu töten, das schaffst du alleine nicht. Auch nicht zu zweit. Und dann verschwindet es einfach am Ende alles wieder? Ja. Richtig. Nice. Ich überlege gerade nur, was ich hier dazwischen stopfe. Also kleine Quader gibt es gar nicht, wo ich das zu machen kann. Doch, ich glaube es gibt ganz kleine Vierecke. Ist die als Wand? Hm. Halbrund. Ja. Das ist nur eine Säule. Das hier vielleicht. Au. Yes. Habs. Und baue ich da noch so eine kleine Lagerplatz, wo man dann sein Stuff ablegen kann mit, äh, Demontage. Also das ist schon cool. Also das ist schon cool. So, das war einfach nochmal, kann ich das nochmal wegreißen? Ja. 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 Ich hab dann wohl auch die kleinen Sattelbecher. Da kann ich mich noch nicht verschalten, oder? Nein. Woher hast du die Gatling? Ach, ich habe hier diesen Globe gemacht, der da hinten bei dir zu sehen ist. Oh, ok cool. Mach ich einfach nicht. Wo? Wo? Ich wollte mal gucken, was da bringt. Und mit meiner Raffinererie habe ich mich vertan, da kriege ich nicht, äh, direkt das Zeug raus, sondern das, was man abbauen kann. Mhm. Und ich kann mit dem Erd nichts anfangen. Gut, ich nehme mich auch nicht. Und ich habe davon, keine Ahnung, mittlerweile 1.000 Stück oder so. Problem ist, ich glaube stark, man braucht da eine Spezifikation. Mhm. Und du brauchst Öl und natürlich dann den Ofen. Selbstverständlich. Das ist, ja. Äh. Deswegen, ich weiß nicht. Wir haben, glaube ich, Zurücksetzteile bekommen. Überlege ich meine Skills-Stats nochmal zurückzusetzen. Also meine Spezifikation. Wo war das? Das war... Wie hieß denn das? Wie hieß denn das? Hier, Spezialisierungssäuberer. Drei Stück habe ich davon. Ja, ich habe nur noch einen. Weil ich schon zweimal zurückgesetzt habe. Setzt der alles zurück oder nur einen? Ein einzelnen Perk. Boah, da muss ich ja genau wissen, wo das war. Ja. Boah. Ich habe da zum Beispiel dann einfach die sinnbefreiten Sachen rausgenommen. Ja, okay. Das würde ich zum Beispiel rausnehmen. Also das nächste, was bei mir wahrscheinlich rausfliegt ist, ähm, dass ich über Solarkraftwerke mehr Energie bekomme. Einfach nur... Hä? Solar? Das ist doch generell. Oder ist das speziell? Weil ich habe eins, wo ich zwei Energie für jede Anlage bekomme mehr. Und ich kann eine zusätzliche bauen. Ja, und ich habe eins, wo ich, äh, 20% mehr Energie bei Solar bekomme. So, und wenn ich dann... Okay, ja, das brauchst du nicht. Ja, jetzt, jetzt schon. Aber wenn ich dann alle Generatoren aufgebaut habe, dann, dann brauche ich es definitiv nicht. So, jetzt brauche ich mal dein Verständnis. Was verstehst du da? Anlagen... Also, beziehungsweise, was ist für dich normale Munition? Hä? Also hier steht, Nachschubswerkbank, 50% Herstellungsleistung bei Herstellern normaler Munition. Weil das finde ich an sich recht geil, wenn da jede Munition gemeint wird. Oder ist das normal? Okay. Ich habe... Äh, ich habe einen Bonus für, ähm, AP-Munition. Genau, das ist die mit Sternenstaub, da kriegst du mehr raus. So einen Bonus habe ich auch so einen ähnlichen, eher genau den gleichen. Genau, und normale Munition ist dann wahrscheinlich wirklich dann einfach hier Wolfram-Munition. Was schreibt Manni denn? Du kannst es zu dem zu verarbeiten. Jo, genau, aber dafür braucht man die Spezialisierung, glaube ich. Oder hast du da einen Tipp, Manni? Ich weiß das noch nicht nicht. Weil ich habe 62 hier. 45 hier. Ach ne, von den Sternen-UID habe ich so viel. 100. So, jetzt habe ich das mal verbessert. Jetzt teste ich es einfach mal. Ich baue mir einfach jetzt eine neue Werkbank hier. Kriege ich 50% mehr Munier... Oh ja, das ist auch die Munition gemeint. Geil. Oh, geil. Das ist mega. 50% Herstellungslastung bei Herstellung normaler Munition. Das ist... Das heißt, ich krieg die doppelte Muni raus. Ja. Heißt, man spart Wolfram. Zielt der Perk dann? Ne, vermutlich nicht. Ich denke mal, das eine ist diese spezielle Muni. Ich weiß nicht, ob der Perk zum Beispiel auch dann zählt, wenn... Oh, das könnten wir eigentlich mal ausprobieren. Ich fahr mal eben zu dir rüber. Jetzt könntest du mal schauen, ob das bei meiner Werkbank dir auch zählt. Ja, genau. Das war nämlich die Idee dahinter. Äh, genau. Wo hast... Ach, du hast das nicht, ne? Ich schaue mal, ob man irgendwo im Internet sieht. Oder ist das... Ich glaube, das ist total random. Ich glaube auch. Oh. Oh. Au. Wie nennt man das nochmal? Spezifikationen... Liste... Memory... Cleans... Effekte... Guide... Ah, du hast es hier oben auf den Wagen drauf gebaut, ne? Ne, Munition ist hier drin. Oh. Also Munition... Ich habe ja nie Sachen mit zum Munition bauen normalerweise. Ja, ich auch nicht. Also, da habe ich echt nur zum Schottverbre... äh, Schott... Prefiken gemacht. Lol. Geht das? Ja, das zählt auch für mich. Ach, krasse Scheiße. Jetzt ist die Frage, wenn... Wenn ich die Werkbank bei dir baue. Genau. Dann können wir gerne ausprobieren. Ich komm. Warte, ich würde... Wir können das hier direkt ausprobieren. Oh, ich habe keinen... Du hast keinen Stahl. Was? Stahl? Bau halt die beste Werkbank. Da hast du mir eh ab. Oh, ich habe keinen Stahl mehr für die beste Werkbank. Okay. Und ich habe keine... Ja? Wobei, den Perk... Den Perk habe ich ja auch. Ach so. Wobei, dann dürfte nur ein Perk drauf sein und nicht zwei, wie bei mir. Ich habe ja beide Perks. Weil an sich, früh oder später werde ich natürlich AP Muni machen. Weil ich habe die Wolfram Muni hier noch gar nicht freigeschaltet. Ach so. Ja. Ich habe hier direkt die Wolfram... Alter Schwede. Wie viel Schaden macht die Wolfram Muni? Wie viel Prozent? Zehn. Die andere nur acht. Ne, ne, ne. Das ist Stahlstern zu Wolfram. Was macht Wolfram zu Wolfram Stern? Moment. 15? Oder 12? Ja. Außer du wählst hier unten auch noch Sternstaub aus, dann kriegst du noch Psy-I-Intensität. Oh, nett. Mhm. Oh, warte. Ist Muni nicht auf dem Geburtstag? Ja, eigentlich irgendwann, aber die ist grad die ganze Zeit an Planet Crafter zocken. Hä? Okay. Auch nicht schlecht. Hä? Hä? Oder die hat ein Laptop mit, und hat sich irgendwo in der Ecke gesetzt? Oh, das wäre schon hart. Hä? 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 Äh, aber man, why not? Why not? Hä? Also das wäre für mich so wie, was für ein großes Fuck You willst du an die Person geben, die Geburtstag feiert. Ah, sie wartet darauf, dass Jackie wiederkommt, damit sie losfahren können. Ah, okay. Ja, ich glaube es gibt nur eine Liste, aber nicht wirklich eine Anzeige. Man hätte sich vor irgendwie ein Foto machen müssen, wo was ist. Und ich glaube man kann es nicht vorab schauen, was da war. Aber das Geile ist, warte mal, hast du die geperkte, ne hast du nicht, oder doch hast du? Was? 50% Ertrag bei Zerlegung von Elektroschrott und Elektrotein. Das glaube ich. Ich kriege noch 30% bei... Warte, was steht hier? Ich kriege 30%... Ah, kannst du mir eine Bauberechtigung geben? Sekunde. Freunde, Hi. Warten wir sind auch schon 50. Ja, heute beim Farm von Wolfram. Ich war in der Stadt und hab Elite gekillt. Elite ginge. Freude. So, hast. Okay. Ich schaue jetzt, ob man das irgendwie gleich nachschauen kann. So. Ich habe nämlich Ertrag beim Zerlegen von Teilen, Stoff und Plastik 30% mehr. Hast du das jetzt auch hier an der dran? 30% Ertrag bei Zerlegen von Teilen, Stoff und Plastik. Ja. Hier ist... Weil bei deiner kriegst du ja nur Elektronik mehr und hier kriegst du von allem mehr. Ja. Aber du könntest deine Werkbank, das ist dann ja jetzt, du könntest deine Werkbank bei mir dann bauen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Stoff und Plastik so prioritisiere, weil Stoff und Plastik hatte ich eigentlich nie Probleme. Ich habe eher Probleme mit Elektroteilen und da finde ich die dann irgendwie besser. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe echt Mangel-Elektroteile. Ah, ich habe was gefunden und zwar, wenn du schaust, eine Spezialisierung, das steht schon dabei, was du noch auswählen kannst. Und wo? Wenn du da reinschaust und einen Perk anklickst, steht das bei dem Perk unten da dran mit Zugehörigen-Memettigen. Oder was man... Nee, oder? Nee, das ist nur das, was da... welche du freischalten musst, damit du dieses Ergebnis bekommst. Aber nicht... Warte mal, das war hier irgendwie... Ich weiß nicht, wo jemand ist, das ist... Das haben sie wieder blöd gemacht. Ja. Das ist... das ist... blöd. Einfach nur blöd. Und dieses Wiki ist auch sehr strange. Hast du mal dieses Wiki angeguckt? Nee. Das ist wirklich sehr strange. Ja, okay, dann schaue ich mir noch an, was ist noch uncool? Ja, ich weiß nicht. Schroppflinten versuchen 30% mehr Schaden und verbrauchen weniger Strom. Oh, wow. Hm. Wenn ich das jetzt bestätige, ist das vermutlich sofort weg, oder? Ja, wahrscheinlich. Kann ich das dann wieder auswählen, oder verbrauche ich es trotzdem? Ja, also du verbrätst dir unten das, ne? Also, ich weiß nicht. Man betätigt das ja vorher. Ja. Das ist das Problem. Jawohl. Hier ist es. Ich hab's. Uh! Gott, was war das? Was? War das ein Freundenschrei, oder hast du dich erschrocken? Nein, ich hab' mir gefreundet. Uh! Ah, okay. Melzen, ich hab's. Nice. Jetzt muss ich auch meine Dinger wegwerfen. Hä? Weil die verbrauchen zu viel Strom. So. Ja, weil der Perk hat, äh, gemacht, dass 30%, äh, ich glaub 30% oder 50% weniger Strom bei Schrotflintentürmen. Ach so. Das heißt, ich muss... Ich hab' meinen kompletten, äh, Verteidigungsteil, äh, auf einen gesonderten Stromkreis. Hab' ich auch. Aktuell hängen die aber zusammen, weil ich so viel Strom hab'. Ach so. Da ist es. Ich brauch' Öl, ich zieh' um. Ich brauch' wirklich Öl. Und was kannst du da jetzt machen? Ich kann jetzt dieses Sternenspur-Erz, was ich hier auch abbauen kann. Ja. Und 15, also 50 Sternenspur-Erz mit 15, 3, äh, das blaue Öl. Hm. Kann ich, ähm, mischen oder verbrennen und krieg' 50 von diesen Sternenstaub-Quelle raus. Also damit, wo man's verbessern kann. Uh, nice. Also das ist schon geil. Das ist einiges besser als, äh, diese Säure-Produktion hinter meinem... Äh, ja. Äh, ja. Is, ja, ja. Das auf jeden Fall. Eigentlich, eigentlich könntest du das ganze Haus vollkleistern mit Geschütztürmen, mit dem Strom, du jetzt produzierst, weil das, was du hier bringst, das, was das hier bringt, das ist schon ein Witz. Ja. Also, oder halt eine Raffinerie machen für Öl. Und halt, äh, am besten noch solche... Eigentlich kannst du das ganze Strom verbrauchen, um diese Plattform zu betreiben, um Sternenstaub zu bekommen. Aber diese Plattform brauchen 15 Watt. Okay. Und produzieren alle 60 Minuten 50, äh, von dem Erz. Hm. In Sicht ist das ein besserer, passiver Einkommen als, äh, die Säure. Ja, vor allem die Sternenquelle brauchst du bedeuten mehr. Ach, ich wollte eigentlich gucken, wie viel Säure ich gemacht hab. Genau, und davon braucht man viel mehr, weil ich hab mal das Upgraden angeschaut, das ist, das kostet, auf den Stufen 7, 8, 9, 10. Ja. Also, bin ich nicht, aber ich bin bei 6, 7 oder so. Ja. Das ist ganz willkommen live. Und ich hab schon irgendwie Bock, mal die bessere Uni zu verwenden. 11. 1. Ja. Also, ich kann's euch verarbeiten, wenn ihr mir das Zeug gebt. Dann gebe ich's euch und verarbeite ich's und gebe's euch. Ey, Momento. Ich hab grad eben mal nachgeguckt, ne? Ich verbrauch, ähm, äh, oder ich hab jetzt, ich glaub, in 3 Stunden hergestellt, äh, 8 Säure. Ja. Soviel dazu. Ja. Und über Nacht halt auch nicht viel mehr, ne? Es lohnt sich leider echt nicht. Leider. Habe ich noch irgendwo Öl? Ich hatte doch irgendwo Öl. Ja, und das, was, äh, Thor geschrieben hat, ähm... Mit dem Run durch die Stadt, ja? Ja, genau. Also, dadurch opfere ich gerne meine, äh, 10, 20 Minuten und hab dann gemüht. Von dem Zeug. Äh, ich kenn nicht... Dawn of War Dark Crusade. Das sagt mir überhaupt nichts. Das sagt mir jetzt auch nichts. Hööööö. Wieso kann ich das da nicht himmontieren? Oh, oh, oh. Oh. Äh, oh. Ich bin ein bisschen kleiner geworden. Was war noch mal die Strumpfläche? Ich bin kleiner geworden. Das ist ein Screenshot wert. Nett. Komm ich denn überhaupt noch raus? Oh, oh. Ah, ja. Super. Oh, ich schicke dir gerade eine Handelsanfrage. Oh, okay. Nee, nicht das blaue Öl. Oh, das lila Öl. Nee, das andere, was man auch fürs Tanken von Fahrzeugen braucht. Oh, wie kriegt man denn das hergestellt? Ich denke, dass man das ganz normal vom Ding her bekommt. Wieso ist das blau? Bei der Skitzturm auch blau? Was? Ich muss noch kurz mit meinem Fahrzeug ein, 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 ein bisschen fahren. Ja, wahrscheinlich kannst du gerade nicht fahren, weil mein Motorrad dazwischen steht. Auch, ich kann schauen. Mein Fahrzeug befindet sich im Kampf, kann gerade nicht teleportiert werden, weil du drüber gefahren bist. Äh, lol, jetzt hängen hier bei mir Luftleitungen in der Luft. Aus der normalen Raffinerie aus dem Öl. Synthese-Werkbank? Du kannst eine Raffinerie bauen. Du tankst Öl ab. Wie hast denn du das Öl verarbeitet? In der Raffinerie. Okay. In der normalen Raffinerie. Ja, hast du hier eine spezielle Raffinerie gebaut? Moment. Ich habe hier auch eine ganz normale, okay. Und wenn ich das da reinschmeiße? Brauchst du erstmal Strom. Ja. Oh, bau du das mal ab. Ich glaube, ich klaue dir sonst deine Bauteile. Und das tust du ja. Okay, bei mir kam da immer der lila Treibstoff raus. Also, äh, die Wand ist falsch rum. Und ach, oder sind die so? Die sind leider so. Äh, die sind weiß. Und wieso schweben hier jetzt Kabel? Das sieht ja sowas von beschissen aus, bei mir schwimmen da Kabel. Kann ich die auch da wegreißen? Kann ich da auch wegreißen? Wie genau funktioniert das? Im Auto. Muss ich die mit Strom versorgen oder haben die automatisch? Ich glaube, du musst die mit Strom versorgen. Aber ich habe ja hier eh einen, einen Bio-Gemisch-Generator hingestellt, was halt einfach angenehmer ist. Kannst du doch mal, oh, man kann Mais reinschmeißen. Man kann jeglichen Scheiß, glaube ich, gar nicht messen. Cool. So, jetzt habe ich es angemacht, jetzt müssen die Strom. Haben Sie? Haben Sie? Hat er da drüben auch Strom? So, mach mal eine Testfahrt. Mach mal eine Testfahrt. Ich fahr jetzt mal rüber zu der Öl-Plattform. Ach, du bist auch drin. Oh, fuck. Okay, äh, wo ist das Kamera wechseln? Okay, ich muss einen Fastpass machen. Alter. Das geht ja aber gar nicht. Kannst du mir mal sagen, wo die Straße ist? Ich sehe nicht viel. Direkt hier vorne. Ah, nice. Das ist so ein Feldweg. Achtung, Baum. Oh, du bist gegengefahren. Oh, geil. Das wäre ja der linke, oder? Ich glaube, der rechte, warte. Ich reiße oben, glaube ich, irgendwas mit. Ah, nicht wegfahren. Was? Ich bin ausgestiegen. Ich wollte den Baum fällen. Kannst du eigentlich oben auch auf der Plattform stehen? Oder hat's nicht da weg? Vorwärts war's. Irgendwie häng ich irgendwo. Ah. Und? Ja, es ruckelt zwar ein bisschen, aber... Ich muss hier... Ich kann hier nicht fahren, weil... Die Zäune da links, glaube ich, zu niedrig sind. Für meinen... Ich muss das, glaube ich, noch höher bauen, irgendwie. Es fehlt ein Lift. Mach Caps für Kamera wechseln. Ja, ich habe jetzt First Person gemacht. Ich weiß nicht, ob es... Ah, da habe ich den Sitz gewechselt. Gibt es noch eine andere Position? Nee, ich glaube, es gibt nur die zwei Positionen. So. Na gut. Mal schauen, ob die Schütze schießen, wenn da die Ziegen vorbeigehen. Ich höre hier irgendwas schießen. Ja, das sind meine Türme. Ja, die machen aber nicht so viel Schaden. Nicht? Das sind die Stufen Altüren. Kann es sein, dass du die überhaupt nicht eingeschaltet hast? Doch, doch. Die haben Strom. Ja, weil der ist hier rot. Der Knopf. Ja, mach halt mal B und Ö, äh, B und... Kannst du eigentlich B? Müsstest du können. Ja. Und schau mal, ob die Strom haben. Das ist, glaube ich, was ausgemacht. Da steht er dann drin, ob es in Betrieb ist oder nicht. Ja, das ruckert hier alles durch die Gegend. War Iso-Gemüchen. Ui, was ist mit dem LKW los? Der hat wohl Spaß da drüben. Auf welcher LKW? Das Haus da drüben hat. Oh. Das ist ein bisschen, wenn der geflogen wird. Ja, auch das andere Auto. Ja, ja. Also, jetzt schau ich mal kurz. In Betrieb? In Betrieb. Okay. Und das sind die besten Türme, die man bauen kann. Oder ich muss halt Schrot bauen, aber schau ich nicht. Schrot ist halt eher schwach. Also halt stark, aber halt wenig. Ich weiß, was ich weiter... Hm, ich muss ja irgendwie darüber. Das ist die Frage, wie komme ich denn darüber? Ah, hier könnte ich auch schon Öl abbauen, oder? Aber ich brauche aber auch Sternen. Es gibt Döns. Ja, da müsstest du da hinten hin. Hier ist nix, oder? Am Rohr. Ganz rechts ist ne Brücke. Ich glaube, ich kann doch auch durchs Wasser fahren, oder? Ich weiß ja nicht. Was ist das, dass es tief ist? Ja. Oh Gott. Warten. Ja, das sieht irgendwie alles sehr komisch aus. Jetzt sieht es sehr tief aus. Und weil, wenn ich mir die Fundamente da drüben anschaue... Ja. Sieht es nicht so tief aus. Versuchen wir es. Ja, da sind ein Haufen Bäume. Robo. Das war's. Kein Benzin mehr oder hängen geblieben? Äh, kein Pett nicht mehr. So, jetzt kommt die große Frage. Wie kann man den wegporten? Das kann ich dir nicht sagen. Weil, wenn ich porte, kommt immer noch mein Motorrad hin. Muss ich den bei meiner Dings zurückporten, vermutlich. Ähm. Ich will doch. Das weiß ich jetzt nicht. Ich hab's geschafft. Oh. Es steht einfach wieder. Oh nein, ein Baum. Der größte Feind eines Algaris. Oh, das hat geklappt. Okay. Äh. Geiss dich mit. Ich will einsteigen. Oh oh. Oh oh. Hä? Ah, ich wurde überfahren. Ach so, okay. Dann ist es ja nicht so früh. Ich muss hier einmal drehen, 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 drehen. Ich kann dir auch die Bäume wegmachen, wenn du willst. Nee, nee, alles gut, alles gut. Ich komm da durch. So. Da vorne ist langsam wieder eine Straße, aber so irgendwie aus Kühl. Letz'ah. Willab manchmal nicht. So, schauen wir mal, ob das so krass Damage macht. Das sind halt auch nur zwei Geschick-Türme. Ja, irgendwie schießen die nicht. Wir schießen nicht. Oh oh. Doch, der hat geschossen. Also ich höre sie hier auch schießen. Sehr komisch. In der Oben balance jetzt ab. Oder bist du das? Nee, ich bin auf die Motorhaube gegangen. Also dafür, dass das irgendwie Schnellschuss-Türme sind, sind sie echt langsam. Oder habe ich sie irgendwie verpackt? Ich weiß nicht. Was? Hey, das ist so verpackt, die ist overlap und ein Ding. Also es ist draußen vor denen. Der macht jetzt ordentlich Schaden. Also ordentlich, aber das Viech fällt halt um. Hm. War nicht eigentlich... Nee, jetzt nicht. Äh, ich wollte der Dings suchen. Gut. Die Klatan-Nationen und dann fliegst du doch runter. Nee. So. Hä? Hm. Das hat's gewechselt. Oh nein. Ein Baum. Nee. Er regt vor mir. Komm, komm ich da durch. Komm, komm ich da durch. Komm, komm. Das sieht einfach so geschiss aus. Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, wie das Ding aussieht. Also es... Vielleicht mache ich oben runde Plattformen, dass wir vielleicht noch ein bisschen... Ja, ich... Ja, ich wollte gerade sagen. Oben ein bisschen runder machen. Unten auch vielleicht rund nehmen und nicht diesen eckigen Bauch. Mal gucken, hier hast du das schon, vermutlich schon, oder? Den Sterne-Staub. Ja, ja, den hier haben wir. Ja, ich hab den noch nicht gehabt. Ich hab den jetzt gerade eingeholt vorhin. Äh, wie viel Ausschlag haben wir hier? Nichts, ne? Gar nix. Aber Öl ist hier. Ja. Denk ich mal durch den schwarzen Boden. Also die Plattform von denen hier finde ich ja mal geil. Oh, was? Wie? Täuschen? Hm. Hm. Also halt geil mit Glas. Glas sieht schon mega aus. Ja. Ja. Ja, hier haben alle das zugebaut, ne? Ja, das hier ist schon alles. Ja, da kommt's halt nicht hin. Hier verstrahlt? Sieht nicht so aus, nee. Nee, noch nicht mal hier direkt am Zaun. Das ist hart. Vermutlich genau da, wo der jetzt ist. Ja, 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 genau hier fängt's an. Okay, der Baum hängt. Der Baum lässt mich nicht vorbei. Und die Bäume kann man nicht absägen. Hm, doch. Nee, doch. So, hier ist auch nix. Ich glaub, da müsste man fast die Welt wechseln. Wobei, ich glaub fast in jeder Welt ist da gebaut. Ja. Ich kann's mir nicht vorstellen, dass ihr irgendwann nicht baut. Ist halt einfach ein geiler Spot. Öl und, äh, Säure. Äh, Sternen. Ja. Bei dem Ding hier ist auch nix, oder? Ja, ich lauf grad hier alles ab. War da bei deiner, bei alten Base kein, äh, Sternen, also keine, äh, Verbrechung? Doch, da hat der eine Typ eben grad gebaut. Ach. Oder? Ich hatte, äh, Diesen Platz hättest du nicht aufgeben dürfen. Ja, ich merk das schon. Öl ist begehrens. Äh, wo ist Rohr Ende? Rohr ist nix zu Ende, oder was? Komme ich denn nix so durch? Dafür, dass es so ein fettes Teil ist, fährt es eigentlich relativ schnell. Lässt sich auch sehr gut lenken. Okay, außer irgendwo ist ein Baum im Weg, ne? Ja, natürlich, das kommt auf deinen Aufbau an. Wenn der Aufbau ein bisschen kleiner wär, wär's vermutlich auch einfacher. Ja. Oh, ich hab drüber hinausgebrochen. Oh, mein Platz ist doch noch frei. Ja, dann los, hol ihn dir. Äh, ich... Ich brauch ihn nicht. Wieso nicht? Wirst du nicht mehr umziehen? Nee. Ich find die Position jetzt ziemlich nice. Ich glaub, die geschützt schon, weil die baue ich noch vorne, oder? Hm. Wär zu sein. Ach, du kommst mir entgegen. Okay. Hatt ich überlegt, gerade wie ich hier rüberkomme. Ah, da. Oh nein, ein Baum. Oh, oh. Das sieht aber auch wild aus. Da komm ich sofort. Du siehst da nur so ein blödes Haus durch die Gegend fahren, weil das Fahrzeug nicht reingerendert wird, aber das Haus. Jetzt hast du ein Fahrzeug. Das sieht echt cool aus. Ach ja. Hier hast du den unten los. Ja, ja, genau. Und dann mit den Enden der, ähm, der Sache dann genau hier. Also das Ende des Baugebiets, weil sonst kommst du zu nah an die Festung ran. Oh, kurz. Ah, ja, hier ist verseucht, hier ist verseucht, hier ist verseucht, hier ist verseucht. Okay, Öl. Nee, B. Öl. Öl kriegst du in der gesamten Fläche. Fuck. Fuck. Oh mein Gott. Ich hab nicht geschaut, wie hoch ich es gesetzt hab. Ich hab nur geschaut, wie es reinpasst. Ich hab nicht an der Höhe angepasst. Ja, ähm. Hey, ich hab ein schönes Bäumchen. Jetzt tue ich meine Bäume im Haus, oder was? Ja. Die fallen einfach an oben. Das ist geil. Ach Gott. Wie viel hier drin ist. Oh. Ja, das einzige Problem ist natürlich, alle Pumpen sind weg, ne? Das ist mir egal. Die Ressourcen kriegen wir ja wieder. Ja. Kann ich ja schnell wieder bauen. Ja, nur, dass du jetzt aktuell keinen Strom haben solltest. Wieso? Weil deine Sternen, äh, nicht im Schmutz drin sind, oder? Ah ja, stimmt. Aber ich hab ja noch Solar. Das heißt, das müsste ich auch umbauen und setzen. Ja, das müsstest du halt dann nach da hinten ins Eck setzen. Oh, wo hab ich denn hier noch Sternen? Ist das auf der anderen Seite vielleicht? Hier ist Verschmutzung. So weit weg? Ja. Dann machst du hier ein kleines Außengebäude. Hier ist auch... Ist das noch innerhalb? Nein. Wann darf ich es umsetzen? Funk ich erst in neun Minuten. Uff, kommst du. Hm. Geht das hier hinten auch? Nein. Ist das blöd? Mhm. Zu nah am Rand ist blöd. Und diese Sternenreinigung, die können wir... ...bei mir in der Base machen. Können wir auch machen. Dann komm ich halt zu dir und brauchst du rein. Aber das kann nur ich rausnehmen. Ja, das weiß ich nicht. Ist so. Haben wir schon mal probiert. Oh. Also nicht direkt, dass die Sternenreinigung auch was anderes... Ich hab auch mal mal was gebaut und das kann nur ich rausnehmen. Ah, okay. Ähm. Und weil die Base ist unbreakable. Ja, da hab ich schon gesehen bei deinem Video was hochgesandes. Oh, richtig nice. Das sieht echt cool aus. Überleg schon, das auch so zu bauen. Hehehe. Das hat was. Das ist nicht so eckig wie meins. So irgendwie schön rund. Ja, ich hab mir da auch extra ein Video für angeguckt. Alles Nächste ist, ich muss ja auch noch Plattformen dort bauen. Die mir abbauen. Und das ist die Frage, habe ich hier überhaupt genug Fläche dafür? Ja, doch. Hier hast du auch das Problem, dass du nicht so nah an Festungen bauen darfst. Aber hier kann ich bauen, wo du stehst, ist ein Baugebiet. Ja, versuch mal irgendeinen Gegenstand zu platzieren. Ne, ich such grad. Äh, wo war denn das? Hier war das. Äh, Holzstern. Das ist ja richtig behindert. Mhm. Naja, ich kann es hier nirgendwo platzieren. Ja. Das ist ja mal... Ich kann es hier hinten platzieren. Hier geht's noch, hier geht's noch. Hier geht's nicht mehr. Nee, da brauch ich nen anderen Platz. Ich schau mal, wo es noch so nen Platz gibt. Äh, ich glaub, das wird der einzige sein, oder? Vermutlich ja. Once Human. Öl und... Dern. Hallo Zuschauer. Best Base Location. Hallihallo. Was sagen sie da? Ja, die Stadt da oben. Okay, und wieso soll der so gut sein? Öl ist einfach... Ja, was... Ja, da holen wir uns mal ein anderes Örtchen an. Komm schon, ich will nicht bauen, ich will mit dem Ding fahren. So. Äh, hier hinten. Äh, da soll Öl sein? Wo? Äh, hinter der... Äh, Blackfell Base. Da? Bei dem Sandgebiet. Also was, bei dem helleren Sand, beim weißen Sand, nicht beim roten. Ja, da sind Öl. Das ist, glaub ich, ne Ölpumpe dort in der Straße. Könnte sein. Ich fahr mal da hin. Weg... ...wäre... ...Gott. Ja. Kann ich das irgendwie wegmachen? Es wäre am besten, wenn ich dann von hier... Soll ich wirklich nochmal durch die Stadt und durchs Wasser oder unten über die Brücke? Oder oben rum durch die Stadt? Ich glaube, oben rum, die Stadt ist angehend immer. Ich fahr oben rum. Tapp, tapp. Ich weiß nicht, wo du bist. Hinter dir? Nein, nein, nein. Ich meine, kartentechnisch, wo du hin willst. Äh, beim Dorf. Äh, bei der Stadt hier. Also die Stadt, was es hier gibt. In diesem Stadion. Mhm. Wenn du dort weiter Richtung... Westen fährst. Da, wo der weiße Sand ist. Wo auch die Crest war. Beim See. Ah, okay. Und da... Da soll angeblich Öl geben. Und wenn ich auf der Karte gucke und ein bisschen mehr reinzoome, da sieht es so aus... Oh Gott, das ist ein Auto. Ja, hier. Ja. Ob auf dem Weg, auf der Straße, so eine Ölpumpstation ist. Okay. Aber ob man da bauen kann, natürlich was anderes. Ja. Bis ich dort bin, brauche ich jetzt die Minuten. Das hat es mir ja hinterherfahren. Ich wollte gerade sagen, ich fahr mal eben vor, ne? Ja, räum die Autos mal weg. Ja, das geht nicht. An sich fährt das Truck eigentlich ganz schnell. Äh. Also, ich fahr gemütlich, äh, 60 km. Okay. Ah. Ein Stein geholt. Ja, das schon, aber eben gerade standst du einfach schwebend auf der Straße ohne Fahrzeug. Ah, nice. Ja, also da fehlt wohl noch ein bisschen Nachbearbeitung von den Entwicklern. Ich hab die Straße verloren. Ja. Wo ist hier die Straße? Soll eine Straße sein, ich seh sie nicht. Äh, so. Hier rum soll ich fahren. Der sagt, ich soll oben rumfahren. Aber ich fahr durch die Stadt. Und dann die Rennschnecke, die hinter ihm herschleicht mit Blinker links. Oh, ja. Ah, Bus. Wow. Ja, oh, ich fudere. Ich seh nur dieses Häuschen, was wegschlägt. Was, der Bus kommt auf mich zu? Ach, der Bus. Oh, geil. Ich hup mal. Er setzt dich hin, der Bus. Nice. Ich will ihn an den Arsch. Ich auch. Ich kann schon hin. Ich bin ein wenig weggeschleudert worden. Wie viel Leben hat dein Motorrad noch? Weiß ich gar nicht. Ey, nerv nicht. Nice. Ich glaube, ich muss mal ein Auto mit einem Truck schnell wegtun. Der hat keine Chance gegen mich. Ja, der hat die 30% weggehauen. Oh, fuck, okay. Huh. Ich kann schnell zur Seite fahren. Der Truck, der Bus hat Vorfahrt. Das war lustig. Das war knapp. Lol. Okay, jetzt dachte ich schon, ich bringe die echt um. Weil die so lange auf dem Boden lagen. Ja, das Dächtlein, das fehlt noch bei dem LKW ein bisschen. Vor allem ist er rund. Naja. Und jetzt stell dir einfach vor, da hat so ein Typ ein Standardamerikanisches Einfamilienhaus draufgebaut. Das sah so geil aus, als er damit durch die Gegend gefahren ist. Das ist klar, man braucht es ja nicht mehr. Du kommst überall hin. Aber du brauchst halt viel Zeit, weil Porten kannst du dich von dem, glaube ich, nicht. Aber du kannst dich hinporten, aber nicht weg von dem Wegporten. Das geht, glaube ich, nicht. Das wäre natürlich geil, wenn man von dem aus sich auch wegporten könnte. Darf ich gleich probieren? Ja. Weil dann könnte man den irgendwo auf der Map hinstellen. Ja, man könnten so viele hinstellen, weil der kleine Jeep ist ja eigentlich auch ein Homespot. Ja. Und wenn wir dritt sind, haben wir ja schon mal dann drei, sechs, neun Bases, wo man sich hinzlibertieren könnte. Mhm. Und wenn es Badi das Spiel wirklich noch mehr spielt, ich weiß nicht, wie viel er noch spielt, hat man noch eine Person. Kommt man dann schon gut überall hin. Okay. Also hier ist keine Sternenverschmutzung. Nein. Wow. Aber ohne Sternenverschmutzung bringt es mir nicht viel. Naja. So. Aber Öl ist da, oder? Äh, das habe ich jetzt nicht geprüft, weil dein, äh, das was du gesagt hattest, das ist einfach nur eine, wow. Äh, eine eingestürzte Region gewesen. Ach so. Was zur Hölle ist das hier? Äh. Okay. So, es könnte sein, dass es da Öl gibt. Ja, der Bus war der Verbündete der Rennschnecke. Ach, das ist die Warzone. Okay. Alter Schwede. In der Stadt kann ich ihn nicht bauen. Das ist schon manchmal übertrieben, wie viel Leben man verliert am Motorrad, wenn man irgendwie hinkriegt und runterfügt. Ja, das vielleicht nicht, aber, ähm, dass du gegen irgendwelche Bäume gegenfährst und dann sofort, naja. Also, so wie es aussieht, kannst du hier überall in der Region nördlich, ähm, dein, äh, Öl abbauen. Äh, wie das? Äh, hier ist überall so Ölpumpen. Nördlich. Nördlich von diesem, von diesem Wüstenfleck, oder wie? Ja, genau. Aber ich bin jetzt bei diesem Solarkollektoren. Wollte mal gucken, ob hier irgendwie eine Sternstaubverschmutzung ist, weil die machen das eigentlich immer, sobald du in der Nähe von, ähm, wie heißt das gleich noch, von Festungen bist. Ja, aber hier kann ich nicht bauen, nördlich, weil das ist ja so eine Grenzregion, Ruine. Okay. Das ist ja hier ein Schlachtfeld. Wo ich jetzt gerade stehe. Oh, ich wurde rausgeportet. Hier gibt es echt keine Sternstaubverschmutzung. Schade. dass man sowas nicht auf der Karte einfach anzeigen kann. Ja. Würde vieles vereinfachen. X. Gott. Hallo Lala, hast du deinen Spaß? So, ich will mal gucken, ob ich über die Brücke rüberfahren kann. Äh, wo bin ich? Da bin ich. Okay, ich kann mich nicht zu meinem, äh, Bug-Tilgutier. Ah, schade. Ich stehe sogar drinnen, in welcher Welt der schon. Hm. Oh, man kann über die größte Brücke fahren. Auch da mal hin. Hattest du bei deiner alten Base einfach mal, äh, ne Wasserpumpe auf Sand gebaut? Hm, hm. Hm. Vielleicht hättest du schon die ganze Zeit Öl abbauen können. Ja, ich weiß nicht, ob es auf meinem Gebiet Öl gab. Hm. Du meinst wirklich, dass es über einem ganzen Sandgebiet Öl pumpen werden kann? Kannst du aber bei dir gucken, baut bei dir, oder hast du komplett im Wasser alles? Ich, äh, das könnte ich mal ausprobieren, ja. Einfach bei dir irgendwo eine Pumpe hinklatschen und schauen, was da rauskommt. Mal verfluten. Ja. Aber ich glaube nicht, dass der Öl rauskommt. Wäre natürlich schon cool. Ja. Oh, keine Biene. Das ist da, wo ich vorhin war. Ich weiß halt nicht, das sieht zwar dunkel aus, sieht aber irgendwie nicht noch Öl besser aus. Oh, wow. Oh, wow. Das ist da, wo ich vorhin war. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, man. Oh, oh, wow. Oh, oh, wow. Uh oh. Oh, ich habe einen Schutzhelm erhalten. Ich bin jetzt bei meiner Base, mit einem Kack Krokodil drinne. Der ist da wohl eingezogen. Ja, andauernd. Ich schließe sie jetzt einfach mal an die Verteidigung an. Komm gleich mal auf. Ja, das macht es ja schon die ganze Zeit. Oh, okay. Wegen den Wasserbehältern. Wegen die Wasserpumpen. Dann schließe ich nochmal 10 Watt an. Jaja, ich schalte jetzt die normale Versorgung aus. Eben. Und nur die Verteidigungsanlagen, dann wird der Strom ja geteilt. Aber da bin ich echt gespannt, was da rauskommt. Aber ich glaube, das wird ganz normales schmutziges Wasser sein. Ja, glaube ich auch. Aber dafür gibt es ja diese speziellen Ölfelder hier. Ja, aber da unten war halt Sand und dieses... Ach, ich muss diese Verfolgung aufheben. Das macht mich so kirre. Weil... Obwohl... Der Bereich bei dir sieht halt so nach Öl aus. Weil alles was Öl ist, ist dieses gräuliche Sand. Und der Strand ist halt dieser gräuliche Sand. Aber Ölfelder haben normalerweise auch... Gott, hab ich nicht da reingefahren. Haben ja auch diese schwarzen Flecken unten auf der Erde. Und halt nur ölig halt. Aber das ist halt nicht zu ölig. Ja, bei... Bei meinem alten Standort war ja auch nichts ölig. Aber das ist halt in der Nähe eines Gebietes. Ja. Wär schon geil, wenn man den kompletten Wies zu Öl bekommt. Ja, mal kicken, was sie sagen. Ich hatte auch kein Problem, mein Haus um abzuräumen. Ich mach das gerne. Schön beruhigend. Du kannst alles bauen, musst auf nichts achten. Weil man halt alles schon hat. Am Metz. Mhm. Das ist schön. Kannst du das Beste bauen, also das Sterbste. Genau, hier ist auch... Da, wo wir unsere allererste Base hatten in dem Bereich, ist ja auch ein Ölfeld. Ja. Die Scheune war nicht verstrahlt, oder? Nee, ich glaub nicht. Weil das wäre dann schon hier mega. Hier gibt's auch Flächen, die sind echt schön gerade. Nee. Das ist leider nicht so möglich. Once Human Map auf. Kann man hier die... Hide all. Was sind denn Danger Zones? Ach so, Alpha Institute. Okay. Okay. Ja, der beste Spot ist da auf der Rückseite. Also da, wo du warst, nur auf der anderen Seite drüben. Ah. Das ist der beste Spot, weil da hast du alles in der Nähe. Leider. Da, wo der Typ baut, der Öl ist, das ist doch Schwachsinn. Kann er zwar Öl abpumpen? Ja, okay. Ich weiß nicht, wie ist das denn? Mal kurz was gucken. B. Energie. Ja, okay. 5 Watt produzieren die mehr als einen Biomasse-Generator. Ich weiß nicht, kann man in einen Biomasse-Generator auch Öl reinhämmern? Ja, das weiß ich nicht. Müsste ich auch... Müsste ich meinen LKW angucken, weil da habe ich einen oben. Ne, ich glaube, das hatte ich auch nachgeguckt, das geht nicht. Weil das wäre natürlich dann richtig geil. Weil die 5 Watt... Mei. Das überlebe ich. Gute Nacht, Lala. Nachti. Eigentlich musst du ja nur gucken, wo Festungen in der Nähe sind. Und überall da ist immer Sternenstaub... Das ist richtig, aber... Nicht zu 90%. Hier, siehst du das in der Mitte? In der Mitte auf der Karte? Hier könnte man nochmal gucken. Obwohl... Äh... Ne, das sieht schlecht aus, oder? Ja, das ist nur Wasser dabei. Hm. Ich weiß nicht, wie es bei der Mann hier aussieht, aber auf der anderen Seite des Wassers... Punkt, ich sag da nichts. Ne, da ist nichts. Dankeschön. Dann schließt er die 5 Watt mehr an. Und... Kernschmelze, großer Pilz, Applaus der Massen. Ja, ich glaube auch. Wo war Watt? Ach, Zuschauer hat wieder... Unsinn geschrieben. Noch... Eins... Äh... Ja, ich krieg hier nur Wasser. Ja. Ja. Dann schließt er die 5 Watt an. Wieso 5 Watt? Was für 5 Watt? Äh... Das weiß ich auch nicht. Vielleicht die Reakt... Äh... Die Dingsens hier. Ich glaube, er hat nur die Hälfte mitgekommen, was wir da gesagt haben. Das kann gut sein. Weil ich was mit... Weil ich was mit 5 Watt gesagt hab. Ja. Nein, oh Gott! Ich bin an der Brücke vorbeigefahren. Was für eine Kernschmelze. Na, hier mal Öl, aber... Keine Verstrahlung. Oder halt... Wie auch immer. Das nennen soll. Ach, das ist... Das geht einfach so schnell kaputt. Mhm. So... Ich fahr einfach mal zu deinem ehemaligen Nachbarn. Und guck mal... Oder ne... Zu einem deiner beiden Nachbarn, ob die... Irgendwas mit Ölproduktion haben. Hm... Ich glaub nicht. Oh Gott. Nee, der hier hat auch nur Säureproduktion. Oh ja, die bauen mir alle übel ab. Ich weiß wie viele Häuser hier sind, wo ich bin. Ups. Wo treibst du dich denn rum? Weit im Norden. Rechts im Eck. Hier sind überall noch Häuser. Aber hier ist halt nur Öl. Ja, ich hab dich grad mal eingeladen. Gut, jetzt bin ich in dem Kriegsbereich hier drin. Ach da. Ich glaub, hier kann man eh nicht bauen, wo ich jetzt bin, oder? Nee. Was war noch... Hm? Nee, hier vielleicht nicht. Da ist auch keine Strahlung. Ja, wie wollen wir das jetzt nennen? Strahlung? Ja. Verseuchung. Irgendwie so. Ist ja eigentlich nur ne Verschmutzung. Ja, verschmutz ist ja alles. Jetzt hat's mich da draußen. Ist hier noch Öl, oder was ist da drüben? Langsam hab ich das Gefühl, dass ich außerhalb der Karte bin. Oh, schon geile Aussicht von hier. Ah nee, wenn du außerhalb der Karte bist, redet Mitsuki mit dir. Wegwies. Das hab ich schon mal miterlebt. Und hab's ignoriert. Das ist nicht gut. Ich hab gedacht, ich schaffe es noch, aber... Weil ich wollte über so eine Straße rüberfahren, zu einer Brücke. Ah. Aber... Nein. Leider war das schon zu weit, außer... Tja. Oh. Oh. Überlebe. Oh. Es sind einfach viel zu viele Büsche. Ich seh nichts. Ich seh keine Felsen mehr auf der Erde. Uh. Da war's. Da war Schwefel. Also bei der Scheune ist keine Verstrahlung. Da unten? Ja, da war ich auch grad. Ah, ok. Ok, da muss ich stehen bleiben. Da ist Gold. Gut. Kann wieder weiter. Muss eh gleich nach Hause. Weil ein Teil kaputt ist. Mir pumpt einer munter und fröhlich Öl ab. So. Ich wollte jetzt hier mal gucken. Was sieht so auf der anderen Seite aus? Da ist eine Ruine. Vielleicht ist es verstrahlt. Äh. Hier ist nur ein Friedhof. Ok. Nee, da ist nichts verstrahlt. Schau, oder? Oh. Hä? Was ist denn eigentlich mit der Ruine hier an sich? Ach, da waren wir eben mit dir. Mit dem Bild, oder? Ja. Du wolltest ja... Nee, da waren wir noch nicht. Ach lol, das war ne Quest. Jetzt hab ich hier noch eine seriöse Karte bekommen. Oh. Kannst du mich porten? Ich hab hier zwar auch was. Da könnten wir gleich mal hin. Markier's mal auf der Karte. Ja, wollte ich grad. Ok. Nee, weil ich da im Weg stehe. Ah. Ja, einfach... Markier einfach den... 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 den Turm. Ja, hab ich. Fertig? Ja. Gut, ich fahr weiter. Gut, weiter oben ist ein Turm, den hole ich mir noch, wenn ich schon mal hier bin. So, wo ist denn die Region? Hast du die Quest schon alle gemacht, diese Rätselquest? Suche das und das? Nee. Sind bei mir noch alle offen. Ich hab nur eins davon gemacht. Ich glaub das haben wir aber zusammen gemacht. Ich glaub das war's jetzt mit meinem Motorrad. Und... Boah. Boah. Ein Baum, wo du einmal zu steil, äh, links biegen ist. Zweile Mal. Also die Schatzkarte hab ich jetzt auch. Oh, den brauch ich auch noch. Also ich wüsste wo die Schatzkarte hinführt. Mhm. Okay. Ist das direkt dort oder wie? Äh, warte. Das ist... Ich... 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 Ich port mich jetzt kurz nach Hause. Ich muss meinen Motorrad abholen. Ja, ich kann da eben hinfahren, dann kann ich dich dahin teleportieren. Hol noch den Spot oder fährst du jetzt an dem Ding vorbei? Äh, ich hol mir den Teleporter noch und dann fahr ich zu dem Spot. Wenn ich das Fahrzeug auch zurückholen hier, gehe. Okay, wenn ich jetzt G drücke... Okay, muss ich auf... Wozu ist? Ähm... Was ich wollte... Ach, der Motorrad rein. Muss ich da noch irgendwas verbessern? Oder hab ich schon alles auf Max? Ich hab alles auf Max. Ja, ich hab auch alles auf Max gemacht und dann die Mimetic dafür verkauft. Das ist nicht dumm. Ja, weil die anderen Fahrzeuge würde ich irgendwie nicht nutzen. Hm. Was sieht es denn da drüben aus? In der Öl? Sieht ja nicht so aus, ob da Öl wäre. Ja, klar, ums auch noch Öl. Okay. Aber ich glaube, ich müsste da echt die Welt wechseln und hoffen, dass da nichts ist. Wenn ich an der Stelle hier bauen will. Ich denke mal, das wird alles voll sein. Hm, vermutlich. Ist halt sehr begehrenswert. Ja. Aber ich konnte eigentlich da, wo du jetzt gebaut hast, konnte ich eigentlich auch Sachen platzieren und so weiter. Problem ist, ich muss ja viele Sachen platzieren. Es ist ja nicht wenig, was ich da platzieren muss. Äh, ja. Hat einer ein Schloss gebaut. Nice. Mit den Rundungen. Türme. Ja, okay. Davon habe ich ganz viele gesehen. Irgendwelche Burgen, die da in der Gegend rumstehen. Was meinst du, hat das ein kleines Kind gebaut? Ein Mädchen, was immer im Schloss bauen wollte, äh, leben wollte? Ich bezweifle es ganz hart. Ich weiß es nicht, ob ein Erwachsener sowas baut. Ja, ich gehe davon aus. Echt? Ja. Ja. Erwachsene Frauen natürlich, weil keine Burg ohne Kerker. Wenn du willst, kann ich dich zu dem Standort teleportieren. Jo, ich steig schnell ab. Erwachsene bekommen natürlich... Ach, das kommt vom Zuschauer. Was haben wir denn hier schönes? Oh, nett nett. Wo kann man den Schalter für hinbauen? Was? Wo kann man den Schalter für überall hinbauen? Naja, ich habe auch gerade geguckt. Auf meine Sniper? Nein. Gut, ich kann es nirgends mehr hinbauen. Was sagst du noch nicht zu der Maske? Ich finde die echt cool. Vom Look her sieht die cool aus. Oh ja, das sieht echt nice aus. Mit der Kapuze. Das passt zwar noch nicht so ganz mit dem Unterteils haben, aber... Ja. Das mit der Gasmaske und der Haube würde ich keinem beibehalten. Ich weiß nicht, kann man das irgendwie speichern, den Look? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, weil das kein Skin ist, sondern nur ein, ähm... Ja. Äh... Ein Rüstungsteil. Weil das fehlt mir noch so ein bisschen, dass du das, was du schon gecraftet hast, auch nicht irgendwie behalten kannst. Als Skin. Das reicht eher. Das reicht echt nur als Skin. Das wäre echt cool. Wobei, das habe ich ja nicht gecraftet. Ist hier sonst noch irgendwas Brauchbares? Nee. Äh... Also dann könnte ich dich jetzt gleich noch zu dem anderen Porten... Hm? Wo ist das? Das hier unten. Wo? Äh... Direkt bei so einer Festung. Da dachte ich, vielleicht ist da auch noch Öl. Ah, den Potter habe ich noch nicht. Den brauche ich auch noch. Ja, warte. Da wollte ich gerade den Rasen. Aber wieso Manni dieses Ding nie gebaut hat? Ich weiß ja nicht. So praktisch, diese Portwürfel. Ja. Also das ist echt das Praktischste, was es in dem Spiel gibt. Auf jeden. Da siehst du da hinten, äh... diese komischen Ruinen. Ruinen? Ich sehe nur so ein krasses Luxushaus. Achso, ja, davor. Hier sprechen wir mit dem Grab hier. Und dann musst du hier einmal Q drücken. Hm. Oder geh mal an das Grab hier hinten. Also bei mir kam dann... ... in der Mitte so ein Würfel. Ach, ich muss gleich was trinken. Oh, ich muss was essen. Nein. Ich habe rohen Fisch gegessen. Hm, lecker. Hat meinen Char, glaube ich, nicht so toll. Hahaha. Ich tue jetzt endlich mal dieses Brötchen. Das ist jetzt eine Quest oder ist das einfach nur... Das war einfach nur so. Naja, aber leider passiert bei mir da nichts. Echt nicht? Du hattest aber mit dem Grab gesprochen. Da war aber auch was Lilanes, ne? So von wegen, er kam immer zu spät. Ich starte einfach mal das Spiel neu. Ja, müsste ich... Könnte ich eigentlich auch mal eben machen. Weil bei mir funktioniert die... ... die Navigation. Aha. Ah, jetzt geht es jetzt wieder besser mit dem Stream gucken oder Videos gucken. Wenn ich ein Spiel spiele, was die Grafikkarte auslastet. Ach, weil du das Spiel neu gestartet hast? Ne, ne. Äh, vorher... Ich habe eine Einstellung bei Chrome geändert. Vorher, wenn ich so Spiele spiele, wie das hier, was die Grafikkarte auf 100% ballert... Mhm. ... haben die Videos geruckelt. Ah. Richtig schön gewesen. Und jetzt hast du da einfach, ähm... ... die Grafikunterstützung rausgenommen. Richtig. Jetzt geht das komplett auf CPU und das reicht ja vollkommen. Oh. Ich weiß eh nicht, was man da... ... diese Hardwarebeschleunigung benötigt. Im Chrome. Kann ich dir so auch nicht sagen. Ich weiß nicht, was besser wird es nicht aussehen, ob es wirklich... Schau mal. Klapp. Naja, ne. Geht aber noch nicht. Das will nisch. Hm. 16K Videos und Holodeck. Hm. Jetzt geht's. So, ich hab dir noch mal ne Einladung geschickt. Glaube ich. Ne. Glaub ich nicht. Richtig. Machst du nicht. Jetzt. Äh, ja. So, ich werde jetzt, glaube ich, mal a base jumpen. Und schauen, vielleicht gibt es da irgendwie ne bisschen bessere Position. Aber ich denke nicht. Ich hab das noch nicht von der anderen Seite aus probiert. 16K Videos. Jetzt muss ich mal ganz doof fragen. Holodecks? Existiert? Nein. Und, und, und 16K bei einer maximalen Auflösung. Das höchste, was ich so gehört hab, ist so ein 8K-Monitor-Fernseher. Ja. 16K ist da wohl auch ein bisschen übertrieben, oder? Ne, die gibt es schon. Aber es kann auch keinen Monitor richtig darstellen. Ne, das nicht. Aber dann fängt das Downsampling an und dann sieht das Bild trotzdem besser aus. Ach so. Okay. Und 16K war mal Kinoform. Oh Gott. Okay, kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir vorstellen. Da brauchst du viele Pixel. Was? So. Äh, ja. Mal gucken. Ich wollte noch einmal außen rumrennen. Ja, aber ich hab ja daheim kein Kino. Also brauch ich's. Ja, ich auch nicht. Das wär jetzt witzig, wenn ich genau hier bauen könnte. Oh, ist so verstrahlt, sieht's hier gar nicht aus. Müsste ich meine Base aber glaub ich keiner bauen. Es ist richtig mittig in dieser Festung. Okay, ich weiß... wo du da hast. Ich schaue, ob ich die Base da hinsetzen könnte. Ich schaue, ob ich die Base da hinsetzen könnte. Das interessiert mich jetzt einfach so. Schade. Kein Baugebiet. Boah, ist auch nichts verstrahlt hier. Wieso ist hier einfach nichts verstrahlt? Das ist echt hart. Ja. Das ist in jeder fucking Stadt verstrahlt, aber hier irgendwie gefühlt nicht. Das ist ja ganz normal. Und ich weiß nicht, was mit meinem Char los ist. Warum? Der züpfelt da eine Flamme nach der anderen. Der verliert das irgendwie so schnell. Kann das vielleicht dieser Fisch sein? Und vielleicht hat er ja Durchfall und du kriegst das nicht mit. Aber ich habe unten eine Grüne Perks. Oh. Keinen roten. Das einzige, wo ich was habe, ist bei dem Kopf. Da steht eine Eins dran. Okay. Ja, hier in der Festung habe ich wieder 125. Das ist schön. Und willst du bei dem Event hier mitmachen? Oh, was ist denn das für ein Event? Diese rote Markierung auf der Karte. Höhlengraben? Ich komme. Muss mich nicht porten. Weil auf rote Events kann man ja... Einfach hin porten. Das ist ein Pool geredelt. Einfach. Ja. Ist halt auch ein Anreiz, dass die Leute glaube ich kommen. Ja. Das ist ja Level 20 gar Gebiet. Ja, ich wollte das mal austesten, was das ist. Da reicht es, wenn ich mit der Axt komme. Bin da. Super. Dann heiße ich uns mal schnell. Nennt das nur mit den Raiders. Und hier bauen. So, Verteidigung. Bereit machen. Die kommen schon. Schon. Okay, von welchen Seiten können die denn alles kommen? Hä? Gott, ist der weit weg. So weit weg schießt der. Okay. Es gibt hier nur zwei Eingänge, ne? Ja. Aber so wie es aussieht, kommen die nur bei mir? Und... Ist bei dir noch irgendwo ein Eingang? Hinten? Ah ja, da hinten noch. Okay. Boah, da können wir jetzt aber lang warten. So wie das aussieht. Insgesamt 420 Sekunden. Oh. Ja. Ah, ich finde die, äh... Das war die Scar, glaube ich. Ja. Mit dem Strom fliegen. Die ist mega. Macht so geilen Damage. Ja. Da ist der Stromschlag bei mir schon stärker als der eigentliche Schuss. Ja, das auch. Und ich habe jetzt mir noch extra eine Rüstung geholt, die... Ach so? Ja, die macht dann auch noch einen extra... Äh, 40% Schaden. Nice. Oh, jetzt ist da was zugekommen. Kaverne ist aus der Tiefe der Höhle aufgetaucht. Hä? Hä? Wo? Ich weiß nicht. Also bei mir ist ruhig. Also so. Was heißt bei dir Open End Streaming? Weil du keinen Bock mehr hast. Ja. Oder wenn ich müde bin. Ups. Müde bin ich die ganze Zeit. Und um die Uhr. Okay. Äh. Geht's irgendwie Viper? Oder? Ja, ich freue mich grad auf. Ah. Okay, bei dir spawnen sie gerade. Rund um die Uhr müde. Das ist doch kacke. Ja. Ich komme mal zu dir rüber. Und sammle den Loot ein. Oh, vernichte alle Spawner. Wo sind denn hier spawnen? Da. Ich glaube, du müsstest hier einmal bei dir auch noch, äh, runterlaufen. Mhm. Durchgeholt. Hab gerade bei dir die ganze Säure eingesammelt. Boah, das mache ich später. Ich weiß nicht, wann ist die spawnen? Ach so. So. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ui. Bei mir kommen ein paar. Da sollten irgendwelche... Spawner sein. Ich schaue. Ein paar Spinnis. Du hast noch 20 Sekunden. Gut. Okay, dann renne ich mal. Einer ist weg. Einer pro Seite. Ja. Und den anderen kriegst du dann nicht mehr. Caverna ist weg. Okay. Warte. Was genau sowas kommt, wenn ich bei dir drüben bin. Ja. Auch geil. Wahrscheinlich sollst du das auch mit mehr Leuten spielen. Hahaha. Ah, das ist halt ein Welt-Event. Ich habe jetzt das Akkog-Visier drauf gemacht. Bei meiner SKA. Okay. Weil es einfach am meisten Dings gibt. Wie heißt das? Äh... Stabilität oder? Bringt die höchste Stabilität. Das bringt mich viel mehr, wenn es stabil ist. Warte. Ich habe das Kompakt-Reflex-Visier drauf. Wie viel Stabilität hast du? Insgesamt. 71. 71? Ich habe schon was ich habe. Oh. Ich sollte vielleicht drauf achten. Das ist kein Monst. Ach, das braucht mehr als ich. Das machte vielleicht schon das bessere Magazin oder so. Ups. Ja. Da habe ich nur ein Schatz-Magazin. Muss mal schauen, wo man den taktischen Glück herkommt. Oder andere Sachen. Ui, was ist das für ein Miniboss? Ah, ist doch tot. Oh, jetzt kommen ein paar Randoms. Jetzt, wo es vorbei ist, kommen sie. Ja, klar. Ah, ich muss bei dir noch den Abschubswerkbank bauen, oder? Ja. Und bei Manni dann auch. Fertig. Hey. Das ist doch sogar ein Notstand, ist doch sogar ein Ding gewesen. Eigentlich, oder? So ein Event-Teil. Ja. Yay. Reise abgeflossen. Bei mir drüben gab es noch eine Truhe. Oh, okay. Ich komme. Jetzt habe ich gleich geschaut, ob bei mir eine Truhe war. Kann ich dir gleich sagen, ich erkunde. Ja, bei dir gab es auch eine Truhe. Okay. Nur eine Aufbewahrungstruhe, oder? Ja, Aufbewahrungstruhe. Okay. Weil das darf, was man hier will, kommt, naja. Äh, ja. Ist es glaube ich T3? T2? T3? T3. Ne. T2. T2. Äh. Ja. Oh, sogar auf beiden Seiten gibt es Truhen. Okay. Okay, aber die gibt es noch auf der einen Seite. Wo geht es denn hier runter eigentlich? Gute Frage, das war eben gerade noch nicht offen. Ui. Hier will ich mal eine Base reinbauen. Das könnte sogar Öl sein, so wie das blubbert. Ja. Und Strahlung habe ich dann einfach oben. Gehe ich einfach nach oben und baue dort. Ja, aber hier ist nicht wirklich irgendwas. Nein. Hätte man es vielleicht optional geschafft, wäre hier vielleicht der Endboss. Ja, das glaube ich. Weil dann wäre sie nicht abgehauen. Ne, gut, dann pote ich mich hier weg. Oh, es gibt ein Fisch-Event. Ja. Da war ich schon mal. Ich auch. Ich habe es nicht kapiert. Es ist einfach nur Fischen. Ja. Mehr ist das nicht. Gibt es irgendwie mehr mit Highlights. Irgendwie, weiß nicht. Und ich habe keinen Fisch erwischt irgendwie, weil die irgendwie alle weggerissen wurden. Oh. Hier unten gibt es noch das verlorene Paradies. Empfehlungen Level 37. Das hört sich nett an. 75. Boah. Ja. Willst du mitmachen? Ja. Ich komme gleich vor. Komm. Das w Himmel. Okay. Was ist das? Nix. Hm, das ist ein cooles Event. Also als erstes die Disziplinwache töten und dann die Kaverne. Wieso die Disziplinwache? Was ist mit der so toll? Ja, das ist die optionale Quest hier. Achso, und wenn man zuerst das in der Mitte zerstört, verschwindet die? Äh, ne, ich geh aber davon aus, dann hast du die optionale Quest nicht erfüllt. Ah, du steht so gerade drin noch. Oh, die erfolgreiche Beseitigung aller Wachen erhöht den Schwierigkeitsgrad des Event auf hier, hier, hierurisch. Oh. Okay. Jetzt geh mal drauf, ist alles vorbei. Ja. Ich hab schon so viel Leben verloren. Hm. Ich glaub, das ist hier so ein Black and White Boss. Wie, was? Wie, was? Wie? Kevin White? Äh, hier, rot-grün Boss, weißt du noch? Ja, ich, 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 ich wachs mit ihm. Ich will in ihm aufgenommen werden. Warum schießt du schon? Der, 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 der wächst doch noch. Da passiert nichts. Aber steht doch irgendwas. Optional schalte den, äh, äh, Signaltonömer von drei Minuten ab. Warte auf die Abschaltung des Mobilfunks. Hm. 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 Warte mal da drauf. Warte hinten spawnen irgendwelche Viecher. Ja, ich denk mal, die dürfen hier nicht reinkommen. Er leuchtet's rot. Oh, von hier kommen sie jetzt auch. Okay. Hier sind alle tot. Ich sehe schon, wie heroisch das ist. Aber wir schaffen die Optionale nicht. Nee. Weil wir keinen Plan haben, was wir machen sollen. Oder müssen einfach mehrere in dem Kreis stehen? Ich geh davon aus, dass mehrere in dem Kreis stehen müssen. Jetzt geht's doch ein bisschen schneller. Ja. Schaffen wir noch. Schafft man. Oder müssen wir den, müssen wir den töten innerhalb von den drei Minuten. Ja, ich glaub ja. Vorbei sind. Ja, dann haben wir halt noch 20 Sekunden, um den zu töten. Ach nee, ich hab's geschafft. Oh. Hilfe. Ich wollte mit ihm wachsen. Ach lol, der nimmt schon Schaden. Ja. Sind die Schwachpunkte? Äh, die Lampen. Sind die schon Schwachpunkte? Nein. Oder nimmt er einfach das allgemein. Ey. Okay. Ah, ich fühl' ein blödes Vieh. Ich glaub' ich nüge. Let's make down's. Event Level Legend. Legend. Ah, Legend. Weil jetzt Feine noch durchgekommen. Da brauchst du's noch gleich spielen. Oh. Er mag dich. Er macht doch unglaublich viel Schaden. Echt? Nein. Mich töten eher die kleinen Viecher. Ja. Köpfen. Ups. Hey. Hast du mich rechtzeitig, Gö? Nö. Hä? Untersuche und der sei die Quelle der Verschmutzung, das verloren. Hm? Also gedroppt hat's hier nicht. Ne, ich hab' einen ganzen Haufen Sachen bekommen. Achso, sind wir schon vorbei? Oder wie? Ja. Ne. Zumal so steht's ja dabei. Wir müssen noch alles zerstören, was hier rumkommt. Guck mal, jetzt hab' ich hier den ganzen Rotz aufgenommen. Oh, mit dir auf Säure. Oh, mit dir auf Säure. Aber die spawnen halt immer neu nach. Sicher? Versuche? Ja, das. Komm, die kommen immer wieder neu her. Ah, jetzt ist's vorbei? Oder bin ich rausgegangen? Ne, ich glaub' es ist vorbei. Okay. Jo, nett. Jo. Nett, 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 nett. Ich kann erst in zwei Minuten fluchen. Oh, da ist noch was im Haus drinne. Oh. Ne Waffenkiste. Und ne Aufbewahrungstruhe. Und irgendwas ist oben. Oh. Oh. Okay, oben ist auch noch ne Aufbewahrungstruhe. Oh, den hol' ich mir. So, ich fahr' jetzt noch nen Teleporter holen. Den hab' ich auch noch nicht. Äh. Ah, okay. Ist nix besonderes. Hm. Ne, ich hab' mich gewundert, warum, äh, der rot leuchtende Augen hatte, aber... Der war nix besonderes. Obwohl, ich könnte mal ausprobieren, das Achievement zu holen, den Elite-Gegner überzufahren. Oh, verfehlt. Da brauchst du, glaub' ich, nen Cheap oder so. Ja? Oh ja. Ja. Cheap ist ja größer als nur Poker. Den Cheap musst du halt auch noch tunen. Kannst ja dann auch, äh, vorne ein verstärktes Grill ranbauen und die... Ja. Aber er sagt zumindestens, dass er Schaden bekommt. Ja, ist halt nicht viel, vermutlich. Naja. Kannst du oft hin oder drüber fahren. Dann lauten wir das lieber. Das Motorrad ist auch bald Moch. Oh, da kann ich was bauen. Oh... Oh! Ach... Wo kann ich was bauen? Okay. Hier könnte ich bauen. Es ist echt nur dieser kleine Fleck hier. Geil. Es ist echt geil. 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 So, ich würde mal kurz ne Pause machen. Und dann bin ich gleich wieder da. Und noch eben ein Rauche gehen und sowas. Also, bitte, gleich. Bis gleich. bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube in der Region, wo ich gerade unterwegs bin, haben sie die Map noch nicht so ganz abgeschlossen Ja, guck mal wie das hier aussieht Interessanter Felshang Auch die Brücke Ja, die sehe ich noch nicht ganz Und was ist mit der Brücke, die halt auf dem Boden ist? Ja, die ist halt auch komisch Das ist eine Hängebrücke Ja, ja, aber die steckt in der Erde fest Ah ja, jetzt sehe ich es Aber hier ist alles voll mit diesem Sternenerz Was? Ja, vielleicht ist da nie mehr Ja, das kann auch sein Du bist so abseits, da ist niemand mehr in der Nähe Aber das ist hier überall Ja, ich glaube in der Nähe Ja, ich glaube in der Nähe Wie schnell hat man so viel Öl zusammen, was du da hast? Also wie schnell geht das? Oh, ähm Ich glaube das war eine Pumpe ein Tag Oh, okay Das ist natürlich nicht schlecht Ja Ich muss mir mehr Speicherbattern bauen Beziehungsweise kann ich noch weiche Batterien bauen oder bin ich tu was vom Kleid? Ich könnte dich zum nächsten Teleporter holen Danke Oh, bitte, bitte Jetzt kommt's Ich hab ihn schon Das wär kacke So abseits bin ich nicht Hey Jetzt kommt der nächste hier oben Oder fehlt dir hier noch irgendwo einer? Die da oben hab ich sogar Könnte ich mich interpretieren und dich interpretieren? Mach ich schnell Ja Ja Warst du dir die Fahrzeuge? Ja Oh, spürt Ähm, wo ist es ready? Ja Dankeschön Fällt dir noch einer? Hm Also in dem Gebiet fehlt mir echt in der Mitte noch einer sogar Ne, dann habe ich alle Teleporter Welcher fehlt dir? In der Mitte, wenn man von Talgrass nach unten geht Der? Talgrass Auch das Greywater Der Linke Seite runter Nee Ist auch nicht Talgrass Talgrass ist das Gebiet, wo wir gerade sind Talgrass ist die Hauptstadt in dem Gebiet Ah, der hier Darunter, gerade Ja Da müsste auch die Ortschaft Gaia Militär bei Est sein Ja, genau der Oh, da hab ich den Spaltanker noch nicht aktiviert Den hab ich auch nicht Darf ich mir auch viele Ja Da könnte ich dich gleich hinbauen Oh, nice Und dann muss ich mal nach Hause und mir neue Porta bauen Ich hab grad festgestellt, ich hab noch 18 Stück Gut Okay Hast du ja ordentlich zugelangt Ja Bei mir ist es immer Säureknapp halt Ja Ja, jetzt bei mir auch Nicht Nicht mehr Leder, sondern Säureknapp Mhm Weil mit dem Hasen ist das echt so in dem Beibauch Ja Da muss man echt wenig machen Juhu Das hab ich glaub ich auch alle Kann man das sich irgendwie anzeigen lassen? Man kann halt alles ausblenden Außer die Dinger Der Uralte Echostein und Sternchrom Was ist denn der Uralte? Ich klicke halt mal drauf Was hier? Beginnt bald, okay Ist von irgendein Event Willt ihr noch irgendeinen Porta? Ich glaube nicht Nee, ich hab glaube ich alle Teleporter Auf oben? Ja Und da fehlt mir sogar noch Naja, da gehen wir sowieso irgendwann mal hin Oh So, jetzt häng ich hier fest Dann geh ich in die Base Und holen wir das da Ich find's ja ein bisschen schade Dass es nichts gibt Dafür, dass du die komplette Saisonreise Oder eine davon abgeschlossen hast Hast du doch noch nicht komplett, oder? Äh, doch Hier, wie heißt das? Luftspiegel hab ich komplett durch Ja, okay Ja Ui, hier fehlt mir sogar noch Die mystische Kiste Und da ist eigentlich alles Ah, die mystische Kiste werde ich noch suchen Gott ist das ein Riesengebiet Ja Vielen Dank. Oh ja, hier ist die mystische Kiste. Sehr schön. Hast du schon Sicherungs-Silo Psy gemacht? Ja, habe ich solo gemacht. Oh. Weil ich unbedingt den Dings haben wollte, wie gepunkt. Ah. Dann habe ich den auch schon gemacht. Das siehst du nochmal, also wenn eigentlich davor Dings ist. Eine Quest vom Team-Man oder wie das heißt. Ja, die habe ich da nämlich jetzt erst stehen. Oh, okay. Du kannst gerne in Hardware-Modus spielen. Ja. Äh, wo bist du? Oben. Ich muss noch ein nächster Sporter hier. Ja, ich kann eben hinfahren, sonst kann ich die Porten. Ach nee, den habe ich nicht. 45 habe ich nicht. Achso. Wie hieß denn dann der andere? Ich glaube, es gibt noch Psy-1. Äh, vermutlich war es dann der. Ich glaube, es war irgendwie 35 oder so. Ach, Vieh war das, okay. Ah. Ich Psy war ein Vieh. Ah, wenn das so ist, müssen wir ihn glaube ich zuerst auf Normal machen. Ach, man kann es auch gleich schon auf schwer machen. Okay. Mhm. Empfohlen drei Spieler. Ui. Ist denn der Unterschied zwischen einfach... Ah, da kriegst du unten diese wöchentliche Dinger. Was ist denn das wöchentliche? Kann das sein? Kubische Kugel. Oh Gott. Das ist ein Cortex Level 3. Oh, nütch. Und was bringt der ein? Weil du ja eigentlich eh immer voll bist mit deinem Limit. Also... Achso, ähm... Die Verteidigung kannst du damit starten auf einem höheren Level. Ja, aber je mehr du von den höherstufigen reinbringst, desto mehr Sternchroma bekommst du unten. Für Stufe 1 kriegst du glaube ich 65, Stufe 2 75 und für Stufe 3, äh, 100. Ja, aber wenn du das Limit nur hast von 4.000 oder so, was man da bekommt. Ja, ja, das ist das Limit dann. Oh, was machst du jetzt? Ja, war ich am Überlegen. Ich weiß nicht, ob wir das eher morgen mit, äh... Mani zusammen machen. Also ich würde gerne den Spinnenboss auf Schwärmen machen. Boah, wo war der denn drin? Das war noch der Boss Wiege. War... Im Monolith war andet. Gaia? Nee, Gaia war's nicht. Gier war's nicht. Sag euch der dritte Boss. Warte. Boss. Hooman. Mirage-Boss vielleicht. Mirage, ja. Können wir gerne mal ausprobieren. Ich hab da ge... Ja, ich hab da gestern welche gesehen, die... da echt hart dran gestruggelt haben. Und die waren vermutlich vier Leute. Nicht so wie wir mit zu zweit. Äh, nee, die waren zu dritt. Und ja. Ja, die Spinne... die Spinne ist schon hart, also... die ist schon übel. Ja. Der Hund ist auch krass. Ich weiß nicht genau, was man da machen soll mit der... mit der Ulti, wenn er die Ulti zündet. Äh... Anscheinend brauchst du einfach nur ausweichen. Oh Gott, Timing mit ausweichen. Okay. Mhm. Aber... Mhm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kerokehdo Kerokehdo Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Okay. 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 Und wo bist du grad dran? Immer noch die Generatoren? Ich brauche grad meinen Strom, ja. Ah. Und ich schaue, ob ich irgendwo sauberes Wasser herbekomme. Also, krass. Ja, das war nämlich das Problem da. Niedrige Energie, was? Achso, das muss ich jetzt einschalten. Ja, okay. So. Ja. 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 Wie sieht es denn hier aus, ist was das krieg denn hier schönes? Ah ja. Passt. Fernstub ist dabei. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wer nicht das zumachen würde mit ins Taunen. Oh. Brauchst du ein bisschen Wasser? Jetzt weißt du, was mein Problem war. Hubala. Das war auch mein Problem. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Diese Krokotile sind ja mal max nervig. Untertitelung. BR 2018 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 Weißt du, ob es eine Taste gibt, um alles aufzunehmen? Bei was? In der Truhe zum Beispiel? Ne, Truhe nicht. Da habe ich auch noch nichts gefunden. Schade. Das Problem habe ich auch gern. Er ist ein bisschen nervig. Ein bisschen. Ganz ein bisschen. Ein bisschen. Was ist denn vorne bei dem Ding? Ist denn vorne? Ah, das ist sie vor. Ich glaube, wir kommen. Ah, das ist ein bisschen, wenn man z Zukunft will. Und zwar. Ich bin gerade. Ich bin gerade. Ich bin gerade mal. 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 Ich kann es Probably sein. Ich bin gerade mal. Nein, ich bin gerade mal. Mit Öl in Wassertanks abgefüllt? Ne, leider nicht. Nicht. Muss ich das dann immer bei Hand rausnehmen, oder wie? Ja, also ich habe noch keine andere Möglichkeit gefunden. Das ist ja belastend. Ja. Muss ich die ja so hoch bauen, dass sie genau über den Zaun schauen, damit ich von oben reinschauen kann? Ja, ich glaube, das ist das einfachste. Ich habe gedacht, ich baue mir jetzt da so einen schönen Wassertank hin. Ja. 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 Das war's. Also wenn du Zeit hast für die Nachschubwerkbank, musst du Bescheid sagen, dann porte ich dich, dann kannst du dich auf Schlag wieder zurück porten. Oh, das finde ich. So. Ich würde es schön bauen. Oh, nö. Na? Der hat mein Beutel wieder aufgehoben. Das ist okay, das ist ungut. Oh, ja. Eigentlich... Verteidigung, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 wie groß kann man denn im eternal land bauen so klein ist das dort nicht ist ein stück das nicht aber das sagt so aus als ob du auch zig sachen einfach im eternal land anbauen kannst okay moment hast du beim ofen alles freigeschaltet ein bisschen mehr 50 prozent weniger stromverbrauch nehmen wir einfach mal wolfram ja doch 50 prozent weniger stromverbrauch und 60 prozent herstellungsdauer und dann habe ich noch ein perk dass die ressourcen sich verringern naja den haben das ist der einzige ich habe ich schreibe deine werkbank oder ich schreibe mal hier hin ach so nee die hättest du abbauen können jetzt muss ich sie nicht suchen sonst habe ich deine metz oder habe ich die habe ich die habe ich die jetzt ich habe sie wo ist denn ein lager da weil du die gebaut hast ne weil ich sie abgerissen ne ne weil du die gebaut hast habe ich auch nur zugriff auf deine sachen ja das ist der zeigt mir an dass ich das von dir nehme dann gehen wir auf das untere wo steht das hier fünf von vier sternstaubquellen noch hier oben ok sind das denn alles meine metz oder wat mhm das ist ja mal witzig gelöst ja jetzt weiß ich nicht ob der erstmal nur meine verbrauchen würde wenn ich die sachen ins inventar nehme warte mal was ist wenn ich es jetzt hier sperren würde so jetzt habe ich gesperrt ich kann trotzdem noch ran ah nee ist meins sorry ich habe meine waffe gerade geupgradet deswegen ist es wenig ich habe mir schon gedacht fünf stück warte mal ich habe doch mehr als fünf stück oder was das war mir aber auch nicht mehr so sicher boah jetzt schifft es bei mir ordentlich runter oh bei mir auch nice wie viel hat wie viel sternstaub habe ich dann ach ja 1600 what the fuck ich verballer halt nichts von dem zeug meine waffen habe ich noch nie wirklich krass abgegradet dass es so viel kostet ja das habe ich gerade gemacht eben wenn ich das machen würde sieht das bei mir vermutlich auch anders aus das einzige was mich ein bisschen stört ist oh gott was war das ich weiß nicht wie viel ich hier aus der raffinerie raus bekomme von ja ich weiß nicht was ich da rein also ich habe da zwar rohöl reingestopft aber ich weiß nicht was da am ende für treibstoff rauskommt ich denke mal der normale mhm weil den anderen musst du dir erfahren beziehungsweise gibt es bestimmt eine spezialisierung dass du den besseren rohöl herstellen kannst du meinst den lilanen ne mhm es gibt ja glaube ich nur die zwei arten treibstoff ich glaube du kannst normalen treibstoff reinschmeißen für den lilanen amai weißt du was ich vergessen habe bei dir mhm ich hätte bei dir Sternenstaubquellen produzieren können mhm ich denke jetzt halt ich muss halt dann bei dir wieder rausnehmen und dir geben aber ich hätte starten können weil das braucht 60 sekunden einmal ja ja ich könnte ich eben teleportieren ich glaube ich das zeug auch im inventar was braucht man dafür alles mein öl muss ich ausnehmen das ist mein öl weg dann habe ich keins mehr weil ich transportiere immer mein ganzes öl mit weil ich nicht so viel habe ja ich habe nur noch 75 äh tragbares ölgemisch oh ja das ist mir schade gar nicht hm ich glaube davon habe ich gar nichts mehr ja das ohne den geht es nicht ja das ohne den geht es nicht ja das ohne den geht es nicht Moment ich gucke gerade also ich brauche tragbares ölgemisch kannister die kleinen ohne den kann man es nicht machen mhm 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 Kann ich verstehen Jetzt bist du neidisch, dass du es aufgegeben hast Ja So ein Kack Ja, aber wir können ja echt mal die Server durchswitchen Ach nee, so wichtig ist das jetzt auch nicht Naja, wichtig Das ist eine Sache von ein paar Minuten Wenn überhaupt Ja, du hast ja Oh Gott Du hast ja gesehen, wie viel Ich habe jetzt noch 1400 Rohöl Ja klar, wenn meine Produktion mal läuft Dann klar Genau Dann brauchst du keins mehr So, was wollte ich machen Aber es ist halt die Frage, wie krass profitabel das ist Kannst du eigentlich diese Sternenquellenplattformen bauen? Die kann ich bauen Die habe ich wer bei mir Die könntest du auch bei mir bauen, ne? Ja, könnte ich, ja Nice Soll ich dich nochmal porten? Also du, wir verbrauchen jetzt, äh, halb von wenigen Stunden deine ganzen 18 Teleporter, oder? Hast du Batterien? Du brauchst vier Batterien, ich sag dir mal was du alles brauchst Und es kommt gerade darauf an, wie viele du davon jetzt haben willst Ähm, Anlagen Ich schau mal, ob die was anderes brauchen Also die brauchen Wallfrahmen, okay 25, das ist nix 50 Sternenstaub, was du nicht mehr hast? Äh, ja Äh, Elektronenteile, 30 Stück Ja, das hab ich 15, Metallschrott, dann Kleber, Gummi und vier Speicherbatterien Ja, die Speicherbatterien wird noch ein Problem, aber Wollten wir nicht eh die Stern-Arachno-Tante ausprobieren? Äh, ob wir die schaffen, ist ne gute Frage Ja, dann macht man die noch zweimal auf leicht, oder so, und dann Wir können auch einen anderen machen, wir müssen ja nicht immer die, die Arachne machen Wir können auch den, ähm, ersten Boss mal auf hart versuchen Was könnten wir machen? Der war nicht so schlimm Aber davor, ähm, muss ich mal ne Rüstung abrennen Abrennen? Ja, parieren Meine Waffen sind fast im Arsch Achso Ich hab abbrennen verstanden, dachte mir so, what the fuck Hab du schon mal ne Schrotflinte probiert? Nee Kommt gar nicht in Frage, oder? Äh, nee, ich hab's noch nicht ausprobiert Und ich weiß nicht Ich könnt mir das schon irgendwie cool vorstellen Aber ich hab grad Munition hergestellt Aus 4000 Schuss wurden plötzlich 7000 Ach, geil Oh ja Das ist, das ist, ach Gott Wie dumm waren wir eigentlich beim Spezialisierungen setzen Oh, jetzt mach ich die Tür auf Was? Mach kurz, hör bei mir Okay Für ein bisschen frische Luft Ja, bei uns, also bei mir war ja 30 Grad im Schatten Also ich hab echt ab nochmal gelegt Okay, das ist echt eklig Dann hab ich hier noch mein PC, der ordentlich schön heizt Gut Nee, ja, dann gucken wir mal Wo ist der erste Boss? Da ist der Monolith Der Gear Ich pot mal hin Ich frag mich, wo man diese, wo man diesen Switcher herbekommt Welchen Switcher? Ja, dieser Zurücksatz da meine ich Ähm, hab ich gesehen Kriegst du immer als erste Belohnung der Saisonreise Also ich hab jetzt 800 Sniper Schüsse und 4000 Gewehrmonie Wollen wir den Boss da noch machen? Wenn der da schon steht Krass Schon tot? Ja Okay Ja, nice Wow, 16 Energie Ey 20 Energie Oh, bei mir bist du noch ganz da hinten Ich bin neben dir Ja, ich weiß, aber da hinten steht auch noch dein Name Achso, sehr schön So soll es sein Spiel ist nicht buggy Nö Äh, oh Dann, 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 dann Sterben wir mal Ja Mal kicken Ich würde aber sagen Wenn wir merken Okay Ey, das wird hinten und vorne nix Na Dann warten wir auf Manni Ja Das und das andere ist Dass wir dann einfach schneller rausquitten Bevor wir da echt Hardcore Munition verbraten Hast du jetzt, wo du so viel Munition hast Aber ich glaub nicht, dass das so krass Wir sind 50 Da ist 50 Ja, empfohlene Spielerzahl 4 Ja 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 Halt mal mit der Leertasse gedrückt Ich bin noch im Ladescreen Oh Es ist ein Kacke Pirat gewesen Die Moon Oh mein Gott Das werden wir nicht schaffen Ja Aber man kann die Gatling angreifen Uh Okay Interessant, andere Mechanik Oh Gott Ich hab immer abgewartet Entspannend, wenn die Gatling weg ist Ich auch Weil dann hat sie ja seinen Weakpunkt eigentlich frei Ja Ich hab dich mal Ja Jau Aua Damage mäßigste ist nicht so schlimm Außer der drift die Volle kann im Tucket legen Ich kann sich nur Schmerzen vorstellen Hm Kaputt ist es 10.000 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nett, nett, nett Hoppala Ja, macht nochmal Oh, oh, oh Hehehe Hehehe Okay, gerne Na, schießt einfach rennen Mhm Genau in die Sache reingerannt Ja, das ist natürlich unklug Ja Hast du nichts zum Heilen? Doch Ich heile mich grad Oder hast du so ein schlechter Skill Weil so viel Damage macht das bei mir gar nicht Ich hab zwei Raketen erwischt Schau mal in dem an Naja, mich haben ein paar mehr Raketen erwischt Jetzt hab ich auch mehr Also eine Rakete hat irgendwie Ein bisschen was abgezogen aber nicht viel Zum Folgendes Raketen diese Zack Macht die Gettlinge eigentlich Schaden? Ja Okay, jetzt sind wir oben, jetzt müssen wir seitlich die Dinger zerstören Oh, jetzt geht der Sniper Oh, jetzt geht der Sniper Oh Gott, das sind ein paar mehr Ja Oh, ich bin da Oh, ich bin da Echt? Yes Wow Mich hat die Sniper Ah, okay Ah, okay Boah, Hilfe Ist das eine bestimmte Anzahl Anzahl auf Feld Ich glaub es kommt unendlich, weil Nee, nee, ich meine bestimmte Anzahl auf Feld Ich glaub es wird nur eine bestimmte Anzahl auf Feld Wenn du einen tötest, kommt ein neuer Ah Weil ich seh auf dem Fall nichts kommt Ich geb mal Adrenalin Hm Ich versuch's zu überlegen Ja, ich Ich lauf hier nur im Kreis Perfekt Oh, toll Krass So, meine Seite ist hin Irgendwo über Okay, deswegen sollst du das mit vier Leuten spielen Gut, wir müssen jetzt alle sterben, die Viecher Ja, aber nicht die Bosse Ja, aber nicht die Bosse Äh, ich würd da weggehen Ich bin Oh, ich kann nicht mehr reagieren. Oh! Ich bin ganz gut, ich bin ganz gut. Wooh! Kein 11W oder Arsch? So. haben wir noch so kack schatten kopien von dem ja oder nur noch einer da oben ja genau ups ok der sniper tv ist weg jetzt hat er mich wieder als akku ja jetzt hat er mich wo ich häng fest wieder etwas gucken noch nicht als wenn die gelbe bubble von meinem kopf weg ist ja ich bin nur die get in close was Was? Jetzt schon. Steh auf, du Sarkisch. Steht nicht mehr auf. Steht nicht mehr auf. Man, da macht nichts mehr. Ja, sehe ich auch. Oh. Bei mir hast du SOS. Jetzt liege ich. Vorher lag ich nicht. Also ich lag auf dem Boden, hatte keine SOS, hatte aber noch Leben. Schwachsinn, ey. Unglaublich, jetzt gehts viel. Ja, ich habe dir eine Spritze reingejagt. Was ist diese Bombenhälte? Okay, das ist dritte. Ich guck, da sind die gleich weg, 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 weg. Wie oft dürfen wir dann eigentlich wiederkommen? Steht das irgendwo? Das müsste an der Anzahl der Adrenalin-Sachen stehen. Hä? Wo? Ne, da steht nirgends wo was. Ja, dann versuch mal... Oh Gott, Sniper. Super. Achtung. Du machst wieder die Portale platt und dann... Da habe ich vor. Okay, ich... Eins ist schon hin. Also ein, ne, ein Teil nicht, ein paar paar. Ja. So, das ist hin. Gehts auf die andere Seite. Oh Gott. Oh Gott. Das ist hin. Das ist hin. Das ist hin. Gut, das ist hin. Der ist ein bisschen anstrengend, der Gegner. Der ist hin. Der ist hin. Ey, halt dieser Leck andauernd, ne? Oh, ich hab mich selbst gefangen. Ja, wenn du dich von ihm erwischen lässt, ist das echt hart. Bin mir sicher. Ne, ne, ich hab mich mit meiner... Ja, ich hab's mit deiner Wand um die Wand gegen den Zaun. Die haben auch so eine leichte Fan-Kerfange. Ja, ja, die werfen normalerweise so Kugeln. Nur die werden zwischendurch nicht gerendert. So, jetzt. Da rennt einer an dich. Oh. Zehn Sekunden noch. Äh, ich glaub, das krieg ich nicht hin. Oh, oh. Oh, 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 oh. Kannst du dich noch mit Adrenalin wiederbeleben? Nö. Oh. Du, schau, da kann ich nur noch auf Hilfe warten. Hilfe warten steht jetzt hier. Was ist das denn, bitte? Du kannst mich trotzdem noch wiederbeleben. Ja. Dauert von mir. Ja. Ja. Wenn du dich tötest, kommen die Schatten. Ja. Was ist das denn? Ich weiß ja nicht. Also einen müsste mindestens töten. Wenn ich nicht selbst sterbe. Oh, das war's ja krass. Uplinkzeit. Oh Gott. Ah ja, da hab ich nen Perk genommen. Ja, ich auch. Und trotzdem. Oh, scheiße. Okay. Ja, ja. Nein. Weil sowas halt die ganze Zeit passiert, ne? Und was ist mit deinem Schild? War da auch nichts mehr drauf. Nee, nee. Ich mein, es passiert, dass die... Ähm... Wie heißt das gleich noch? Dass die lecken, dass sie eigentlich irgendwie 15... Äh, so 5 Meter hinter mir sind. Und dann kriegen die mich. Hm, okay. So, ich hab jetzt die Hoffnung. Dass wir gleich so viel Zeit haben. Ähm. Dass ich die Spritze nehmen kann und dich wiederbeleben kann. Ohne, dass die angelaufen kommen sofort. Ist auch die Frage, ob die sich jetzt wieder geheilt haben komplett. Ja, ich hoffe nicht. Ah, ich kann leider nicht drehen, okay. Nee, die kommen gar nicht. Gott sei Dank. Also hat man nur eine Adrenalinspritze. So. Und würde ich sagen, holen wir erstmal nur einen. Oh. Die heilen sich nicht. Nee. So, muss man jetzt einfach. Bereit? Hm. Ist mir weg. Oh, sorry. Nichts gesehen. Oh, der ist tot. Gut, der ist tot. Okay, jetzt kommen die Schatten. Ja. Und so wie ich das hier kenne, kommen ein paar mehr Schatten. Okay, du willst du erstmal den da, dann den da, den Sniper und dann. Ja. Wow. Oh. Holy shit. Gut. Gut. Ich mach den Sniper. Gut. Gut. ich denke mal dass die abhebungen die komplette sternstock nun ja ja klar ich denke jetzt hat er mich aufs akku leider hätte ich wieder aufs kopf Damit können wir die anderen Bosse wirklich voraus stellen, weil die anderen Bosse auch Hast du mir den hier gerade hingeschossen? Ja Oh Wenn ich die Kümmerland hatte Oh Besser als ein Sim zu nehmen, Sim nehme ich meistens nur, wenn es wirklich fertig ist Eben gerade ganz oft Ja, wenn man keine Zeit hat, das Teil in der Hand zu halten Ja Naja, und du kannst keine Rollen machen und so weiter Ja, und frisst langsam Endlich Na, das wird aber lästig Ja Da muss man viel Damage jetzt schnell machen Ich nehme jetzt schon mal einen Stim Also ich kann dir raten, hier diesen Walkway zu nehmen Oh Oh Ich kann jetzt mal Ich kann mich nicht betrachten werden Oh Gott Ich bin jetzt Ich bin jetzt na komm seit sieben den letzten schuss wie gut das gepasst hat das war geil so jetzt kriegen wir doch geilere schleime oder unter level 1 wahrscheinlich eher weniger ich habe mich so gefreut so entdeckasse schleim oder so jetzt bin ich gespannt was wir hier bekommen wo ein blaues schlachter messer ich habe eine legendäre mg4 gekriegt also gelb aber nur noch zu fünf und auch vier viermal verbessert dann habe ich noch zwei legendäre mods bekommen für brand ja die habe ich auch bekommen und eine rüstungsjacke das habe ich nicht bekommen so dass wir mal mit gut genau meinst du das kannst du mitnehmen ich glaube nicht nein so eine brauche ich auf dem auto auf jeden guck dir das an verwendete gegenstelle 32 nicht nur 14 ja dafür habe ich aber auch vier rettung aber dann wird schon mal fast gleich viel ja du 30.000 mehr oder was waren das 300 ich glaube 30.000 mehr ich glaube 30.000 mehr ich glaube 30.000 mehr ne du hast 300 mehr ok das ist schon ein bisschen was oh ok wir haben eine millionen schaden gemacht du 1,6 ich 1,3 also hatte der 2,5 millionen oh god ne 2 millionen ach ja da liefen ja noch andere gegner rum oder ne 3 millionen hatte er oder ich hatte 1 millionen du hast 1 millionen dann haben wir hast du 600 ich 300 also sind so runderbot 3 millionen guck mal dafür hat es sich doch gelohnt oder auch wenn eine andere Fische kommen oh ja Speerjacke 1 und 0 mal gekalibriert das Fleischer Messer warte aber immerhin 4 mal kalibriert und Stufe 5 ne ja so brennender Zorn so als nächstes äh hier äh Monolith äh Geier oh bitte nicht wieso magst du den Baum nicht ach so doch den mag ich aber ähm ach das Boss Ding war grad echt so uff ja es ist übel gewesen echt übel und gefühlt hat man irgendwie überhaupt keinen Schaden gemacht ja doch ich hab's jetzt schlimmer vorgestellt dafür dass ich für 4 Spieler gewesen ist ja ok ok du hast deine halbe Muni verballert äh ja fast 3000 Schuss hab ich jetzt reingejagt in den ich hab 200 Sniper Schüsse und 1000 äh 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 Gewehrschüsse ich weiß noch nicht was da das beste ist ob Sniper wirklich so gut ist hm wie ist es nicht ich hab das Gefühl dass je mehr Schaden man reinbuttert desto besser ja ja aber wie fern einmal viel Schaden oder äh durchgehend mittelmäßig Schaden naja das ist die Frage wenn du dann den einen Schuss nicht triffst ne dafür ist dieser eine Schuss halt ordentlich ja hab ich halt schon manchmal 15.000 gemacht und dann kommt nochmal der Bonus äh 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 Schoss mit irgendwie 3000, 4000 aber ist halt nicht durchgehend ja auch sehr wechselhaft ich weiß nicht was gibt's denn noch so für Sniperers guckt ja noch andere das ist ja keine legendäre die ich da hab das ist ja immer eine lila ne mhm aber da hat mir das Dings recht gut gefallen naja die wär natürlich auch krass und die Frage was ist Zielscheibe ob du interessierst was gibt's irgendwo ne Waffe die ich habe wo eine Zielscheibe drauf ist Zielscheibe? ja das ist der Skill der heißt Zielscheibe von der Wache also der Perk Zielscheibe ach die hat Zielscheibe oben markiert das Ziel und versorgt Verwundbarkeit hm also das wär halt ne Sniper die halt äh 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 ne Markierungen drauf haut mhm natürlich auch nicht so verkehrt denke ich abprall würde ich jetzt eher unwahrscheinlich nehmen wir aber Zielscheibe dann machen die anderen halt mehr Damage wenn ich mit der Sniper schieße so ungefähr und ich halt auch ah und dann natürlich habe ich hier kann ich hier drei Stapel aufbauen wo mein SDN jeweils um 15% gepusht wird also oder Schwachstellen SDN mhm das sind dann 45% die ich mehr auf Schwachstellen treffer mache ok das ist jetzt auch nicht schlecht also die Waffe geht halt komplett auf also mit der Waffe müsste ich eigentlich nur auf Crit gehen weil Status hat die keinen ja ich glaube man muss auch drauf achten was der Gegner für äh Schwächen hat und dann einfach äh die Waffe dann explizit dafür auswählen naja aber Crit ist ja generell wenn man viel Crit hat ist das eigentlich auch gut ja wenn die gepanzert sind oder so ich weiß nicht wer war das wo ich null Schaden gemacht habe gefühlt ja das sind meistens die also aktuell mache ich bei den Viechern keinen Schaden die keinen Schwachpunkt haben ok also die da mache ich gefühlt null Schaden da wechsle ich es dann meistens auch zu meinem Gewehr rüber aber aber er hat dann überlegen ob ich vielleicht eine Pistole nehme oder so anstatt der Sniper ich weiß nicht wie ist die Pistole die nutze ich gar nicht so oft weil die so viel Schaden macht wie die mein Maschinengewehr in ja ok das ist wirklich ok die haben wir auch nicht so stark verbessert oder oder was für eine Art was ist das für eine das ist die Lock Lauffeuer Lauffeuer ah die hat das markieren Zielscheibe ok ja also die die Waffe macht glaube ich nur Schaden wenn du auch auf Crit gehst ja genau die hier habe ich jetzt umgebaut ähm mit der Mischung aus meinem Waffen Set sodass ich äh Schock Schaden plus 8% und wenn ich ein Gegner tue kriege ich nochmal 20% dazu du bräuchtest meinen Hut den ich auf habe die Kapuze ja kennst du die das ist die aus der Wunschmaschine ne ich habe die getroppt bekommen aber die hat äh das Treffen einer Schwachstelle gewährt äh ah ne das war nicht die das war eine andere Dings habe ich das nicht die Kapuze sondern den Mantel den ich da gefunden habe wäre krass für dich oder nein irgendwas war da irgendwas hatte ich was war krass ich weiß noch gar nicht mehr was der Mantel wäre für mich krass gewesen aber den würde ich ungern äh anziehen ja doch die Kapuze doch die Kapuze die ist krass für dich das auslösen von Strom stößen gewährt Crit Rator plus 35% ja für drei Sekunden und da du ja schnell Feuer hast oh ja du bist ja eigentlich so gut wie durchgehend auf Crit Rator plus 35% ja also das ist schon krass ich weiß nicht willst du die aber die ist halt fast kaputt naja ne aber dann würde ich mir den Mantel anziehen wobei das bringt mir halt auch nichts weil drei Sekunden ist halt einfach nichts für eine Sniper ist drei Sekunden nichts oh hier auslöse Anzahl von Stromstoß plus 1 Stromstoß SDN 30% hä und meine Waffe löst Stromstoß aus glaube ich ja das ist sollte ja das ist schon Stromstoß oder wurde jetzt über a Moment ich weiß jetzt nicht ob der Mod mir da Probleme macht ok wie wie Sternstoff habe ich denn gerade nur tausend ok welcher Mod ich habe hier ein Mod drauf der macht äh Schockdiffusion beim Auslösen von Stromstoß werden ein Gegner innerhalb von 5 Meter um das Ziel mit dem Stromstoß Status belegt hm das ist nicht so geil oh ich weiß nicht der Stromstoß Status ja da zucken sie manchmal und bleiben stehen oh wow aber das macht kein Damage schau dir mal den lilanen Mod davon an die haben meistens andere Perks äh andere passive das ist geiler das ist geiler also vom passiven her ist die geiler ne ich glaube Gold und Lila haben nur die haben unterschiedlich aber sonst sind es immer der gleichen und das ich weiß nicht wie sieht es denn bei meinen Mods aus habe ich da schon unterschiedliche Mods von der gleichen Farbe gekriegt also passive von sagen wir mal Blitz was habe ich da das ist immer das gleiche oder was oben drin steht oben ja aber passiv sind die halt anders hm ja Brand ist aber auch geil also Brand wäre schon richtig geil weil da gibt es bei den gelben Mods ja das Töten von Gegnern mit Verbrennungsringen 5% legen das ist schon cool ja ist natürlich die Frage ob das auch für die Einzelmods äh wenn du einen großen Gegner vor dir hast wie sehr das dann reinschallert ne da haben wir ja weniger ja genau ups oh Schutzhose tier 4 irgendwie hatte ich aber gerade den Eindruck dass die die ja ich bin ich weiß echt noch nicht was ich da haben will das ist schwierig oh ja der goldene Mod ist eindeutig besser echt? ja der goldene, nicht der liebene? ne sag mal wo sind Feinde ja ist halt immer nur ein Feind ja aber ja vielleicht ist das passive halt einfach besser was drin ist ja ich hab hier noch einen anderen der hat mehr graue Mods drin der hat halt zwei blaue einen grünen und einen bauen da ist der schon besser ja ja das Leiter bräuchte gegen die zwei Kopfschüsse gegen diese Hunde ja ne da brauche ich ein bisschen ich hab glaube ich auch mehr Schaden gemacht wenn ich meine Sniper von 7 auf 9 erhöht hätte ja das ist verständlich würde ich sagen ja ja ein bisschen ganz ein bisschen ja muss ich vielleicht mal in Angriff nehmen äh kalibrieren Sniper boah aber ich finde es halt einfach so teuer ja 425 von dem Gedöns von dieser Quelle ist halt schon übel und dann macht man noch nicht mal gefühlt mehr Schaden aber nur gefühlt ne es ist wirklich nicht mehr es sind 40 damage mehr ja ja es ist Inventory Damage aber äh trotzdem es sind 40 ja es ist nichts ja ok bei deiner Waffe also die du hast das macht da bei mir 7 damage mehr wo wir denken ja ja ok 7 damage mehr für ein Level von 4 auf 5 7 damage das einzige was man sagen kann wo es dann wirklich geil wird wird äh der 10er Bonus wieso? wie sieht der aus? äh bei mir 6% mehr Elementarschaden ach so ja das ist das gleiche bei mir Passive so und dann äh suchst du ja äh Waffen bei Gegnern deines Types sag ich jetzt mal ja deswegen hab ich ja Explosionsschaden ich denk mal Explosionsschaden ist alles generell das ist keine wirkliche Status finde ich jetzt ja klar es gibt Forstfeuer das ist äh mehr irgendwie nach Dingen aber ich denk halt Explosionen ist halt einfach kriegt jeder eigentlich gut damage ja mit der Waffe muss man das halt triggern und da muss ich halt in Schwachstellen treffen oh Gott und wenn die keine Schwachstelle haben dann wird das auch nicht getriggert ne heißt ich mach nur normalen Damage oh und deswegen ist halt dann die Frage hm soll ich auf Status Schaden gehen oder auf Crits Schaden oder auf Crits Schaden deswegen will ich halt eher auf Crits Schaden gehen ja und da habe ich nämlich was diese Kalibrierungs Dinger äh Vorlagen kennst du die? die kenn ich auch hast du da? wie meinst du das? äh die da machen jetzt Leute einfach Runs auf äh wie heißt das gleich noch auf diese Monolithen und andere Sachen da wo es dann halt so ne Sniper gibt als Belohnung oder ne Waffe als Belohnung gibt und äh ich dachte dann um den Bauplan zu kriegen also nicht den Bauplan sondern diese Kalibrierungsvorlage ja klar die erste Kalibrierung könnte ich wegkauen weil die scheiße ist genau Reichweite und Präzision brauche ich kein Stück das ist ne Sniper was brauche ich da bitte da bin ich eh überall auf 100 so gefühlt ja so und die farmen das dann einfach und dann hatte ich einen gesehen der hat wirklich die Standard Kalibrierung drin gehabt irgendwie 3000 Schaden bei einem Gegner gemacht dann hat er die einfach nur die Kalibrierung ausgetauscht und direkt auf 10.000 ok und wo ist dieser Monolith wo die Sniper gibt das weißt grad nicht oder? ne ich glaube das war hier ja hier oben ach das scheiße ok ja ja wo du äh diese legendären Waffen also der hat dann so lange gefahrt bis er da eine Sniper drin bekommen hat boah ok ja im Evolutionslabor oder auch andere so Orte naja da ist eh so ein Zeichen mit also überall wo es dann das Waffenzeichen gab ist er dann reingegangen zum Beispiel auch die Silos die geben ja Rüstung oder Schuhe ja immer jeder Silo gibt eine andere Ausrüstungsteil genau ich weiß nicht ob man dann da durchgucken kann ja du kannst schon von oben schauen die sind halt blau du musst es halt dann auch schwer spielen dann kriegst du es halt in der anderen Farbe ja aber in den Silos ist glaub ich hauptsächlich Ausrüstung drin ja hab ich auch grad gesehen es ist wirklich nur Monolith und Monolithen wo man rennen kann naja da oben ist halt das Endding denke ich mal ja ich will gar nicht wissen was da drin rum rennt deswegen Markierung wäre natürlich auch nicht so verkehrt aber ist halt eine legendäre Sniper ja und den Perk kannst du ja austauschen dann ja das ist ja nur der Perk nicht der Skill ah ok das Skill ist ja bei der legendären ja der dass ich da den Feind halt markiere ja ich denke dass das schon krass ist könnte man ja mal ausprobieren ich schieße so lange mit einer Pippe bis der eine Markierung hat und dann ballerst du einmal auf den Gegner und dann das gleiche einmal ohne ja das kannst du so nicht vergleichen meinst du? die hat auch andere Damage Werte ja aber ich mein halt die hat schon allein die hat allein schon mal im Bauplan Ding fast 200 SDN mehr oh das ist viel dann kommt noch dazu dass sie 5% mehr Schwachstellen Schaden macht und 2% Grid SDN mehr hat ja was ich eigentlich eher meinte ist ähm was für ein Bonus das bringt mit den äh wenn der Gegner markiert ist ob du dadurch extra Schaden machst kann man gerne machen ja hier läuft gerade einer im blau rum den kannst du mal abballern 8300 Arbeitsballen ja und jetzt brauchen wir noch einen normalen Gegner ich hol mal einen ach du bist ja bei mir ja ich wollte mir mal angucken wie das hier bei dir aussieht bei dir laufen Dinosaurier auf dem Dach rum naja so soll es sein na ich brauche ich Stuff ich brauche Elektro-Teile muss ich mal wieder in die Stadt rennen und alles sammeln oh wir brauchen einen mit gelbem Helm oh der ist auch markiert ups es werden wohl viele Gegner in der Umgebung markiert das ist cool da ne der ist nicht richtig ja bei dem habe ich jetzt 11.000 Schaden gemacht das ist bei mir schon random mach mal den hier wenn er aufsteht 6.000 und jetzt den hier der hat einen gelben Helm auf das ist ja wichtig 6.000 ja das ist schon nicht wenig natürlich da ist jetzt halt keine Explosion dabei und ich habe halt immer ein Headdy gemacht ja ja 12.000 11.000 das ist immer der Schwachpunkt den ich treffe und da ist Sniper halt natürlich richtig krass 13.000 und darf ja nicht den Schwachpunkt nicht den Schwachpunkt jetzt den Schwachpunkt das ist cool das ist cool man kann Ziel schießen ich markiere du tötest ja bei dem ist das Problem der hat ein Schild nö oh also zum Beispiel ist es explodiert hat nochmal extra nach den 11.000 nochmal 4.000 Schaden gemacht krass äh ja die sind einfach wenn man trifft ist das schon übel ja Problem echt die Feuerrate die ist halt ja ist halt langsam die sind da oben eigentlich die sind da oben eigentlich war ich doch schon nicht hm da oben ist die Aufbewahrungstruhe da oben ist die Aufbewahrungstruhe oh gelber mod das war eine Ausrüstungskiste hier oben oh ich komme jetzt muss ich hier nur hoch finden äh da drüben ist eine Leiter beim Lkw beim blauen hm oder kommst du auch hier hoch und auf die Türrahmen ja somit hm hm geht das irgendwie hm ja auf dem Türrahmen geht aber äh man hüpft gegen die Rohre ah ja das ist gut das coole bei der Snapper ist halt die Explosion sieht auch immer toll aus ja das auf jeden Fall wenn das immer am Kopf weg explodiert und die haben halt dann auch echt immer alle keinen Kopf ja du kannst ja auch die Arme abschießen ja ja das ist schon cool gemacht wo du die Beine weg schießen wo du die Beine weg schießen weiß noch wie wir ganz neu in dieser Region waren da hab ich mir erschreckt wo die Viecher her kamen und mich die Insel gekillt haben ja die Anilchancen aber hier sind wenig Bosse ja willst du den Fleischer machen welchen Fleischer kennst du den Fleischer nicht ja 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 da musst du ja da schießt ein paar mal auf den Kopf in unser Tod den ich treffe gut das der dumm ist gut das der dumm ist die würde ich gerne bauen können ja das ist auch ein bisschen kacke du findest so viele Sachen und kannst sie da nicht bauen wieso ist die so schlecht was verliere ich wenn ich die jetzt anziehen würde Fachstellen SDR ok was will ich bekommen oh den Perk will ich mal ausprobieren ähm äh äh noch schnell den Dings ausrüstens du musst ja ich krieg jetzt einen ein damage bonus wenn ich in der Hocke bin äh ok hm ok also es ist jetzt so noch gerade natürlich ist die Hälfte abgeschnitten bleibt nur 5 Sekunden lang bewegungslos in der Hocke um in der äh Balliste äh Balliste Zustand einzugehen der dir 40% Waffen STM gibt ach du kacke 40% Nachteil ich kann halt wenn ich aufstehe habe ich äh bin ich langsam äh was ist falsch mit dem Gegner hm die mögen nicht mehr schon zu spät ne der leuchtet komisch achso stimmt ja bei dir leuchten immer die Viecher alle ah wahrscheinlich kommt das hier von von? ja von dem Haus ok ach ich glaube ich gehe jetzt nicht mehr die Viecher noch mehr Bosse ach ich glaube ich gehe jetzt nicht mehr mehr Bosse so jetzt habe ich 9000 gemacht ohne Markierung au schon was das will ich mir nämlich kaufen oft voll ja weil für Sniper ist das krank ja das Schlimme an dem Ganzen finde ich ja du müsstest ja jetzt hochgerechnet irgendwie ähm wie heißt das gleich noch hochgerechnet ein paar Wochen spielen damit du die Baupläne kaufen kannst und äh so lange geht ja gar nicht mehr die Season ja deswegen nimmst du die Dinge ja mit ja ja aber dann spielst du erstmal wieder irgendwie die ja die 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 Rüstung kannst du ja trotzdem dann direkt kaufen wenn du es hast ja ja äh was ich aber meine um wieder das Level zu erreichen dass du easy die Verteidigung machen kannst brauchst du ja wieder Zeit also dann spielst du 2 Wochen die Season damit du wieder die äh oder diese Resonanz äh Sachen machen kannst vernünftig ja ich glaube ich dass das so lange dauert weil du schon deine Rüstung hast wenn du weißt was du baust weil du weißt ja was du machen musst du wirst die Städte nicht mehr komplett abfarmen sehr ja besonders nicht die Amtungsstätte du wirst maximal die mystischen Kisten holen da ist der Typ tot oder wo ist der hin ja 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 ich werde kein PvP machen ne also das hatte einer erzählt beim PvP kannst du ähm anscheinend gibt es dann da noch Zusatzmissionen wo du auch noch Sternstaub für bekommen kannst trotzdem trotzdem das ist mir nicht wert den Stress da kannst du nämlich Überfälle planen äh ok ich weiß aber auch nicht ob ich auf sowas Bock hätte wenn sie bei dir kommen eher weniger denke ich ich denke auch krass der Typ ist der Typ ist krass der rennt da durch aber der hat auch das Ballistikteil an der rennt da durch und macht die vier so krass fertig ist natürlich auch die Frage wie weit er seine Waffen und so weiter schon geupgradet hat ne ne klar krass der hat das echt gut alleine hingekriegt nice also klar der hat nicht wirklich viel verbaut eigentlich gar nicht aber der hat die komplette Ballistikset an so wie das da aussieht zumindest Handschuhe Brust, Beine und Helm ist was anderes was ist denn das für ein Helm? mhm naja den gibt es hier gar nicht dann hat er dann Skin drüber ok wo rennst du grad rum? naja ich bin wieder in meine Bude naja ich bin wieder in meine Bude Schutzhose jo versorgst du auch deine Viecher mit Strom? ok ja das mache ich aktuell nicht ah ich wollte noch was nachgucken raffinerie wow in einer Stunde hat er fünf Treibstoff hergestellt mit aus zehn oder zehn zu fünf ja ja musstest halt dann nicht mehr selber sammeln und du brauchst ja nur fünfzehn das heißt in drei Stunden so jetzt brauchst du mehrere von den Dingen mhm mhm oh das sieht ja witzig aus na ist schon cool was du da gebaut hast ja volle Inspiration von dem Typen haha oh ich hab da jemanden abstürzen hören was? ne gar nicht wahr wo denn? auch nur so das war das war äh aha ok wir können nur eins reinmachen die überstehen ja ja aber du wenn du da irgendwie vier Stück oder wenn du allein die drei durchgehend laufen hast hast du jede Stunde kannst du einmal für eine Minute 50 von den Dingen am verballern ja ja das ist auch schon ok Problem ist es muss halt erstmal anfangen zu laufen so ich bin hier um zu töten ich bin gespannt wie sie 40% auf diesem Boss auswirken das ist auch die Ich kann wieder alles looten, nice. Was ist hier schönes? Was ist das denn für ne Brille? Was kann denn die bruttolle Brille? Strom... Hast du auch so ne Brille bekommen mal? Mayfly Brille? Nee, ah doch. Das ist mit der Auslösenzahl von Stromstößen plus 1. Ja, doch, die hab ich auch. Oh, jetzt ist hier ein anderer Spieler, das ist ja lästig. Das ist 14.000 Schaden. Er oder du? Ich, 14.000 Damage. Ja, das ist doch ordentlich. Nur weil ich knie. Ja, der größte Negativ-Perk ist halt der, dass ich nicht laufen kann erstmal. Also nicht richtig. Okay. Für ein paar Sekunden. Ich kann's nicht lesen. Auch das ist immer so ne Scheiße. Also. Also. Äh. Hockertatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat. Und nachdem du du best verlässt hast, ist Sprinten für drei Sekunden deaktiviert. Und der Ausdauerverbrauch wird um 100% erhöht. Oh Gott. Ja, du bist halt ein Sniper. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Dafür machst du 40% mehr Damage. Das ist äh. Im PvP natürlich nur nicht tragbar, aber im PvE. Ja. Man hört dich hier ganz dezent auch nur in meiner Bude. Naja, ich bin gar nicht mehr bei dir. Was meinst du? Meine Schüsse oder was? Jaja. Glaube ich, so weit weg bin ich jetzt von dir jetzt auch nicht. 16.000 Damage mit Crit, Kopf, Schuss. Nein, die Viecher muss ich halt nicht ducken. Die sind schwach. Vielleicht schon ein normaler Schuss. Wenn ich die Waffe verbessern würde. Ich glaub, dann muss ich nicht mal mehr den Kopf treffen. Dann kann ich aber irgendwas abschießen, also instant tot. Mit einem Schuss. Es bleibt immer so ein Stückchen noch übrig, wo ich denke so, oh ne. Dafür noch einen extra Schuss abgeben. Eieiei. Die Stadt ist schon mega zum Looten. Oh ja. Es gibt keine bessere. Besonders das Rathaus ist Hammer. Gute Idee. Auch dieses kleine Haus hier ist echt übel. Das ist hier bei diesem Computermann, also bei diesen Automaten. Bei dem Computermann. Ja, keine Ahnung. Hat ja ganz viele Bildschirme unten drun. Oder? Ne, das war ja keine Bildschirme. Das ist ein Spielautomat. Ja. Aber da ist so ein türkises Haus. Ja, da war ich eben grad drinnen. Da ist so viel Stuff drin. Ja. Ja, ich wollte jetzt mal beim Rathaus gucken, wie du gesagt hattest. Ja, das haben wir schon mal. Ja, das haben wir schon mal. Das rote Ding, das ist keine bei dir vorne. Achso, oh. Oh, vor festen hin. Ja. Ja. Neben dem Luftballomhaini normalerweise. Der leider nicht mehr da ist. Ja, den habe ich grad gelegt. Mein Lieblingsfeind. Ja, du musst nur fünfmal Luftballon treffen. Ja, und mit einer Sniper sehr einfach. Ich warte immer bis sie leuchten und dann bumm. Bumm. Ich mag den. Aber wo ich ihn das erste Mal gemacht habe. Boah, Mann. Painboss. Weil du hast keine Ahnung, was du machen musst. Du stehst da so da. Irgendwie mache ich dem keinen Schaden. Ja. Und vor allem. Man hat ja noch nicht rausgefunden, wie er funktioniert. Ja, das erste Mal bin ich aber weggerannt, weil ich keinen Plan hatte. Nö. Da kommt da einfach eine Head... Da kam grad einfach eine Headcrab aus dem... äh, unterm Tisch hervorgekrochen. Die sind fies. Die machen zwar nichts, also damage mäßig, aber wenn du die lässt, hast du schon mal eine... Hast du die mal gelassen? Nee. Musst mal machen, das ist echt übel. Okay. Die... Die macht dir kein damage, aber... Ey, das ist krass. Das ist übel oder so, was? Also, also nicht erschreckend oder so. Das ist einfach nur echt krank. Also, wenn du die nicht killst... Das ist abnormal. Wenn da andere Feinde sind, du kannst nichts machen. Nichts. Okay, das ist lustig. Das ist echt. Das muss ich mal ausprobieren, wenn da so eine... Puppenkopfspinne kommt. Ja. Weil dem Haus spawns ja nicht immer. Also, hier habe ich schon immer eine gesehen. Alter, wie viel Kack man hier rausholt. Deswegen, ich muss mein LKW hier hinstellen. Da kann ich's gleich schreddern. Und einlagern. Ich baue noch Kisten rein. Ich weiß nicht, meine Momentan... Wie viel habe ich? 65% jetzt. Oh. Hm? Das war eine Morph-Kiste. Ah. Oh, hast du schon diese richtigen Morph-Kisten mal gesehen? Nee. Die sind geil. Die sehen so aus wie diese kleine Kiste, die neben diesem Typ immer steht. Welcher Typ? In den Städten. In den Städten. Der Sachen verkauft. Für diese... Stern-Chance, die du bekommst, wenn du... Ah, okay. ...Missionen machst. Nee, nee, nee. Geil. Ich weiß nicht, in dieser Stadt, es macht einfach Spaß zu looten. Ja. Ach, das wäre geil, wenn das Schwert noch ein paar Level besser wäre. Dann kannst du es nicht verbessern? Ja doch, aber das ist ein... Schwert, was ich nicht reparieren kann. Also ein Boss-Schwert. Scheiße, das kann man auch bauen, oder? Bestimmt. Ich habe dafür nur keinen Bauplan gesehen. Also meine Loot-Tour ist meistens pinkes Haus, Rathaus, dann dieses Shopping-Mall, wo du jetzt gerade gleich rein rennst. Dann gehe ich in die Tiefgarage, in den Mittelgang durch. Das hört sich astrein so an wie eine Loot-Tour, die ich bei einem YouTube-Video gesehen habe. Echt jetzt? Ja, ja. Ich meine, da ist halt der meiste Loot drin, du klapperst die großen Kisten ab und die Häuser, die halt viel Loot haben. Kleinen Häuser-Ding, nur ich. Müllton renne ich gerne an. Genau, das hat er auch gesagt. Und, ähm, halt, dass du genau auf dieser Strecke irgendwie an drei, vier Bossen vorbeiläust. Richtig, du rennst da an diese, an diesen, ähm, einmal an der Maschine vorbeiläust, also an diesen, ach, Automaten, dann an dem Luftballon, dann an dem Fliegeviech, dieses Fette, ich glaube, dann kommt später noch ein Fliegeviech, ein Fettes. Das sind zwei fette Fliegeviecher. Das ist einfach Hammer. Und die droppen halt echt gute Stuff, Energie, geben dir da zwei, dreihundert. Tausend? Ne, das wäre nicht, aber, nein, kein Vieh ist auch was. Ja. Wie viel Geld habe ich denn aktuell? Ja, okay, so Bangkok bin ich jetzt auch nicht. Naja, aber braucht man ja für später. 268.000. In Season 6 kannst du dir, ähm, diesen Sternstaub einfach so kaufen. Ja, aber was machst du schon in Season 6 groß? Ich weiß nicht. Ja. Also Season 6 ist mir dann schon so, ja, eigentlich habe ich jetzt alles. Was will ich jetzt eigentlich noch machen? Und ich bin eigentlich durch. Also worauf ich echt gespannt bin, ist, ähm, wie das hier weitergeht, weil ich habe vorhin so einen, so einen Fragebogen ausgefüllt. Mhm. Und da wurde drinnen geschrieben, äh, was denkst du wird passieren, wenn die Season zu Ende ist. Und da gab es auch eine Antwort, die hieß, äh, dass die Season, wo wir jetzt drinnen sind, einfach weitergespielt werden kann. Und was passiert, und das heißt, was passiert dann? Ja, also dass dein jetziger Charakter einfach in dieser Season bleibt. Ja, ja, aber, aber was bringt dir die Season, wenn nichts Neues kommt? Ja, genau. Weil du hast alles gemacht, du hast alles abgerannt, du hast alles Storys gemacht, so. Du hast alles. Sozusagen durchgespielt. Ja. Oh, äh, Dampfer schreibt gerade, du brauchst den Meisterhand Deviant, der produziert ein Material, womit du einen Werkzeugkoffer herstellen kannst, der dir Sachen reparieren kann, selbst wenn es dir nicht gehört. Hm, den Mutanten hast du schon. Den haben wir durch den Wolf bekommen. Ah. Nee, nicht Wolf. Beim Wolf haben wir einen Wolf bekommen. Oh, wo haben wir die Hand bekommen? Aber ich habe eine Hand. Ich weiß aber, irgendwo, bei irgendeinem Boss haben wir das gekriegt. Ah, wer war das? Wer war das? Weiß ich nicht. Aber ich habe eine Hand. Weiß ich. Hm, Hunger und Durst, wie immer. Miniboss mit Betonmixer auf dem Kopf. Echt jetzt? Okay. Wo kriegt man, wo kriegt man denn Miniboss mit Betonmixer? Wo bist du denn schon wieder unterwegs? Ich bin bei einer Tankstelle. Wir haben schon drei Minuten. Ich habe Hoffnung, dass man hier einfach... Ja, also, schmeißt hier drei Dollar rein, drei Energie und du erhältst 15... ...x. ...x. ...x? Ja, alle fahren auch als erstes in den Waffenmarkt. Ich würde als erstes erstmal einen Obi plündern. Obi. Hm. Ja. Was würde ich als erstes plündern? Gute Frage. Klar, Obi für das ganze Bauzeug. Ja, nicht nur Bauzeug, sondern da kriegst du mal eben schnell ganz fix ein Dieselaggregat her. Ja. Ja, aber Diesel ist halt auch nicht so toll. Ja. Da wäre sowas besser mit ganz vielen Batterien. Ja, oder das. Ja, dann musst du einen Expert überfallen oder so. Oder Mediamarkt. Ja, eher so eine kleine Kette, wo die Solaranlagen verbaut. Ja, oder das. Naja, aber du könntest auch... Von der Solaranlage hast du halt länger was, denke ich, weil die geht vielleicht nach 5, 6, 7 Jahren kaputt. Ja. Ja. Und Diesel, ja, da musst du immer raus und Diesel suchen. Ja. Und das wird immer schwieriger, gehe ich mal davon aus. Auch wenn's Benzin oder Diesel, ist ja egal. Oh. Und es ist laut. Ja, okay, da hast du recht. Und wenn ich überlege, dass meine Eltern eine Solaranlage auf dem Dach haben... Ja, schon. Und zwischendurch mal die, ähm... Dann müsstest du nur Ersatzsachen klauen, einfach, dass du es austauschen kannst. Ja. Du musst es nicht mal montieren. Äh... Also, das Coole bei meinen Eltern ist, ähm... Der Pool ist über eine, äh, wie heißt das gleich noch... Wärmepumpe versorgt, die an der Solaranlage angeknüpft ist. Das heißt, man könnte sogar im Winter das Ganze umbauen und einfach, äh, warmes Wasser haben. Oh, nice. Das ist gut. Dampfer hat noch geschrieben, ja, na, ja nicht Betonmixer, aber so eine brennende Trommel, die der Boss auch abtrennen kann und als eigener Gegner fungiert. Ah, Deros. Ich weiß nicht, wer den meint. Okay, den habe ich noch nicht gesehen. Ich schon, aber da habe ich das nicht her. Ich habe das erst spät bekommen. Aber den Boss kenne ich. Hast du den ja nochmal gemacht. Eigentlich nicht. Der ist in den höheren Gebieten gefühlt, habe ich ein wenig. In den höheren Gebieten habe ich kaum gesehen. Der war für mich am Anfang immer, und zwar... Der war hier in Sutherland Chemiefabrik. Da war der. Da ist einer auf dem Dach gewesen und einer in so einer Fabrikhalle. Und da hüpft dann der Kopf ab. Der Kopf macht dann so Feuerschwellen, so Feuerfelder. Und das andere, wie ich renne dich eigentlich nur an. Ah, okay. Was mache ich eigentlich hier? Hier ist nichts. Äh, kann ich dir nicht beantworten? Ich sollte vielleicht nicht dir hinterher rennen. Achso, ich bin in die ganzen Häuser reingegangen und überall waren Truhen drin. Aber das ist halt nur minimaler Loot. Jupp. Dann würde ich lieber in eine andere Stadt gehen. Jupp, das war eine... Wir haben jetzt die ganze Zeit über Solar gesprochen, ne? Ja. Man könnte in die Sunshine Farm gehen. Oh ja. Da war ich auch noch nie. Da war ich noch nie. Aber da kriegt man keine Säure. Ist nicht geil. Oh. Bin nun mal durchgefahren und da sind Leute, die auf einen schießen. Also, glaube ich, keine Mutanten. Ich will Bucklin haben. Ich mache mich nun wieder einen schönen Stream noch und eine gute Nacht zusammen. Danke, wünsche ich dir auch Zuschauer und dann bis zum nächsten Mal. Also, morgen. Morgen starten wir schon um 5, äh, um 10. Nicht um 7. Nicht um 7. Nicht um 7. Nee. Ich meinte eigentlich um 7 bin ich nur, also wach. Kann nicht lange schlafen. Vielleicht bin ich deswegen auch immer müde. Ich bin streamen und gute Nacht zusammen, genau. Also, äh, ja. Dann. Schlaf gut. Schönen Abend dir. Danke fürs dabei sein. Und Dampfer, das probiere ich gleich wohl mal aus. Schaffst du den allein? Oder soll ich Händchen halten? Äh. Ach, verdammt. So eine Markierung wäre schon mal interessant mit Hocke. Äh, was? So eine Markierung und dann ein Schuss von mir in der Hocke. Ah, ja. Was das dann für einen krassen Damage-Busen macht. Ah, die Ballisten, Dings, was? Züglich von das, was? Achso, Level-Elfer-Zone, okay. Ha! Score, letzte Hellentat. Nice. Hast du, was? Hast du S bekommen? Ja. Hast du gescheit, oder? Oder Rampf? Was du nicht brauchst? Äh. Oh. Oh. Könnte dir vielleicht gefallen, wer weiß. Ja, aber... Interessanterweise... Das hatte ich gesehen... Also, die habe ich schon. Die könnte ich jetzt übelst upgraden. Aber... Ähm... Interessanterweise hatte der Typ, der die jetzt gedroppt hat... Äh... Hier, wie heißt das? Ähm... Boah, mir fehlen 200. Wow. Ähm... Diese Lamas, die da rauspoppen. Der hatte einen Stern auf seinem Hut drauf, der da. Weil andere haben keine Sterne drauf. So, meinst du, das ist der Hinweis, dass das das S-Teil ist, oder ist das einfach nur Glück gewesen? Äh... Ich nehme ganz stark an, dass es einfach nur Glück gewesen ist, aber... Man darf die Hoffnung ja nie verlieren. Aber meinst du dieses kleine Sternchen auf dem Zylinder, oder? Ja, ja, genau. Okay. Äh... Streamer RNG, weiß wie viel... Was heißt RNG? Guck dir mal an, wie viel ich hier schon reingekloppt habe. Und das war jetzt das erste Mal. Ähm... Ähm... Oh, mach ich jetzt mal die Wettervorhersage mal wieder kaputt. Wo ist sie denn da? Oh, da hat schon wer was versucht, okay. Südlich von Dettsville in Harz Industries, Level 11 Zone. Dort im nordöstlichen Gebäude spawnt er so alle 10 Minuten. Äh, meinst du Harz Industries? Level 11 war Gebiet, also da kommt man rechts irgendwo. Ah, hier. Und dann im nordöstlichen Gebäude. Da. Oh, ich hab letztens erzählt, wie man hier diese, ähm... Pilzfarm machen kann, um den Riesenpilz zu erhalten, ne? Mhm. Und ich hab nicht Bruchdelta gesagt, sondern Bruchtal. Nein. Na klar. Das ist wie auch... Ich hab mir das Video viermal angehört oder so, ne? Das ist mir nicht aufgefallen. Ja. Geil. Und dann war das, glaub ich, das erste oder zweite Kommentar auf TikTok. Ja, die hören das natürlich sofort. Ah, so'n Scheiß. So, ich würd noch mal eben, äh, kurz auf Klo rennen und mir was zu trinken. Bis gleich. Bis gleich. Geil. Oh, was ist da hinten? Das leuchtet. Also, nix. 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 Oh, der Bus ist da. Oh, der Bus ist da. Nix. Okay. Oh, ein Rezept. Einfache Leute-Rezept, geil. Was haben wir denn da schön? Mutanten-Würstchen mit Knochen. Das hört sich sehr lecker an. Haha, geil. Muss ich mal ab, gerne mal in der Küche gucken. Entschuldigung, also nach der Küche. So, so, show was ganz köstliches gefunden ein rezept das ist nice mutantenknochen und mein gedächtnis ok mal gucken was es kostet zu machen was es bringt ich kann sogar machen verwendung erhöht deine stm gegen boss um 15 prozent okay das krass das kostet bisschen fleisch einen mutierten pilz und marsala mutanten würstchen mit knochen es sieht auch so aus also es ist ein knochen wo ein würstchen dran gebunden okay ich hatte jetzt eher dran gedacht dass du dann einfach so ein teil fleisch ein teil gewürze und ein knochen der wird auch noch mit reingeschmissen ob das schmeckt ist was anderes aber der buff ist nicht schlecht ne der buff hört sich echt gut an und ich habe eine neue wand gefunden mal gucken wie die aussieht also aktuell liefern bieber aktuell liefern die bieber mehr sachen für die wohnung als ich finde okay aber ich habe auch die bieber eingestellt weil ich die nicht mehr braucht ja ich habe auch nur ein also ich habe aktuell auch was gutes gefunden ein kinder maxi king die kaufe ich mir so alle paar monate mal weil die derbe geil sind und das ist wahr das ist wahr so jetzt ist die frage soll ich noch mehr pumpen hinstellen ich weiß gar nicht wie ist mein strombedarf aktuell 0 0 0 0 0 0 15 22 kann doch nicht sein die stromanzeige nervt mich so über 44 50 59 strom verbraucht gerade das bitten wird das ist gar nicht 59 diesen strom bekomme ich nur von meinen solaranlagen und davon sind nur drei aktiv meine ganzen energie generatoren sind alle aus ich habe 1 2 3 4 akteure von denen und sind lege machen nix kann ich noch ein bisserl erweitern meine benzin produktion wenn ich habe mich beurteile da ist der fettsack geschmolzener kern bist du fertig gemacht ich habe den kopf kaputt gemacht mit einem 2 auch da ist so und zwar wie ich drei weitere pumpen angeschlossen kann ich eigentlich noch ein ding hinbauen oder wird nicht unterstützt wieso ist also ich den anderen hat es gesagt in der chemie fabrik ich kann dir auch die finger geben wenn du ich kann da eben schnell hinfahren was kostet denn das überhaupt so eine werke zeugel zu bauen also dass du brauchst dafür dann noch ja das wird teuer für dich sternen staubquelle was ist das denn ich weiß es nicht ein sprungfrosch was macht er so let me have a look produziert spezielles material die zu herrscher von launetränke verwendet werden können man hat eine bessere sprungkraft da kam der boden zu nah okay wir nehmen doch die brücke naja ich wollte ja dings bauen potter brauche ich mal wieder ein paar portale und und Oh. Sieht's da eigentlich mit Medizin auch aus. Ich baller mir eigentlich immer das billigste Scheiß rein. Ja, ich auch. Ich hab noch nie irgendwas gecraftet. Ich auch. Also die Hauptversorgung läuft aktuell über diese, ähm, Medizintaschen, die man überall findet. Nee, das ist so ungefähr, ja. Bei mir nicht anders. Ich hab ja noch 33 Schnellaktivatoren. Die hab ich noch nie verwendet. Das sind die grünen. Ah. Ein bisschen größeren. Da weiß ich gar nicht, wie viele ich hab. Oh, ich hab ja gar keinen Motten mit meinem Helden drin. Uiuiuiuiui. Was? Das gehört ja sofort bestraft. Ich hab den Motto rausgenommen. Gleich bestraft, okay. Der sechste Abprall ist ein Präzisionsabprall. Aber Abprall ist wieder eine Skill, oder? Ja, eigentlich schon. Dann brauch ich's nicht. Und vor allem, was prallt da ab? Nee, es ist, es ist, es ist Splitter. Also es ist dann Splittermunition. Du schießt und dann halt, je nach Waffe, prallen dann bestimmte Prozente halt, das zum nächsten Gegner. Ah. Er springt halt, wie so ein Kettenblitz. Hm. Lamm gar nicht. Es ist nicht schlecht. Also Damage Music ist okay. Aber. Diesen Perk, der Mod nervt mich. Das ist was für ein Mod. Maske, okay. Ich geh jetzt in Masken rein. Ich geh jetzt Maske machen. So, wo geh ich Masken-Mod her? Das war irgendwo hier unten, glaub ich. In welchen Silo unten. Das war hier der hier, oder? Ja. Ja, da komm ich mit. X1. Hast du deinen Schockstarb mit? Ja. Äh, nee, hab ich nicht. Schon geschreddert? Selbstverständlich. Okay, dann brauche ich ihn. Wie ist denn das Schockstarb? Ist das scheiße? Ja. Okay, dann baue ich ihn auf T1. Und er sieht halt nicht gut aus. Naja, aktuell habe ich keine gescheite Nachkampfwaffe. Ich hab die Axt halt. Ja. Die ist ganz nett, aber Damage-mäßig macht die. So, wie viel Muni habe ich nur noch? 4, das passt. Reicht. Granaten haue ich jetzt wieder meine Wendel in meinen Dings rein. Die baue ich nicht. Meine Kiste ist voll mit Granaten. Oh Gott, die schreddere ich immer. Echt? Dann brauche ich noch weg. Kommt mir eh nichts raus. Ja, nehmen Platz weg, ne? Ich hab's nicht mehr mitgekriegen. Der einzige, was ich schreddere, ist die Munition, die ich nicht brauche. Ja, das tue ich auch. Die ist ganz, äh, wie weiß. Der einzige Munition, die ich nicht schreddere, ist die blaue. Davon bekommt man eh kaum was. Oh. So, und dann. Schnell. Ich finde es okay. find's ärgerlich dass im kühlschrank das zeug abläuft ja also da ist so wenigstens ein tiefkühlfach entwickeln können es ist zwar irgendwie realistisch auch selbst im tiefkühler halt das nicht ewig aber trotzdem ist es irgendwie sehr lästig ja es ist so wieder so ein realismus wo ich sag du ja er muss nicht das ist schon tun aber wo kriege ich einen gescheiten maskenmord her weil das ist ja eher so kalibrierung kaputt ist denn meine rüstung wenn der sagt dass es kaputt ist oh oh ja das ist so glatt Gut. 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 Ich habe das Essen weggetan. Verdammt. Nein. Das war's für heute. Okay, ich habe gerade eine Mod gefunden. Die hätte ich gerne in Gold. Wieso? Was macht dieser tolle Mod? Moment. Ähm. Oh, habe ich hier gar nicht. Was für eine Mod warten das? Ja, vielleicht für Ausrüstung. Ich muss mal generell unter Mods gucken. Das kann auch ein Rüstungs-Mod gewesen sein. Hm. Oh ja, das war ein Masken-Mod. Donnerschlag. Wenn 20 mal Stromstoß ausgelöst wurde, beschwört der nächste Treffer himmlischer Donner. Schock-SDN in Höhe von 160 Prozent der Psy-Intensität. So was wirst du nicht in Dings bekommen. Nee, gehe ich offen aus. Sind alle festgelegt. Was man da bekommt. Und ich habe noch nie das... Wobei doch. Einmal habe ich das gleiche gesehen. Okay, explosive Splitterbro hier hinten und vorne nicht. So. Bin da. Wo? Ex 1. Hm. U35 ist da. Weiß nicht. Wenn ich das eigentlich starte, müsstest du eigentlich hergeportet werden, oder? Es kann sein, dass du das nicht starten darfst. Warte. Okay, ja. Du musst mich porten. Ich muss dich porten, weil du dich falsch geportet hast. Hm. Oder was wolltest du von der Stadt? Nee, ich wollte eigentlich woanders hin. Also. Ich hatte gerade auf einer Map geguckt, wo man diesen Artisanen-Touch bekommt. Äh. Das ist in der Wüste. Da, wo du dein Haus hast. Hm. Wollen wir das auch 50 probieren? Gelesen habe ich es noch nicht. Hm. Schlimm? Oder vertretenbar? Es könnte sein, dass das sogar richtig gut ist. Äh. Der Boss erleidet 90% SDN im normalen Zustand und 115% SDN, wenn er von kontinuierlichen SDN-Effekten betroffen ist. Da ich den ja nonstop mit, ähm, Stromstoß versehe, kriegt er eigentlich doch konstant 115%, oder? Wegen was? Nee, eher die Markierung, würde ich fast sagen. Hm. Weil das ist ja dann durchgehend. Wobei, wenn ein Stromschlag... Aber da kriegt er ja keinen Schaden, oder? Durch Stromschlag. Doch. Ja, nur einmal, nicht durchgehend. Hm. Welches ist das Leben gekommen? Hm, da brauchst du halt 90%. SDN-Effekten betroffen ist. SDN-Effekte... Äh, das ist fraglich. Für mich wäre das eine Markierung. Weil das ist ein SDN-Effekt. Oder? Ja, äh... Ich weiß nicht. Oder wenn er brennt. Ja. Moment. Hast du noch so eine Wurst am Knochen? Nee, die hab ich nicht gemacht. Oh, schade. Dafür fehlen mir Pilze. Die müssen ja mutiert sein. Oh, ja, okay. Was hab ich denn hier noch gutes? A dozen Futter. A dozen Obst. Kühler Kopf. Ich hab ja auch Rinderfleisch gerichtet. Äh... Das ist bei mir abgelaufen. Äh, warte mal. Wieso hast du keinen Dino... Achso, hast du das nicht gemacht. Was? Weil der Dino macht das ja besser. Also, ja. Noch einen Buff drauf. Wenn der Dino kocht. Ja. So. Wollen wir? Ja. Die Quote. Äh... Und welcher Boss ist denn das? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, das ist doch der aus dem Zaun steigt, oder? Äh, aus dem Fernweh. Ach, das war der. Und der andere war doch das in dem Computer, oder? Ja, genau. Im Computer unser Raum. Nee, das war der... Ähm... Roter und sonst was Bereich. Ich denk mal, das ist der große Turm, oder? Wie der große Turm? Mit Red Light, Green Light. Ja. Ja. Ich weiß es. Ich glaub, die Server sind ein bisschen am Abspacken. Was soll ich denn denn abschießen, wenn er so kommentiert wie oben macht? 2 Säure. Uh. Uh. Gewehr Munition. Wow. Oh nein. Ich merk das schon. Verzieht euch. Oh. Hast du das gesehen? Nee. Da kam grad'n Donnerschlag von oben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bin ich meinem R-30 verblitzen? Oh mein Gott. Ich werde die Mäni. Ich werde die Mäni. Hallo. Das war dann wieder... Oh, die Tropenflugzeug hier. Da hast du ne Rosetta V3? Okay. Nice. Bestimmt. Muss ich gucken. Boah 19.000. Jao. Das werden wir auch noch nicht gemacht. Also wir kommen hier einmal rein, wenn wir eine V3 haben. Woher kriegen wir ne V3? Da habe ich ne V3 von dem Boss hier, der da gestorben ist. Ah okay. Dann mach die mal da hinten rechts. Ich habe von dem nämlich nichts bekommen. Einer muss einmal rund um die Konsole rennen. Oh. Hammerhai. Nehmen, nehmen, nehmen. Nehmen die Munition. Das. Ah. Rosetta V3. Dann lass uns mal hier lang gehen. Hä? Kann man doch nicht die Wand kaputt machen? Ja ja, aber wir können auch hier einfach durchlaufen. Ja ja, aber wir können auch hier einfach durchlaufen. Was? 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 No. Dad. Judy? Aber Prüfung erfolgreich, die kriegen ein Elektro-Symbol angezeigt, dauerhaft. Okay. Kannst du durch das Loch durchschießen? Ja, wenn ich wieder ruhig springen werde. Okay. 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 Dann komm ich zu dir runter. Nee, nee, da läufst du zurück. Oh, da ist bestimmt auch Blut. Nee, ich glaub, da rutscht du nur eine Wand runter. Das ist eine kleine Kiste. Oh. Aufgebaut in Miniform. Zweimal Schwarzpulver. Nee. Nee. Heil, heil. Heil. Und eine heile Tische. See? Oh, whoa! Not eine Sera. Ich muss mich nicht mehr aufhören. Ich kann einfach nur in den Rücken schießen. Das ist hier einfach so schlimm. Ich kann nur in den Rücken schießen. 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 Ach, ich hab mich mal entschieden ein bisschen stehen zu bleiben. Das ist so blöd das Portal zu nutzen. Bist du schon da? Ja. Okay, wir müssen die Netzteile zerstören. Ach, da bist du. Die sind immun. Kann man kurz beschützen. Okay, jetzt schlapp ich auch. Okay. 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 Pfff, 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 pfff. Okay Boss Gegner kann man anscheinend nicht markieren. Okay Boss Gegner. wie hast du jetzt die energieversorgung abgestellt indem ich einfach drauf geschossen habe ich auch aber warum ist sie rot oder grün oder aber der boss ist irgendwie bedeutend einfacher und ich glaube die sache die ich gesagt hatte zählt doch ja ja aber gleich kommen die strahlen gott sei dank also der war bis auf dass wir ziemlich viel munition verballert haben echt easy ich habe eine hmr grumbler bekommen meist gesucht präzision und splitter mod ich habe einen schraubenschlüssel gekriegt was hast du gekriegt einen schraubenschlüssel wow genau rüstungsmord jetzt habe ich ein mod meist gesucht markierte markierte gegen und ich habe hier hier ist das hier vielleicht für dich blitter explosion 20 schüsse weiß ich wie viele schüsse das sind ja wobei splitter eigentlich nicht eigentlich nicht was hat was hatte ich hier eine waffe schnellschuss stil bolzen ziehen tempo nach ladetempo wo sich denn meine kalibrierung ja das oberste schon besser als das oberste ich da drüber habe aber ich kann die waffe nicht fallen lassen ne meinste keine ahnung ne habe ich bis jetzt noch nicht gefunden aber vielleicht kann man ja die kalibrierung fallen lassen ja die kannst du fallen lassen wirklich wollen wir nochmal machen äh ich bräuchte erstmal würde ich mir erstmal neue mus- äh munition holen kann dich nicht liken natürlich du hast deine acht stunden erreicht wer du auch dann muss ich ja mal nachgucken was meine festplatten sagen das ich kann ja für 35 36 stunden aufnehmen na also reicht ja nur ja und bis jetzt das finde ich so geil hochgeladen habe ich 35,1 gigabyte ja das ist nicht wenig äh ne ist nicht wenig äh ne wär aber geil könnte man seine Bitrate auf 60 oder so stellen so und jetzt wollte ich noch eine sache nachgucken j j j j wow das umkalibrieren kostet 500 boah das ist ja übel mhm umso mehr braucht man so eine fabrik j 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 was man nicht haben will. Ja. Bist du auch gerade bei dir zu Hause? Nee. Nein. Na, aber wir müssen eben noch zwei Minuten warten. Kann ich denn was Hübsches zu essen herstellen? Was haben wir denn noch hier? Oh, soll ich dir ein Dosen Frühstücksfleisch mitbringen? Nee, ich glaube cool. Aber besser was. Okay. Dosenfleisch. Erhöht den Splitter-STN. Also Bacon Burger herzustellen, wäre auch mal eine Maßnahme. Okay, nee. Braucht man mutierte Zwiebeln für. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich wäre startklar. Und ich habe noch ein kleines Geschenk für dich. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich glaube schon, die kann man ja traden, glaube ich, in einem Marktplatz. Jo, danke. Nice. Oh, 500 ist schon happig. Ja. Also Bolzenziehtempo, okay. Nachlade ist geil. Angriff. Oh, Angriff Minus. Wollen wir mal auf Pro spielen? Oh, Verlies in dieser Phase nicht verfügbar. Das heißt Belohnung. Also da gehen wir über das untere Teil. Ja. 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 Das war's. 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 Oh, da kommen noch mehr. Oh. 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 Eita Was ist denn hier? Hehehe. Das ist ein Teil von mir. Oh. Whoa. Ja, also du darfst nicht hinter die Tür springen. Guck mal, eigentlich bei dir, dass der Boss, also die Viecher zurück, wenn sie den Schuss abhegen. Äh, nochmal bitte? Guck mal, bei dir die Viecher zurück, wenn sie den Schuss abhegen. Ja. Das ist so richtig. Das bringt Schock, oder? Ja. Achtung, rechts neben dir. Ich glaube, das muss immer, du musst immer zuerst durch. Ah. Oh. O. Oh. 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 Oh 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 Ah Hmm Hmm Ja, geht auch. Ja, ich wollte die Lampen ausschießen. Ja, ich wollte die Lampen ausschießen. Oh Gott. Ja, ich wollte die Lampen ausschießen. 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 Das ist die Lampen ausschießen. Das ist die Lampen ausschießen. Das ist ein Atomfall. Oh. 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 Oh, jetzt habe ich so viele Punkte bekommen. Was mache ich damit noch? Oh. 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 legendär glückwunsch beim ersten direkt den mit dem hut geschlagen oder astronaut astronaut ja die achten habe ich schon gehabt er muss ich das irgendwie abholen oder so oder irgendwie konnte ich die baupläne nicht freischalten ne die muss so in baupläne ja ja aber irgendwie sind die da nicht drin dann kann es sein dass du nur zehn stück oder so erhalten hast und das nicht ausreicht für die fusion die sind schon bereits freigeschaltet und muss ja nichts machen okay ja ich habe die schuhe und wechseln auf die und und Untertitelung des ZDF, 2020 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 schon das feuerzeug eingeworfen in die zelle ja ja das schon ich will rausfinden was die waffe macht diese portale funktionieren ja du musst davon mehrere bauen kannst du dein territorium und dann kannst du einfach in die reihen laufen und ja das weiß ich nicht das könnte man ausprobieren das wäre lustig oder bei meinem lkw rein dann kann man die lkw durchsäure nichts bekommen schade warte mal dann ruhig mal mein lkw zurück dankeschön dir auch noch viel spaß und danke noch mal und du bist dann offiziell damit der erste subscriber ja Okay, jetzt kann man kein Portal bauen. Und was kann man? In den Ecken kann man kein Portal bauen. Oh. Und der Baum muss weg. So. Oh. Genau. Und die Laterne musst du vielleicht auch umbauen. Und das Teile muss ich auch umbauen, ist schon alles im Weg. Komm hier nicht raus. Oh. 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 Oh Wie kann man eigentlich so einen Truck übernehmen? Oder kann man den nur irgendwo kaufen? Ich kann es bauen Ah ok Ich kann es bauen 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 Hm. So. 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 Und was mobbt dich? Die Wand. Oh. Und was machst du denn mit dir? Ah, die will ich da haben, wo ich es hin bauen will. Das ist ja normal, ne? Jede Position, aber nicht die Position, die ich habe. Genau. Besser Navy, nur da ist es vor einfach sein. Ja. Das Host. Bleib. Was? Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja. Das hat schon wieder nicht unterstützt. Krieg die Käse. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe so viele Punkte, ich weiß nicht, was ich damit machen soll So viel kann ich gar nicht posten Oh Gott, wie viel hast du denn mit einer Weile? 7000 Oh, das geht ja noch Ja, da habe ich ja gerade 2000 ausgegeben Klar geht das, aber wenn ich jetzt hundertmal Death, äh ein paar mal Death mache Ist das glaube ich nerviger Äh, ja Oder Hallo, Hallo, Hallo Oh Gott, ja Aber ja, um die Uhrzeit einen Schuss abzugeben Ja, okay, aber dafür spielen wir das falsche Spiel Muss man ja leider so sagen Weil man erwartet ja irgendwie einen Schuss hier Nee, nicht da wo du bist Nee Ah ja Das stimmt Ist das nur dazu eingebaut? Oder war das schon? Das war schon Okay Was? 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 Riesenraum Wo einfach nichts ist? Nö Extraanlagen Oh Kann ich das Kann ich einen Teleporter kaufen? Wie meinst du Teleporter? Achso Okay Hm Oh nice Wieso nimmst du alle? Wieso kaufst du den Greifstoff? Weil ich was ausprobieren will Wird nicht gehen Brauch ich So Wie komme ich jetzt wieder Ah Greifstoff ist Werkzeug normalerweise Ja Vielleicht habe ich gerade die erste Möglichkeit gefunden Das Eternal Land mal vernünftig zu nutzen Aber du kriegst nur die Währung Äh Indem du zum Beispiel Gemüse verkaufst Was du im Eternal Land wachsen lässt Und dann verkaufst du es einfach Also spielst du eigentlich eher auf Eternal Land Also ähm Weiß ich nicht Ist auch irgendwie falsch Aber du kannst auch Zeug von deinem Äh Von dem Von dem da verkaufen Bei dir trägst So Geh mal auf Geh mal unten auf die Insel Unten Ganz unten bei den Inventar Ah So unten diese Insel So Wie kriegst du Ne ja Muni kannst du exportieren Wird es nicht Ah Erhalten ist aus dem Aus Eternal Land Nicht in die neue Season überführbar Was Was Es ist so ein bisschen drin. Schade. 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 was meinst du kommt jetzt eine ein verkauf von gegenständen irgendwas mit grafiken oder so null follower videos eine startseite keine gestern erstellt worden dass twitch so was immer noch nicht unter kontrolle hat das glaube ich schwierig ja sonst hätten sie bestimmt unter kontrolle das wollen die bestimmt auch nicht die von twitch ja das glaube ich auch wenn würden sie lieber selber irgendwelche sachen verkaufen ja dass die sowas noch nicht mehr machen yo ist ein bot ist standard kram was ist denn dein favorite game das erste zelda the awakening ja auf dem gameboy also auf dem allerersten gameboy der rote oder grau weiß der graue ja die gab es später mal in rot ich glaube da kam schon der gameboy color raus oder so ich habe hier in rot ja boah color hatte ich nicht ich hatte noch den upborne also ich hatte den äh ich hatte alle echt ok krass ja ja eine psp hatte ich noch einen ds hatte ich ja anhand konsolen ne ich hatte alle gameboys alle ds und äh mit 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 dem ds ist mir das schlimmste in meinem leben passiert ja vielleicht nicht eher so im gaming bereich das schlimmste äh ich hatte einen relativ seltenen gameboy ds ähm ne 3ds sogar den konntest du auf ebay für 450 euro verkaufen mhm ich habe den sauber gemacht und hatte derweil auch meine bude sauber gemacht und dann packe ich den in die verpackung rein und der rutscht auf der anderen seite raus und fällt direkt in den wassereimer das war super oh god ja ja glaubst gar nicht wie beschissen ich mich gefühlt habe davon geht man halt auf mich aus ne dann würde ich da aufgehen und rausrutschen ja und ähm boah das war wirklich ich wollte den nur noch einmal eben äh sauber machen also ich habe den abgewischt so dass ich den in die Verpackung tun kann und ne das war so zwei sekunden vorm verschicken gefühlt ja boah das ist wirklich sehr ärgerlich ja und die Switch habe ich glaube ich Anfang des Jahres verkauft weil ja genau bei mir stand die ich habe die eingeschaltet und dann äh ich irgendwo konnte man nachgucken wann die das letzte mal lief oder so oh boah ja dann bist du auch schon ein paar jährchen hier genau und da dachte ich mir ey komm ich habe noch die allererste Version von der Switch also wirklich die allererste und Thomas kauft wer ja oh ja oh ja weil die am einfachsten zu Jailbraken ist die hat noch nicht das Update bekommen ah womit du den Jailbreak aushebeln kannst äh also ja und dann habe ich die noch für ich habe die gekauft für Originalpreis ich glaube 289 und verkauft habe ich sie für 390 ne also richtig oh also sehr begehrenswert sowas okay ja anscheinend aber das ist mit ganz vielen Sachen so ja ja auf jeden Fall wenn man viele Player spielt oder halt ja ohne Internet ja ja und die Sache war halt ey ich habe da kein Spiel mehr drauf gespielt ich habe da so ein bisschen gezockt aber eigentlich hatte ich es mir gekauft um hier Breath of the Wild zu spielen und das Spiel hat mich komplett gekillt wow wieso ähm ich vermute eher dass ich das wahrscheinlich äh falsch gespielt habe aber mich hat das äh komplette Kampfsystem und das Ausrüstungssystem so frustriert dass ich da keinen Bock mehr drauf hatte und das ist ja nicht äh das Kampfsystem ist ja ja zum Beispiel nicht wie hier dass du äh nicht das Kampfsystem sondern das äh Rüstungssystem dass du hier die Sachen reparieren kannst und so weiter ne sondern da ist ja ja solange verwenden bist Schrott und das hat sowas ich muss immer auch bei solchen Spielen ja das hat mich immer so aufgeregt weil ich bin so ein Typ ich erkunde jede Ecke Spielkämpfe gegen fast jeden Gegner und 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 andauernd war die Waffe kaputt und dann hast du ne neue und dann ist die wieder kaputt und dann hast du ne neue und wieder kaputt und du läufst eigentlich von nach dem Kampf suchst du ne neue Waffe damit du den weiter in die Erkundung gehen kannst und boah das war irgendwann so nervig aber ich glaub dafür gibt es auch schon Mods ja und ich hab jetzt wenn ich mal wieder wirklich Bock drauf hab dann äh kaufe ich mir das Spiel und äh emuliere das oder so aber ich glaub dafür gibt es echt schon Mods weil kriegen sie viele glaub ich auch ja das glaub ich auch schon äh irgendwie schon so lästig es gibt ja auch so Computerspiele die so sind ja das kann ich auch nicht ab also da äh das wär dann so ein Punkt wo ich wirklich sage okay ey da mach ich mir die Mühe und hol mir ne Sheet Software oder sowas einfach nur damit mir das nicht auf den Sack geht damit es zumindest reparieren kann halbwegs günstig in dem Spiel zum Beispiel ist es ja okay ja das ist so sollte jedes Spiel sein mit der Reparaturfunktion okay ja vor allem dir wird ja auch noch angezeigt das was kaputt ist ja das ist halt wie bov ja ja genau hat der Geld ausgegeben Gold um das zu reparieren oder Silber je nachdem gefällig ja ja das ist ja völlig in Ordnung aber da war das ja so plötzlich ist die Waffe schrott wenn du nicht wirklich aktiv ins Inventar glaube ich reingeguckt hast wo hast du brauchst du bitte schon diesen Alier bekommen ich krieg den einfach nicht äh ich hab letztens geangelt ne keine Schau ja du musst an speziellen Positionen angeln gehen ich hab den zwei den kriegst du eigentlich aus Städten ja ich hab ich war eigentlich in Dings ich war äh da wo man den Biber bekommt am Hafen ja ich auch beim Angel Event habe ich den gekriegt ja bei mir gab es kein Event gerade zu dem Zeitpunkt und den anderen habe ich hier in Tall Grass bekommen ich hab kein Glück ich weiß nicht ich hab wirklich 20 Fische raus gezogen aber der war nicht da oh ja das ist kacke haha das hat sich gezogen weil ich den unbedingt haben wollte aber der produziert ja auch nur extra Strom wenn er da ist ja ja hm ist das viel es kommt drauf an an welchen der jetzt gerade dran ist ja der ist jetzt 11,2 Watt mehr ja ja geht aus das hat nur für einen Moment ne ich glaub das ist dauerhaft ne aber wenn er in der Zelle ist aber macht er doch nichts hm alle oder was ne ne der macht nur zwei äh und du brauchst für jede Energiequelle brauchst du ein Aal Gibt zu wenig Zellen hm ne gut aber ich glaube jetzt werde ich es packen vielleicht drei ja boah hast du noch eine Zündschnur oder hast du den äh noch nicht weggepackt ich hab den da müsste eigentlich im ich glaub du hast keinen Zugriff mir fehlt noch eine hm ich starte ich will einmal sehen was da passiert ok 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 ja das Kekshaus ich hau das raus jetzt will ich mir sowas rein tu ja ok da hast du recht Disco Kugel genauso dieses dieses Kraut das ist vielleicht nicht schlecht hab ich zwar noch nie benutzt aber hört sich nicht schlecht an ja weil da hast du so kriegst kannst du so nen Trank machen der dich irgendwie bevor du stirbst irgendwie rettet du musst aber natürlich ihn vorher schlucken da stell ich mir dann wieder so vor ja ne ja werd ich eh nie machen ja wahrscheinlich konstant vergessen richtig bisco Kugel was war die nochmal eine sehr gute Frage eine sehr gute Frage ich wollt nen Partyaffen reinmachen genau Was? Wir wissen, was der bringt. Der Partyaffe. Okay. Der sieht voll hart und kooky aus. Und du weißt natürlich noch nicht, was der macht, ne? Ich weiß nur, dass der Feinde andockt. Oh. Der Bau dieser Anlage wird die Aufmerksamkeit der Monster in irgendeiner Regierung auf sich ziehen. Produziert irgendeine Währung. Hm. Warte mal, der Party, den tue ich aber unten in die Heizung rein. Der wird es heiß haben. So, ich will mal testen, was dieser H37 macht. Der sammelt Schrott. Ja, aber der sagt hier ja, geht in verschiedene Festungen rein. Sammelt Schrott. So wie... Wer war der andere, der Schrott sammelt? Und die Papierteile? Ähnlich, ja. Mhm. Also auch nicht. No. In meinen Augen. Also, wie lange braucht der denn hier für die Produktion, ey? Hier, ich wohne halt. Steht kein Timer da. Echt schade. Oh. Das wäre jetzt echt geil gewesen, hätte man den Treibstoff aus den Eternal Land mitnehmen können. Würde vieles einfacher machen. Ja. Oh ja. Dann bräuchtest du die Kacke nur verkaufen und könntest dann mitnehmen. Es könnte natürlich auch sein, dass das dafür da ist, wenn du neu startest, dass du dann direkt was mitnehmen kannst. Ja. Das kann schon sein. Ja. Oh, schade. Die ganzen Farben kann man nur durch den Leiter ausbauen. Schadenkauf bekommen. Okay. Die sehen aber auch hart kacke aus. Kannst du eine pinke Waffe machen? Mhm. So. Was riechst du denn? Jetzt hat er eins gedroppt. So. Wow. Ja, dann kannst du ja noch dem ganzen beiwohnen. Ja. Klacken wir das Fies dran. Ja, du könntest einmal hier die Dingestens machen. Hm? Was? Äh, diese Schmelzen von Sternquellen oder wie das heißt? Das brauche ich aber in den Ofen. Und in den Ofen. Hier steht einer. Äh. Ja. Oder da. Habe ich schon mit? Ich habe hier in den Truhen etwas. Ach so, damit du deinen eigenen nicht verbringst. Okay, ja. So. So. Ich kann fünfmal machen. Ja, dann mach mal. So. Das dauert zwei Minuten. Super. Weil du deinen... Äh, das dauert nur noch eine Minute. Jo. In deinem Frischlein. Also wenn du willst, können wir. No. Mach mal dem nicht platt. Wen machen wir platt? Diese... 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 Maschine da drüben. Oder ein Luftballon. Oder beide. Äh, Maschine habe ich schon platt gemacht. Wart der so schnell wieder. Ja, komm, spring erstmal hierher. Oh, und bei dem wirst du kein Damage machen. Ja, ich will eigentlich auch nur sehen, wie das aussieht. Eine kleine Atombombe. Das wär doch was. Habst du schon? Ha, ha, ha. Kleine Atombombe. Ha, ha, ha. Und der... Jo. Das ist cruel. Ha, ha, ha. Ah, dort ist er. Lol. Hey, voll viel. Ja, aber die Atombombe war echt lustig. Das ist ja echt cool. Oh, da ist noch ein Boss. Ja, nice. Das ist ein Boss? Das ist... Das Wiesenlinge ist ein Boss. Lol. Das ist... Das ist ja dessen Groß. Das gibt's auch einen kleinen. Und das große ist ein Boss. Oh, ist wieder alles gespawnt. Das ist ja echt alles wieder sammeln. Oh Gott, nein. Ich, äh, geh ins Bett. Was? Aber, aber sammeln. Nee, äh, heute kein Loot mehr. Was? Heute nicht mehr? Wie würdest du dann mit Manni noch zocken? Heute ist immer dann, solange du noch nicht geschlafen hast. Oder wenn die Sonne aufgegangen ist. Ist die Sonne aufgegangen? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaub der ist erst um fünf. Um fünf? Um fünf? Also, noch in zwei Stunden. Jo. Ich, ich loob noch die... Kann jetzt nicht. Hahaha. Oh Gott, was hab ich angestellt. Ja, wenn ich schon mal hier bin... Ja. Und vielleicht rennt hier sogar dieses Puppenvieh noch rum. Oh Gott. Puppenvieh? Ja, dieser, dieser Spinne. Mit... Mit nem Puppenkopf. Ah. Kann man eigentlich noch Stufe 50, äh ne, 60 werden? Nee, 50 ist max. Sollte Spaß. Okay. Und warum sagen die dann Empfehlungsstufe 60? Vielleicht kommt das mit nem Season-Wechsel. Okay, ja, das könnte sein. Zumindest hab ich noch keinen diesen 60-Gall gesehen. Oba. Einmal richtig. Und wurds schon von ner Headcrab angegriffen? Nee. Die war nicht da. Oh. Wollwahl. Oh. Oh. Dosenobst. Gehst du doch bluten? Nein. Nein. Kleiner Schnapper. Was ist denn das schon wieder? Ach komm schon, versteck ich nicht hinterm Regal. Oh. Oh. Da hab ich ja noch mal wieder. Arm ab. Kopf weg. Oh mein Gott. Komm mal zieht der mir auch nahe. Ah. Da. Ich war im Supermarkt. Jetzt bin ich noch schnell die Kiefer. Bauern Kopf weg geschossen. Also. Montag könnten wir wieder eine Reinigung machen. Mh. Da bin ich nicht. Mh. Da bin ich nicht. für die Reinigung im Territorium sein. Und dann kannst du dir da auch Loot rausholen. Du brauchst noch nicht mal aktiv dabei sein. Mh. Also doch. Du musst vor Ort sein. Aber du brauchst nichts tun. Geil. Das ist ja recht angenehm. Ja. Oh, da ist noch ein Boss. Ich würd gern wissen, was der Wandschrank eigentlich ist. Ach. Doch. Ich hab's. Ich weiß, was es ist. Oh mein Gott. Da hast wieder so nen Kopf. Ah. Los. Ich hab nen Kopf gefunden. Willst du jetzt sehen was der Kopf kann? ist er auf deinen kopf gesprungen und dann ich weiß nicht wo du bist ich sehe das türkise haus ich bin da auf der satt wo das türkise haus ist und dort ein bisschen die straße richtung ja ich sehe ich habe kein spurt mehr mein gott ich kann in haus klettern oh mein gott was ich sehe dich auf dem haus rum klettern mit dem haus über dem kopf ich habe die frage wie du das jetzt übernimmst das fliech jetzt macht das bei mir schon wieder hört ihr auch ich habe es einmal geschlagen mag mich zu sehen ja muss auch die range von dem fliech wo ich bin da drin oh jetzt oh Ja, das ist wirklich, das ist an sich übel, das finde ich so, so allein, das ist voll nützlos, aber wenn die Masse da steht... Ja, ich dachte, das springt einen an. Ja, das wäre noch, das würde ich mich erschrecken. Aber ne, das blendet dich nur verkehrt dich. Okay, das wäre langweilig. Es fehlt, das hätten sie noch einbauen sollen. Ja. Erst hinten und dann ist es auf einmal so auf dir, das ist echt... Oh, das ist mein Schienenküch ist wieder da. Oh, da hätten sie die Kristalle zum Abbau, ne? Kristalle abbauen. Kristalle? Ja, die sind Kristalle halt, Sternenstaub. Ah, okay. Sternen. Wir bauen hier auch öfter. So, jetzt macht das Türkei ja so aus und den Boss. Den schon, den schon. Ich habe die Stadt wieder halbwegs durchgemacht. Oder willst du mir jetzt den Boss? Nee. Sagst nein und gehst zum Boss? Ja. Ich habe gerade Screenshots gemacht. Für wen? Ah ja, für Sunlates. Ja, klar. Oh. Loot, Loot, Kiste, Loot. Nice. Ach, die Stadt ist ab. Geil. Jep. Spazierfähige, was? Handschuhe. Okay. Lol. Ich kann nicht sehen, was du in dem, ähm, Schmelzofen übrigens fertiggestellt hast. So ist es. So ist es. Das ist ja gemein. So ist es. Gar nicht. Ob ein privater wäre. Ah. Brauchst du das Zeug etwa so dringend? Nö, ich wollte es mal rausfinden, aber... Nicht, dass wir das morgen vergessen. Bist du dir sicher, dass wir das machen können? Kann ich nichts sagen? Wahrscheinlich schon, weil bei mir ja nichts drin ist. Wir schlafen noch alles. Äh, nee. Wir kommen um 11 Uhr erst online oder 12 Uhr. Äh, du, sorry, dass du schon seit zwei Stunden wartest, aber, ähm, wir haben uns dezent festgesuchtet. Mit nicht wichtigen Aufgaben, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber, hey, wir haben ein Feuerzeug, was uns Teile produziert, wo wir kleine Atombomben werfen können. Oh, ja. Haha. Da musst du dann auch mal eins bauen und voll ihr werfen. Kommst du nicht auf Schreck? Vielleicht ein kleines bisschen. Meinst du? Ja. So, und es ist fertig. Boah, ich habe eine Erfahrung bekommen. Wow. Äh, tu es mal in die Kitze hier rein. Ah, ne, die ist voll. Wie ist die Kitze? Oh, ja. Äh, wo es ist? Wo es ist? Hey. Ah, hier. Aber du hattest ja selbst auch noch was, ne? Ne, das ist getrennt. Ah. Weil es diesen Buff hat. Ah. Dass es daraus geworden ist. So. Boah, dann habe ich jetzt genug, um eine Waffe zu kalibrieren. So. Also, ich prob mich nachher auf alles hier gelootet. Hä, was? Du kannst auf dein Schwert einen tollen? Ne, der hat sich da nur verklickert. Achso. Ja, aber ich brauche dringend für die Scar-Sachen. Hm. Du hattest doch schon mal so eine Plattform. Was für eine Plattform? Also, generell Plattform. Holz. Ja. Muss man das mal rausnehmen oder sammelt sich das an und ich kann dann alles ausnehmen? Äh, ich glaube es sammelt sich an. ,- ». » Erste, was ich morgen mache, Wolfram sammeln. So schlimm? Ja, okay, musste ich eigentlich auch mal wieder. Auch Moni. Kann ich verstehen. Ja, das ist die Zündschnuppung. Oh. Dünger. Ich hoffe, dass es immer schlecht Dünger erforscht. Oh, und in meine Base wachsen Bäume. Oh, ja. Das hatte ich auch öfters. Ähm, dann kommst du da an und dann fallen plötzlich ganz viele Bäume um. Ja, mir sind sie schön grün. Ja, noch eben in den Kühlschrank und dann machen wir Feierabend. Ne, ich kriege doch auch gerade alles. Ich habe einen coolen Tisch gekriegt und einen Stuhl und einen Nachttisch. Oh, Mensch. Weil in meinem Haus ist ein Raum. Und ich komme auch mit dem Kühlschrank-Dumm. Und dann, wenn ich noch nicht so schön bin. Denn ich habe mich noch nicht so gut. 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 Genau, ich habe mich noch nicht so gut. Ich habe mich noch nicht ansehen. Oh, hat er schon wieder das Wasser rausgepackt, die Sackgratte. Ich habe ein Vorsicht Rutschig-Schild. Geil. Stell ich zu meiner Farm hin, wo wir gebessert werden. Da hin. Und noch so. Bild. Ich habe sie geheim. Eine weiße Cloud. Oh, da brauche ich die. Das andere Haus ist besser. Ich habe einen Schminktisch. Glückwunsch. Ich kriege nur normale Tische. Ich kann den Schminktisch bauen. Oh. Ich habe den als Bauplan. Das ist nice. Drei ständigen zu Schatten. Dann muss ich mal anschauen. Kann ich mich da jetzt hinstellen und den bewegen? Und dann das hier. Ja? Ich kann dich nicht mehr drausen. Ich kann mich da nicht mehr drausen. Ich kann mich da nicht mehr drausen. Ich bin wegen der Schminktisch. Ich kann mich da nicht mehr drausen. Hey, Herr. durch den affen kann ich jetzt ein affen hinstellen der wohl geräusche macht den mutanten anlockt okay vermutlich als solar weiß nicht welle verteidigung spiel muss ich noch bauen ganze die fortschrittliche simp bank bauen mit der alten oh gott ist die riesel oh wie dumm ist das dumm also das regt mich ja ein bisschen auf dass du wenn du einen bonus hast musst du die werkbank halt neu bauen die richten hast du seit wann ich gemacht und ich wundere mich die ganze zeit warum ich keinen bonus auf mein essen bekomme habe ich noch eins zum zurücksetzen glaube ich muss aufhören ja das spiel sagt auch schon ich muss aufhören das versteckte wände bin ich ja total unnötig versteckte wände ja versteckte konstruktion was kann man denn damit machen was kann man denn damit machen anlagen bonus versteckte strukturen versteckte strukturen erhalten den effekt reparierende verteidigung und du kannst plus 80 strukturobjekte gleichzeitig der territorium platziert ich denke mal das geht darum wenn du zum beispiel diesen filter komplett einbaust dann kriegt der bonus was dir noch schlechter kaputt geht filter womit du die wellen beschwören kannst so ja ich habe ja deswegen auch mein haus mal gebaut weil die alten objekte werden ja damit nicht gebufft ach oh gott ist das wieder dumm ja genau das ist wie bei der werkbank da könntest du eigentlich nur noch dein haus speichern ist komplett abreißen und dann setzt es einfach neu weil die teile hast du ja das finde ich nicht das würde auch gehen das einzige was ich für unnötig noch erachte ist der chipsatz kombo dass man den vielleicht aus dass man diesen chipsatz baut den man verkaufen kann ja ja das ist so das einzige wo ich mir sage ja das könnte ich noch raushauen naja ich werde jetzt auch ins bett gehen ich wünsche dir ob ich es bis 10 kopf mal gucken ja das denke ich mir auch gerade das ist halb vier verdammt ja judy ich wünsche dir eine gute Nacht danke gleichfalls ich würde sagen es war schon mal wieder sehr unverantwortlich von uns ich werde jetzt kein wecker stellen mal schauen vielleicht war ich vorher ja oder sollte ich den wecker stellen ich habe auf jeden fall einen wecker gestellt ich glaube ich stelle mir noch einen zweiten ich stelle ihn um 10 uhr dass wenn ich wirklich verschlafe dass ich ja oder fünf minuten vorher haha das reicht schon ja werden wir morgen sehen würde ich sagen so sieht es aus ok 6 stunden nach jo genau gute nacht 6 stunden staf später werden wir dann zocken vielleicht genau so ist es und am ende sitzen nur wir da und mani hat verpennt haha das glaube ich auch nicht haha man weiß ja nicht was sie heute auf der party macht saufen bis zum geht nicht mehr so wirklich ich schätze sie nicht so ein ich auch nicht haha haha aber so einfach so völlig haha morgen so mit einem vollen kater dann schön drinne hängen haha vielleicht hat sie eine käppie auf und eine brille an ja das wäre super haha haha ok na guti dann jutz nächtle und äh bis morgen also nachher in 6 stunden jo bis wieder jo ciao so und hier sage ich jetzt auch nochmal auf wiedersehen danke fürs dabei sein cheerio und gehabt euch wohl morgen geht es dann weiter mit once human ciao go jo w w w wo w Vielen Dank.